So, 3, 2, 1, Test und hier mit euch ein herzliches Willkommen bei einem neuen Livestream auf Linux Guides. Ich schaue mal, dass ich hier nochmal das Mikro ein bisschen hochregle und ich denke, das passt jetzt soweit, damit ihr mich alle hört. Und einen wunderschönen guten Vormittag kann man ja wahrscheinlich noch sagen. In generell ist es eine sehr, sehr ungewohnte Zeit, in der ich anfange zu streamen und das wird die nächsten Tage auch erstmal so bleiben. Ich habe mir nämlich heute vorgenommen, beziehungsweise die nächsten Tage vorgenommen, so als Sommerprojekt für die Tux-Tage. Das ist ja die Veranstaltung, die ich immer mit meinem Team organisiere. Das ist eine Linux-Veranstaltung bezüglich Vorträgen, Talks, Workshops und so weiter. Die nächsten finden am 11. bis 13. November statt und jetzt kann man auch schon seinen Vortrag und Workshop einreichen, beziehungsweise Sponsor werden. Das heißt, schaut da gerne mal auf tux-tage.de vorbei und für diese Veranstaltung möchte ich jetzt ein eigenes Management-System schreiben. Ja, bis jetzt haben wir das teilweise in Excel-Tabellen gemacht und teilweise in Suite CRM. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Mir hat es zuvor auch nichts gesagt. Kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was wir da bis jetzt genommen haben. Aber ja, war irgendwie nicht so unser Fall, beziehungsweise hat uns einfach in allem nicht getaugt und wir möchten da ein bisschen mehr Flexibilität. Und in der Hinsicht möchte ich da am Ende wirklich was Eigenes schreiben. Wir werden das Ganze mit Django machen. Das ist ein Python-Framework. Das wird quasi unser Server sein, unser Backend, wenn man so am Ende möchte. Und dann werden wir noch ein Frontend dazu schreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich das direkt in Angular schreibe oder ob ich da einfach nicht in Django einfach dann HTML-Dateien und Formulare quasi rüber sende. Das weiß ich noch nicht. Also ich weiß noch nicht zu 100% ob wir Angular verwenden. Aber ich habe es mal mit reingeschrieben. Bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich möchte erst mal so ein bisschen das Backend voranbringen. Und dann, genau, wenn wir erst mal ein stehendes Backend haben, dann können wir uns um den anderen Spaß kümmern. Ja, einen wunderschönen Freitag, lieber Jean, schreibt der wahre Muzzi auf Twitch. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, morgen sagt er auch noch, ne? Ist ja so ein bisschen, ja. Stimmt, ich freue mich schon auf die Talkstage, schreibt Wolf Fox. Das ist sehr, sehr cool. Ja, ich freue mich auch, beziehungsweise das gesamte Team freut sich auch. Und dass wir das ein bisschen effizienter hochbekommen, werde ich in den nächsten Tagen mit euch hier, ja, das Ganze programmieren. Also es wird ziemlich dev-lastig, es wird ziemlich programmierlastig. Wir werden jetzt nicht so extrem krass in irgendwelche Linux-Themen reinschauen. Also es wird wirklich, wirklich am Ende so ein bisschen stupides Coding. Aber ich möchte euch ein bisschen mitnehmen, möchte euch vielleicht auch anspornen, endlich mal ein eigenes Projekt vielleicht auch nochmal wieder zu starten. Kann ich nur empfehlen. Wichtig ist nicht, dass welches Framework ihr verwendet, wichtig ist nicht, welche Programmiersprache ihr könnt, wichtig ist, dass ihr überhaupt anfangt. Und dann, ja, kommt man immer weiter. Das kann ich nur jedem von euch empfehlen, wer da sowieso mal Lust hatte, irgendwas zu programmieren. Ich kann es euch nur empfehlen, da einfach selber mal mit anzufangen. Ja, wenn ihr anfangt, dann ist da eigentlich schon die halbe Miete fast sicher. Also von daher, schauen wir einfach mal. Und genau, ich muss sagen, ich habe vor vier Wochen ungefähr mir mal Django kurz angeschaut, so ein basisches Tutorial gemacht. Jetzt weiß ich aber nicht mehr viel davon. Ich weiß so ungefähr, wenn ich es wahrscheinlich wieder lese, kann ich es wieder einordnen. Das heißt, wir werden ganz von unten quasi anfangen. Also Python kann ich tatsächlich schon ein bisschen. Also ich werde jetzt nicht anfangen, was ist eine Variable, was ist ein If-Else-Statement und so weiter. Aber in puncto Django bin ich eigentlich noch komplett neu. Ich habe mit Spring Boot jetzt letztens noch gearbeitet. Das war eigentlich auch eine schöne Sache. Am Ende habe ich mich aber doch für Django entschieden, weil es gefühlt weniger ist. Beziehungsweise, ja, ich weiß nicht. Also Spring Boot war auch okay. Das ist ein Java-Framework, auch Open Source. Aber nee, keine Ahnung. Ich möchte es mal mit Django machen. Keine Ahnung. Hat mir einfach, liegt mir gefühlt ein bisschen besser. Auch wenn ich da jetzt auch schon noch komplett neu unterwegs bin. Endlich darf ich mal bei deinem Stream dabei sein. Bisher konnte ich immer nur die Videos schauen. Aber Kompliment an dich und Hauke. Eure Streams sind super. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Hauke wird leider nicht da sein. Diese Death-Streams. Da wird aber auf jeden Fall noch, ja, werden wieder natürlich Streams mit Hauke kommen. Die aber erst wahrscheinlich im September erst, weil wir machen so ein bisschen Sommerpause. Aber Hauke und Micha wollten ein paar Mal vorbeischauen. Also von daher, bleibt da gerne gespannt. Auch jetzt für die YouTube-Zuschauer. Es soll heute Abend oder morgen früh das neue Linux mit 21 Video kommen. Freut euch da auf jeden Fall auch schon drauf. Und genau, Django ist ein All-in-One. Eine eierlegende Wollmilchsau. Schreibt es ihm wie Amigana. Genau, ja, genau so. Also ich habe mir überlegt, okay, fangen wir mit Flask an und arbeiten uns dann mit SQL-Alchemy, Marshmallow und so weiter nach oben. Habe ich auch mal was programmiert mit. Fand ich eigentlich ganz cool. Also ich persönlich bin auch ein Flask-Fan. Aber jetzt für so eine relativ große Anwendung am Ende, habe ich mir gesagt, ja gut, dann nimmst du doch mal Django. Das ist einfach, keine Ahnung. Die Frage ist, okay, gut, mit Django hast du vielleicht später bei Updates dann Probleme, dass das Ding aktuell heißt. Aber bis ich dann Flask mit Marshmallow und dies und jenes auch aufgesetzt habe, das ist dann auch wieder ein bisschen was. Also von daher ist es dann egal. Von daher habe ich gesagt, gut, dann nehme ich mal Django. Da habe ich wenigstens, muss ich nicht ganz so viel programmieren vielleicht. Also es geht ja nicht um, wie viel man programmieren möchte. Python Framework, sondern eben wie schnell wir ans Ziel kommen und wie, ja, was am besten zu uns passt. Ja, das werden wir verwenden erstmal, Django. Ja, Django makes it easier to build better web apps, more quickly and with less codes. Ridiculously fast. Und Scalability und alles Mögliche hast du da drin. Das ist sehr, sehr cool und ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja, ich finde deine Linux-Videos super, schreib Adoreal. Das freut mich, das freut mich. Ja, das freut mich. So, genau. Wunderbärchen. Ich würde sagen, fangen wir mal an. Ich werde zum Coden Visual Studio verwenden. Tatsächlich nicht die Open Source Version. Ich bin da leider in der Hinsicht etwas verseucht. Ich nehme da das ganz normale Visual Studio, wie man es kennt. Da habe ich jetzt wahrscheinlich, ja, ja. Ich bin nämlich noch dann nebenbei vom Coden eines anderen Projektes. Das mache ich aber so nebenbei und immer mal abends, wenn ich mal Zeit und Lust habe. Da habe ich mal in das Cinnamon Menü reingespickt. Aber jetzt will ich erstmal ein neues Projekt erstellen. Ein neues Django-Projekt. Ich werde da hauptsächlich im Terminal arbeiten. Zum Coden nehme ich das hier. Und zum Starten von den Dingern nehme ich dann halt ganz normal das Terminal. Also da werden wir uns schon mit arrangieren. Django kann einfach sein, aber auch sehr komplex. Absolut. Ich stelle mich darauf ein, dass wir häufig an irgendwelche Probleme, auf irgendwelche Probleme stoßen und uns fragen, ja, wie geht es jetzt weiter. Also von daher, das wird sehr, sehr spannend. Erstmal möchte ich ja vielleicht auch nochmal vorstellen, was ich mir denn so darunter, was ich mir denn darunter so vorstelle. Da habe ich mir schon mal was reingeschrieben, was das Ding jetzt alles haben sollte. Und jetzt müsste ich das nur noch finden. Ich glaube, das habe ich hier Programmgenerator, ist was anderes. Ich suche nämlich gerade mal auf dem anderen Bildschirm, wo ich das habe. Ich hätte das zuvor mal raussuchen können, aber das wäre viel zu einfach. Wäre viel zu einfach. Da ist es nicht. Ich kann mich ja mal ganz grob mitnehmen, so geheime Daten sind jetzt auch nicht. Programmieren. Ich habe viel programmiert. Also an Linux-Apps hier einfach ein eigenes Hello-World-Programm, aber auch ein Flatpak-Manager habe ich programmiert. Findet man auf einem GitHub-Account. Ich kann meinen GitHub-Account eigentlich mal reinstellen. So, Godo habe ich ein bisschen was programmiert. Flutter, hier ist relativ viel. Mint-Welcome-Screen habe ich einen eigenen programmiert. Den Flatpak-Manager habe ich schon in Flutter programmiert. Und genau, sowas in die Richtung. Und mir haben wir mal so ein paar Sachen angeschaut. So, Flask habe ich schon ein bisschen was gemacht. Genau. Und Django ist hier. Linux-Helper, das ist noch was anderes. Ich suche eigentlich meine anderen Django-Sachen. Es ist blöd, wenn man einfach eine zu krude Dateistruktur hat. Da scheitert es schon dran. Schauen wir mal schnell, ob ich das finde. Ansonsten fangen wir eben nochmal, nochmal kurz von vorne an. Das ist nicht viel, was ich geschrieben habe. Apropos nebenbei, falls jemand von euch Ideen hat, was man als Musik drunter legen könnte, schreibt das gerne mal rein. Ich habe bis jetzt noch keine Musik reingetan, weil ich da viel Angst habe, dass ich da irgendwelche Abmahnungen bekomme. Also von daher, wenn sich da jemand von euch auskennt, dann schreibt mir das gerne. Oder in den Chat einfach direkt rein. Dann werde ich da mal schauen, was ich da machen kann. Oder was ich machen lässt. So, ansonsten. Ich schaue nochmal ganz schnell. Es muss doch irgendwo drin sein. Ich meinte, es ist im Tux-Tage-Order, im Organisations-Order. Aber da sehe ich jetzt nichts. Das ist Tux-Tage. Das sind nur die normalen Sachen. Ach, da. Ja, okay. Ja, hier habe ich es. Ich habe es Tux-Tage-Management-System genannt. TTMS. Hier habe ich schon verschiedene Sachen mal angefangen. Das ist jetzt erstmal eigentlich alles nicht so wichtig. Ich kann das einfach mal in Old reinhauen. Und hier einfach mal in Old reinhauen. Aber ich habe hier eine Feature-Liste. Die wollte ich euch zeigen. Und da habe ich schon mal so ein bisschen reingeschrieben, was ich eigentlich machen möchte. Ich möchte erstmal ein User-Management schreiben. Das heißt, okay, gut, ich kann neue User erstellen. Ich kann einen User bearbeiten. Ich kann sie deleten. Und ich kann sie abrufen. Also Edit, Creation, Deletion, Get. Das möchte man eigentlich mit so einem Backend machen. Also ich schreibe eine ganz normale REST-API erstmal mit Django. Und wenn ich diese REST-API dann fertig habe, dann werde ich wahrscheinlich mit Angular durchschlagen. Wahrscheinlich. Dann nehme ich die User-Role. User-Role technisch haben wir hier einen Kunden, Betreuer, Organisator oder Admin. Also die haben halt verschiedene Rollen, in die ich die setzen kann. Und die haben dann halt unterschiedliche Zugänge auf dem Management-System. Und dann auch nochmal ein User-Passwort-Reset. Also dass man sein Passwort zurücksetzen könnte. Das ist sozusagen der erste Teil, mit dem werden wir uns heute erstmal ganz grob beschäftigen. Vielleicht schreibe ich das auch parallel in Angular dann nochmal. Also ich schreibe erstmal das Backend-Sache. Und dann fange ich vielleicht direkt mit dem Angular-Ding an. Dass man sozusagen das nach und nach halt aufsteigend hat. Dann haben wir die User-Authentifizierung. Das ist sehr, sehr spannend. Also dass nicht jeder Admin oder jeder Nutzer dann halt eben, ich sag mal, dass man sich anmelden muss sozusagen, um in dem API-Backend zu arbeiten. Da habe ich mit Spring Boot ganz viel Spaß gehabt und habe das dann hinbekommen. Und weil ich einfach ein ganz, ganz lebensfroher Mensch bin, werde ich das mit Django auch nochmal durchmachen. Da werde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Ja, auf Twitch kannst du die Musik auf jeden Fall nutzen. Jede Musik der wahre Mozzie. Da freue ich dich mal. Ansonsten, äh, pretzel.rocks mal testen. Dort bekommst du auch DMCA-Free-Music. Danke dir, pretzel.rocks. Pretzel.rocks, das hört sich sehr rockig an. Ja, sehr, sehr cool. Welches Python wird es? 3.9? Boah, da fragst du mich was. Also irgendwas, was da Django, Django mit drin hat. Ähm, keine Ahnung. Also, ja, die Version ist mir generell erstmal egal von Python. So unterscheiden die sich ja nicht so, ne? Ich freue mich schon auf das neue Linux-Man-Video. Oh ja, ich auch, ich auch. Ich muss es aber noch schneiden. Ich habe es aufgenommen, aber noch nicht geschnitten. Gibt es auf YouTube sogar Kanäle mit gamerfreier Musik? Da kann ich mal schauen. No Copyright Sounds hat gute Musik. Ja, No Copyright Sounds hat gute Musik. Da musst du aber immer das NCS in der Videobeschreibung angeben. Und dann weiß ich nicht, ob ich das auf Twitch und YouTube parallel machen kann. Ich meinte, dass NCS nur für YouTube das bereithält. Aber vielen, vielen Dank für eure Ideen. Vielen, vielen Dank. Ja, genau. Wenn wir hier die User-Authentifizierung haben, dann kommen wir zum Event-Management. Also, das heißt, ich möchte erstmal nur eine ganz normale Event-Klasse erstellen. Die muss nicht viel können, dass ich halt quasi ein neues Event erstellen kann. Und dann von diesem Event abhängig, ich mir dann einmal Lectures hier managen kann. Also, am Ende Vorträge. Ja, die möchte ich auch. Edit, Creation, Deletion, Get. Dann möchte ich hier eine API-Connection für die automatische Kreierung von der Webseite aus. Das heißt, wenn jemand in der Tux-Tage-Webseite ein Formular, das gibt es schon, aber das muss ich dann wahrscheinlich noch anpassen hier. Da, wenn ich sage, Vortrag-Workshop einrichten, Vortrag einreichen, dann ist hier ein Formular. Und dieses Formular soll am Ende auf das Backend, automatisch das draufspielen, das Backend soll das automatisch registrieren und sagen, hey, ich habe jetzt hier einen neuen Vortrag bekommen. So soll das mal klappen. Mal schauen. Assign to User and Events. Also, ich möchte eine Lecture halt einem Event und einem Benutzer zuweisen. Dann möchte ich die Value, also möchte ich natürlich die einzelnen Sachen nochmal editieren können. Da, bei so einer Lecture ist ganz schön viel, was man da abfragen kann. Ich zeige euch mal das alte Management-System gleich. Da ist echt viel. Assignment of Time and Duration. Also eben, dass wir hier sagen, okay, wie lange soll das dauern und wann soll das starten. Und dann sollen wir, will ich wieder so einen automatischen Exporter für eine HTML-Stundenplan, wenn man so möchte. Mal schreiben. Das heißt, dass man mit einem API-Call einfach den aktuellen Stundenplan bekommt. Ich habe das mittlerweile sogar schon für die jetzigen Tuxa geschrieben. Das heißt, diese Stundenpläne oder diese Veranstaltungstabellen hier, das ist schon automatisch generiert. Also, da habe ich mir ein kleines Python-Skript geschrieben, was dann aus einer CSV-Datei, was ich dann exportiert habe, aus einer CSV-Datei dann hier alles rausgelesen hat und dann das Programm daraus generiert hat. Also, das ist schon automatisch generiert. Auch die einzelnen Links und so weiter. Da musste ich nichts selber machen dann. Also, natürlich das selber programmieren, aber ich musste das nicht von Hand erstellen. Nur einmal und dann passt es. Und ich glaube, es war immer, also es war sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Ansonsten wäre ich daran, ja, ich sag mal, wäre ich daran zugrunde gegangen. Sagen wir es mal so. Pixar Bay, gibt es Pixar Bay für Musik? Als ob. Also, ich kenne Pixar Bay natürlich als Image-Tool. Das muss ich jetzt mal kurz nachschauen. Pixar Bay Musik. Schauen wir mal. Boah, krass. Pixar Bay hat auch Musik. Sehr cool. Musik für Videos. Vlog Moody's Music. Cinematic Music. Okay, 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 okay. Und ja, also, ne, die haben ja, Pixar Bay kann es ja wirklich so direkt nutzen. Ja, sehr cool. Dann werde ich mir mal da, da mal was runterladen. Sehr cool, danke. Ja, sehr cool. Okay, mit Pretzel gibt es auch den Save-Mode, der dann auch Musik. Spiel, die auch YouTube laufen lassen kann. Okay, gut, also, da gibt es ein paar Sachen. Das freut mich, das freut mich. Vielen, vielen Dank euch. Ich werde mich da mal danach dann nochmal mit beschäftigen. Generell, lassen wir uns aber weitergehen, was ich eigentlich noch machen möchte. Und dann möchte ich die E-Mail integrieren. Wahrscheinlich dann mit der E-Mail-Integration, mit dem E-Mail-Management, das meine ich damit. Ich möchte tatsächlich auch eigene Vorlagen-E-Mails dann schreiben, die dann halt eben Variablen aus den anderen Sachen mit einnehmen, dass ich dann halt automatische Mails generieren kann und sagen kann, okay, gut, ich möchte dem Nutzer jetzt die Vortragsinformationen schicken und dann schickt er halt eine fertige Mail schon mit allen Daten drin und genau, das, ja, für den Assigned-User soll die Mail dann halt auch eben automatisch rausgehen und dann möchte ich, wenn wir da noch Zeit haben, die Sponsoren dann auch nochmal mit reinfügen. Also Sponsorenpakete hinzufügen, die dann zu einem Event assignen und dann genau hier auch die Sponsoren dann, ich sag mal, mit reinnehmen und natürlich dann auch mit E-Mail-Management, wobei die sind dann einmal Assignment-to-User, das Sponsor-Management, also ein Sponsoring ist dann auch Assigned an den Nutzer, also das ist der Ansprechpartner der Firma dann und ja genau, dann kann ich da so ein Sponsor-Paket assignen und dann quasi Sachen losschicken. Also, ich möchte da viel natürlich auch miteinander connecten, dass, genau, dass wir da uns nicht ganz so viel Arbeit machen müssen und dieses User-Management, das ist so das Ding, womit wir uns heute beschäftigen, ja. Wird er kurz später auf GitHub sein? Ja, der wird später auf GitHub sein. Also ich werde ein GitHub-Repository anlegen, ganz easy-peasy, eigentlich alles, was ich programmiere, haue ich irgendwann auf GitHub, also wenn es was geworden ist. Manche Sachen haue ich nicht rein, weil es wurde nichts. Aber, nee, generell, ich kann da mal auf github.com gehen. Genau, hier haben wir das. Ich kann euch ja mal meinen Profil, da habe ich relativ viel schon gemacht, also wenn ihr hier die Profile seht, da ist schon ein bisschen was entstanden. Aber genau, die Tux-Tage-Work-Adventure-Map ist da beispielsweise noch vom letzten Jahr und genau vieles andere. So, dann, genau, kann ich euch das irgendwann mal teilen. Aber ja, genau, also da werde ich dann ein Repository erstellen und ich werde wahrscheinlich auch die Features und so weiter nach und nach tatsächlich auch direkt auf GitHub-Projects dann reinhauen. Ich habe mir jetzt gestern einmal GitHub-Projects dieses neue angeschaut, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal hattet. Ja, ich finde es eigentlich ganz okay. Also es ist besser als das zuvor, man muss sich ein bisschen reinarbeiten. Ja, aber ich würde sagen, wir machen erst mal ein neues Repository, oder? So, und ich nenne es einfach mal Event-Management-System. Ich hoffe, ihr habt es richtig geschrieben, das sieht gut aus. Open-Source-Event-Management-System written in Django. Ich schreibe erst mal nur Django hin. Ein paar Angular kommen dann wahrscheinlich später. So, Public mache ich hier. Add a readme-file, natürlich. Und eine git-ignore. Ich glaube, das bringt Django schon selber mit. Und ich kann mal das Python reinhauen. Dann haben wir wenigstens ein bisschen was. Und ich glaube, den Rest bringt Django schon selber mit. So, License ist, choose a License. Eine License. Ich nehme da die GPL3. Also, worunter auch beispielsweise der Linux-Kernel entwickelt wird. Wobei, der wird unter der GPL2 noch entwickelt. Aber GPL3 ist quasi die Open-Source-Lizenz. Also, jeder kann das forken, jeder kann das nutzen, jeder kann es weiterentwickeln. Aber wenn man es halt eben weitergeben möchte, dann muss man die Rechte beibehalten. Also, von daher, genau. Bleibt das auch für immer Open-Source-Lizenz. So, dann sage ich in dem Fall, no repository-Template. Das ist okay. Wir brauchen kein Template. Und ich sage, create repository. Und dann sind wir jetzt schon fast fertig. Jetzt gibt es ja nicht viel, viel mehr. Hm. Hm, 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 hm. iOS Arch, by the way, schreibt, Wie Kern ist Viking? King. Hallo, ähm, lieber Arz-Nutzer. Sehr schön, freut mich. So, gut, okay. Hallo in die Runde. Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch. Man kann ja eigentlich nicht mal guten Morgen sein. Aber gefühlt ist es für mich immer noch morgen. So, Django scheint es nicht einzuschränken, welches Python 3. Darum würde ich mal sagen, alles Python 3. Ich weiß nicht, was hier installiert ist. Also Python 3, minus, minus Version, gibt es das? Ja, die 3.8. Dann werden wir wohl die 3.8 verwenden. Ja. So. Ähm, gibt es eigentlich das Genre von dir? Nee, es gibt es nicht mehr. Nee. Aber ich, ähm, bin da dran an einem neuen Tool, was auch ganz cool wird, was ihr alle euch dann mal installieren können, wenn ihr wollt. Aber da brauche ich noch ein bisschen. So. Okay. Ähm, Wunderbärchen. Na, der Android Guy ist auch da. Hallo, hallo, hallo. So, Wunderbärchen. Also, ähm, ich würde sagen, das reicht jetzt eigentlich schon. Ne? Wir haben jetzt hier genug gemacht. Ähm, das war es für den ersten Stream. Ähm, wir sehen uns beim nächsten sozusagen. So, dann gehe ich mal in mein Temp Repository. Okay, und ich mache das mal ein bisschen größer, dann seht ihr ein bisschen mehr. Klone mir erstmal das Git-Verzeichnis mit SSH. Ähm, dann muss, äh, da habe ich gar kein Problem mit GitHub selber. Muss ich hier einmal mein Passwort für den Schlüsselbund eingeben. Und dann ist das jetzt hier auch schon drin. Ich habe hier ganz viel drinnen. Ähm, und das ist das Event-Management-System. Ne? Das heißt, ich gehe in das Event-Management-System und starte mein Visual Studio Code. Einfach in diesem Ordner drinnen. Und dann haben wir jetzt hier einmal unser Visual Studio Code mit nichts drinnen. Mit einer Lizenz und einem ganz, ganz einfachen Readme und einer Gitignore, die schon so ein bisschen befüllt ist. Ja. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mal direkt mit, ähm, wie hieß das? Äh, Django, ne? Mit Django wollen wir das machen. Bei Linux Mint 21 ist Python 3.10 installiert. Ah, da haben wir schon welche Linux Mint, äh, die neue Version auf ihren Rechner installiert. Ich warte noch einen Monat. Und dann werde ich, äh, so, also mein System hier, was ich ja gerade habe, dann, ja, äh, aktualisieren. Dann nehme ich euch auch mit in dem Video. Hast du eigentlich schon Linux Mint, wann der sagt? Nein, ich habe noch die 21.3, ich bleibe da drin noch ein bisschen, ne? Noch ein, noch ungefähr einen Monat und dann werde ich da mal wechseln. So, also, Django. Ich sage mal, get started with Django. So, ähm, install Django. Ich müsste Django schon installiert haben. Ähm, das habe ich ja schon so ein bisschen mal gemacht. Äh, genau, ich glaube, ich habe einfach pip3 install Django in dem Fall gemacht, ne? Also, wir können das einfach mal machen, äh, dass wir uns hier, ähm, mal ein Python 3 Programm schnell schnappen. Dafür gehe ich hier mal in den Terminal, neues Terminal und sag mal Python 3 und sag ich, no such, ja, wie, wie kann ich hier den, 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 den Client öffnen? Dann gibt es doch irgendwas, oder? Also, wie ich dann einfach dann Sachen auch direkt reinhauen kann. Ach so, hier, jetzt ist es besser. Import Django. Zack, und dann sage ich print Django.get version. Wenn ich mich nicht verschreiben, verschrieben hätte, passt das, warte. Ja, das ist jetzt in dem Fall die 2.12. Das sieht eigentlich sehr alt aus, wenn ich ehrlich bin. Hier steht 4.1 und wir haben irgendeine 2.2. Das sieht sehr alt aus. Das sieht sehr alt aus. So, pip install. Ah, okay, get the latest version. The latest official version ist 4.1. Dann gehen wir doch mal mit der 4.1 rein. Dann mache ich mal hier, ach so, einfach STRG D. Okay, so, ich müsste erst mal nochmal das Ganze installieren. Ich mache das mal mit pip3 für Python 3. Und wir installieren das einfach mal rein. Supi. Jetzt haben wir Django 4.1 drin. Super. Gut. Okay, wunderbar. Jetzt haben wir das. Jean macht heute Django Unchained. Ja, fast. Sehr cool, sehr cool. So, so, so. Wunderbärchen. Jean, einmal. Get the latest development version. Hier haben wir die letzte offizielle Version. Das reicht für uns. Und die 4.1 wird bis 2024 unterstützt. Naja, dann ist es so. Also wir werden dann 2024 dann das halt eben nochmal wechseln müssen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Das ist ein Problem vom Zukunftsschon. Dann lasst uns mal auf die Dokumentation gehen. Und erst mal auf die... Erst mal, lasst uns mal ganz kurz das Tutorial ganz, ganz grob durchmachen. Nicht groß, nicht groß. Nur, dass ich so ein bisschen weiß und ihr so ein bisschen wisst, was wir eigentlich dann machen werden. So, also. Ich werde jetzt erst mal ein neues Python Objekt oder Python Projekt erstellen. Django Projekt erstellen. Wir haben hier schon unsere Version drin. Das haben wir eben gecheckt. Und jetzt müssen wir ein neues Projekt erstellen. Und das mache ich in dem Fall mit Django Admin Start Project My Site. Und dazu sage ich jetzt einfach mal, möchte ich hier drin einen neuen Ordner erstellen, den ich Source nenne. MkDia Source. Und in diesem Source möchte ich einen neuen Ordner erstellen. Das nennt sich dann... Also Fontend. Und ich nenne es einfach mal Django Event. Ich nenne es einfach mal... Ich möchte es ja eigentlich... Ich nenne es mal Event Management System. Event Management System. Aber das mache ich ja direkt jetzt hier drin. In dem Source. Also ich muss Django Admin Start Project machen. Django Admin Start Project. Django Admin wurde nicht gefunden. Wurde nicht gefunden. Das ist nicht gut. Ansonsten muss ich dann nochmal in die Environment rein. Ach, Python 3 vielleicht. In Python 3 funktioniert das. Jetzt muss ich hier das reinbekommen, dass wir das Django Admin drin haben. Ansonsten gehen wir in ein Environment rein. Wenn ihr das hier nicht findet, ist blöd. Lass mal schauen. You'll need to avoid naming projects like Django or Test. Das sollen wir nicht machen. Das ist gut. Machen wir. We're should this code live. Ne, ist egal. Ja, ich möchte jetzt aber hier erstmal nur mein Django Projekt erstellen. Also ich war schon mal soweit. Ich war schon mal soweit. Well, assume that you have Django already installed. Okay. Ich kann mal schauen, dass ich mir das mal selber schnappe. Dann gehe ich mal in User. Share. Ist das vielleicht ein Share? Ja, Python 3. Ja, lass mal da reingehen. Was haben wir hier? Runtime B. Depp Python. Dist. Ist noch was anderes. Ich möchte eigentlich eine Installation mit Pip mit sudo-Richtem. Ach, wo schreibst du? Ja, das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Danke dir. Ja, sudo pip. Judo pip 3 install Django 4.1. Passwort. Das wüsste ich. Das wüsste ich. Lass mal reinschauen. Danke dir. Danke dir, Christian. So. Ich glaube, du hast Django falsch geschrieben. Ja. Danke. Wenn ich euch nicht hätte. So. Event Management is not a valid project name. Okay. Müssen wir wahrscheinlich so machen. Mit Unterstrichen. Ja, schau mal. Dankeschön euch. Vielen, vielen Dank. Wenn ich euch nicht hätte. So. Event Management System. Jetzt haben wir hier unser Ding. Wir haben hier unser Init.py. Das ist quasi, wo das dann startet. Wir haben Settings. URLs.py. Wsgi.py. Genau sowas in der Richtung. So. Ein paar Settings und so. Perfekt. Dann. Haben wir jetzt unser Projekt. Und wir haben jetzt hier. Haben hier sowas mit Manage.py. Ich sehe jetzt nichts. Doch, Manage.py haben wir auch. Ja, klar. Okay. 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 Ich zeige euch das vielleicht nochmal kurz im Ordner. Ich finde das manchmal so übersichtlicher. Lass mal in Temp gehen. Und dann Event Management System. Wo ist denn Event Management System? Hier Source. Event Management System. Und dann haben wir hier unseren Manage.py. Und dann haben wir hier unser Modul. Unser Django Modul. Py Event Management System. Das ist sozusagen unser Basismodul. Und wir können verschiedene Module dazu schreiben. Das ist so, was wir damit machen wollen. So. Okay. Dann würde ich sagen. Haben wir das schon mal soweit? Genau. Also mit der Manage.py tun wir ganz viele coole Sachen machen. Wir können ja unseren Server run in. Wir können das einfach mal just for fun machen. Und dann können wir auch direkt sehen, was das dann so ist. Dafür gehe ich hier einfach mal. Gib einfach mal Python. Aber ich gebe mal Python 3 ein. Und hier haben wir noch den Team Manage.py. Wir müssen noch einmal reingehen. Dann lass mal hier in das Event Management System reingehen. Und jetzt hier mit Python 3. Manage.py. Und dann gebe ich hier mal run server ein. Und jetzt sollte er einen Server starten. You have 18 unapplied migrations. Und the port is already in use. Mein port 8000 ist schon in use. Oh nie. Erstmal schauen, was da noch drauf läuft. Habe ich noch irgendwas im Docker laufen? Da habe ich noch verschiedene Sachen. Da ist auch ein port 8000 geused. Mein Portainer hier. Dann stoppe ich den erstmal. Docker stop. Die brauche ich eigentlich erstmal nicht mehr. Einmal den hier. Und dann einmal die MariaDB. Stört mich jetzt auch nicht. Aber das haue ich jetzt auch mal runter. Zack. Einmal hier rein. Danke. So. Und ein Bärchen. Aber das ist soweit. Wird auch gestoppt. Super. Und jetzt probieren wir es nochmal. Mit Python 3 Manage.py. Ja. Das sieht besser aus. So. Okay. Also. You have 18 unapplied migrations. Ja. Django Migrations ist so ein Tool, womit man dann Sachen besser refactoren kann. Würde ich mal sagen. Ja. Wir haben hier Admin, Auth, Content-Type, Sessions, Python, Manage, Migrate to apply them. Ich glaube das mache ich auch gleich mal. Wobei ich glaube das kommt noch gleich mit. So. Jetzt haben wir hier unseren Web-Server. Und wenn ich da jetzt mal drauf klicke, sehen wir hier. Django is working. Perfekt. Perfekt. Genau so wollen wir es haben. Aber ich werde das mal in dem anderen Browser machen. So. Genau. Check. Wunderbar. Also. Das Ganze worked jetzt erstmal hier. Und genau. Jetzt müssen wir mal reinschauen. Dass wir uns hier mal ein bisschen durchwurschteln. Generell werde ich jetzt erstmal als Datenbank auch SQLite verwenden. Also ich werde jetzt erstmal kein MySQL Server noch zusätzlich mit reinnehmen. Das kann ich dann später im Deployment machen. Jetzt fürs Programmieren reicht es komplett eine SQLite. Ich glaube es wird wahrscheinlich immer eine SQLite reichen. Weil so krass viel wird das Management-System jetzt nicht an Performance brauchen. So. Genau. Just kidding. Schreibt der Ware-Moz. Ja. Schöne Grüße nach Frankfurt. Port 8000 schon in Use. Dann bringt es ja nichts. Festplatten, Lösche und PC. In die Kühltruhe. Absolut. Ja. Stimme ich zu. So. Also. Wunderbar. Also irgendwie wird es ja auch echt warm hier in meinem Raum. Ich habe extra mal die Fenster zugemacht. Weil ich direkt an der Straße wohne. Ja gut. Fast jeder wohnt direkt an der Straße. Aber an einer vielbefahrenden Straße. Und das. Damit ihr nicht ganz so viel Lärm habt. Ja. Von daher werde ich mir nur heute einen abschwitzen. Das ist okay. Das ist okay. So. Also. Lasst uns mal weiterschauen. Ich habe jetzt hier meinen Server. Und wir sind am Worken. Und Port 80 passt für 8000. Passt für mich. Das ist mir jetzt erstmal komplett egal. Und jetzt können wir hier eine neue App generieren. Und das werden unsere App-Users machen wollen. Also wir sagen Manage by Start-App-Users. Und dann erstellt er quasi ein neues Modul hier. Also hier sind unsere Module quasi. Und dann erstattet er hier ein neues Modul. Dann unser Users wahrscheinlich. So müsste man das denke ich machen. So. Write your first you. Das machen wir gleich. Wir machen jetzt erstmal hier unsere neue App-Users. Dafür sage ich in dem Fall. Ich spende mal den Server. Und dann sage ich hier Manage by Start-App. Und dann gebe ich hier mal. Ich mache es mal ein bisschen größer für euch. Ich hoffe, dass es nicht. Ja, aber dann seht ihr es auch nicht. Weil ich da vor bin. Dann mache ich es mal wieder kleiner. So. Manage by Start-App-Users. Gebe ich die Eingabe-Taste ein. Und dann haben wir jetzt hier ein neues Modul. Users. So. Und in diesem Users-Modul bewegen wir uns erstmal. Also die Event-Management-Systeme ist unsere Haupt-App. Und die ist quasi unsere App, die wir so nutzen können. Man könnte wahrscheinlich, wenn ich krass wäre, eine User-Verwaltung direkt von Django schon selber nehmen, die jemand selber geschrieben hat. Aber da lernt man erstens nichts. Und zweitens, ich habe noch nie mit Django so richtig krass gearbeitet. Ich sollte, wenn dann, glaube ich, immer ein eigenes Users-Modul dann schreiben. So. Und in dem Fall möchte ich einmal in der Views.py, das ist einmal dieses Dokument hier, dort kann ich meine erste View erstellen. Dass man da mit einem Webbrowser quasi draufkommt und dann da irgendwelche schönen Sachen anzeigen lassen kann. So. In dem Fall möchte ich jetzt in dem Fall hier dev-index-request-http-repons-und-so-weiter. Also wir erstellen eine neue Version mit Index und Request und erstellen eine neue HTTP-Response, die wir hier erstmal importieren müssen. Zack. Und können wir sagen, Hello World, you are at the Pulse-Index. In dem Fall User-Index. So. Gut. Und jetzt müssen wir in unsere URL.py das eintragen, dass man das erreichen kann. Die URL.py ist... Ist... Hier haben wir eine URLs.py. Ist es wirklich diese URLs.py? Ne, wir haben eigentlich eine Pulse URLs.id. Brauchen wir auch noch. Das heißt, ich muss hier eine neue Datei erstellen und erstelle die mal und nenne die mal URLs.py. Das erkennt dann Django selber. Also Django ist so ein bisschen Magie. Du gibst ein paar Dateien irgendwelche Argumente und dann interpretiert das Django selber und sagt, ah, okay, jetzt will er hier eine neue Webseite und dies und jenes. Also das ist so ein bisschen Hokus-Pokus für den Anfang. So. So. Arbeitest du bei Programmieren mit mehreren Monitoren und dann wickelst du alles auf einem ab? Nutzt dafür aber die Arbeitsflächen? Ich nutze, mache eigentlich, also ich habe hier drei Monitore um mich rum und wenn ich normalerweise programmiere, dann habe ich das auf dem einen Bildschirm, das auf dem anderen. Aber für euch zum Zeigen nehme ich jetzt natürlich nur eine. Aber ansonsten nehme ich natürlich mehrere. Habe eine Frage. Läuft Django auch auf einem armen Raspberry Pi? Habe es nicht zum Laufen bekommen? Da fragst du den Falschen, da fragst du den Falschen. Ich glaube schon, dass du das irgendwie zum Laufen bekommst. Ja, Django ist pures Python 3, darum sollte es auch auf ARM laufen, schreibt es ihm die Amigana. Hätte ich auch gesagt. Nee, also ich denke schon, dass du das hinbekommst. So, und in diese URLs.py trage ich jetzt mal ein bisschen was ein. Django URLs, Import Path. In dem Fall legen wir halt verschiedene URL-Patterns an, wo wir halt sagen können, okay, gut, wenn ich jetzt das in meine Adresszeile eingebe, dann soll der eben in dieses Views.index starten. Dieses Views.index haben wir ja eben hier angelegt. Und das hat den Namenindex. Ich weiß nicht, gerade noch gar nicht, wozu der Nameindex ist, aber jedenfalls die beiden, die könnte ich mir schon mal zusammenreimen. Wozu steht dann Nameindex? Lass mal schauen. Index. Sehe ich jetzt hier nicht. Boah, keine Ahnung, keine Ahnung. Macht ja nichts. So, okay. Write Your First View haben wir ja schon gemacht. So, das haben wir jetzt da drin. Und die URLs.py können wir jetzt auch nochmal unsere Admin. Und dann können wir sagen Admin Sites. Ah, okay. Ah, okay. Und jetzt gehen wir in die URL von unserer Haupt-App. Ja, weil das ist jetzt ja unsere Neben-App, unsere User-App. Und unsere Haupt-App ist eigentlich diese Event-Management-Systeme. Und hier haben wir ja schon die URLs. Und hier haben wir schon unsere Path-Admin. Wenn ich jetzt hier beispielsweise direkt Admin eingebe, Admin, dann komme ich hier ins... Ah, ich, dafür muss ich natürlich den Spaß wieder starten. Äh, zack. Und wenn ich jetzt das eingebe, ja, dann komme ich in die Admin, äh, Administration. Das ist sehr, sehr cool. Da kann ich direkt, ähm, schon so viel, viel debuggen. Das ist sehr, sehr cool gemacht. So. Ähm, aber in dem Fall möchte ich jetzt hier einen neuen Path hinzufügen. Und den nenne ich jetzt einmal Users. Und zack, hier einmal das hier. Und dann brauche ich einmal Users. Dort wahrscheinlich brauche... Ja, da muss ich mal nachschauen. Hm, 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 hm. You... Ach so, include polls.urls brauche ich in dem Fall. Also include... Okay, also wir inkluden quasi eine weitere, ähm, urls-Datei. Include users.url. Reicht das? URLs. Das soll reichen. Mhm. So, und muss ich hier Users importieren? Hm. Ich habe keine Ahnung. Was importieren wir damit? Vom Django URLs import Path, import Admin, import Include. Und wo habe ich jetzt meinen Users? Vom Event Management System import Users. Ja. Import Error. Cannot import Users from Event Management System. Ja, also irgendwie, ähm, müssen wir da mal schauen, was wir da importieren müssen. Vom Django URLs import Include. Und, ja genau, wir haben nämlich ein falsches Include hier. Wir brauchen hier noch ein, muss ich hier ein Komma hin machen? Ja. Include brauchen wir hier. Und jetzt, wenn wir das richtige Include haben, dann müsste der das anscheinend finden. Aber er findet immer noch nicht Users. Dann lassen wir mal schauen, wo wir Users reinmachen können. Ah, ich muss das ganz einfach in einen String packen. Da kommt zwar immer noch ein Fehler. Users.urls. Ah, weil ich jetzt hier noch ein Komma reinschreiben kann. Äh, und was sagt er denn? Was sagt er denn? Exception in Thread, Main Thread hier und so weiter, ne? Module Object is not iterable. Resolvers.py Wir haben ja auch keine, keine Ahnung. Module Object, aber fixen. Was schreibt ihr denn, bevor ich hier, ne? Hier mich durchsehe? Okay, Python war zu alt, jetzt geht's wunderbar. Ah, das ist zu beim, genau, haben wir soweit. Okay, supi. Also, ich muss jetzt hier schauen, das wird den Fehler hier. Besitigen, run server base, urls.py, return check resolver. Was ist denn hier schon wieder los? Was ist denn? The included url.conf.module, users.urls. Does not appear to have any patterns in it. Das müssen wir ja natürlich auch abspeichern, ne? Mhm, ja, man muss die andere Datei auch abspeichern. Dann sollte es auch funktionieren. So, und wenn ich jetzt hier auf Users gehe. Hello world, you are at the user index. Mega, da ist unsere View. Mega, das ist das, was wir vorhin da reingeschrieben haben. Ja, so ein bisschen hokus pokus. Und die haben eben gesagt, okay, gut, du musst jetzt diese URLs hier importieren. Und in diesem URL sagen, war okay, wir müssen dir diese View hier geben. Und diese View, die haben wir jetzt hier ja vorhin erstellt. Mit dem Hello world. Also nur ganz, ganz wenig, ne? Nur HTTP-Response und da sind wir. Wunderbärchen. Dann haben wir das jetzt soweit. Unsere erste View haben wir. Das kriege ich alles hin. Argument name. Naming your URL lets you refer to it unambiguously from elsewhere and Django. Especially within templates. Das heißt, ich könnte jetzt hier anscheinend auch URLs.index dann eingeben und dann, also nicht zu include. Also jetzt könnte ich beispielsweise jetzt hier, ich probiere einfach mal aus, um das nachzuvollziehen. Path users2, ich mach das mal in den richtigen hier, users2, slash. Das slash kommt da noch rein. Und dann sag ich in dem Fall, users.urls.index wahrscheinlich. Irgendwie so. Kann ich das dann einbinden. Aber wie genau, dafür muss ich das Users erstmal finden. Und von daher lass ich das, glaube ich, mal. Weil das haben wir ja eben nicht gefunden hier drin. Ja, okay. Irgendwie so wird das dann funktionieren. Also ist dann eine Referenz in dem Django selber. So, Database Setup haben wir ja eigentlich schon drin. Wir haben hier schon SQLite drinnen. Das ist erstmal gar kein Stress. Und wir können hier Models direkt reinfügen. Und das möchten wir machen. Also ein Modell ist einfach, oder ein Model ist ganz einfach ein Speicherformat für unseren User dann. So. Und hier kann ich dann sagen, Class Question, Class Choice und so weiter. Genau. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, dieses User in eine eigene App zu schreiben. Also ein eigenes Django-Modul. Und dann das andere nochmal ein eigenes Django-Modul. Hat da jemand von euch zufällig Erfahrungen? Kann da jemand von euch helfen, dass ich hier das User Management in ein eigenes Ding schreibe? Das Event Management in ein eigenes Ding? Wobei User Management würde ich auf jeden Fall in ein eigenes schreiben. Und das Event Management würde ich dann, hm, 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 hm. Also das Sponsor-Package, das könnte ich in eins schreiben. Event Management nicht, aber vielleicht das Lecture. E-Mail kann ich auch nicht in eins schreiben. Okay. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich mache mal ein paar mehr Apps eher. Und werde mal schauen, wie ich mich da so durchfriemel. Vielleicht macht es auch keinen Sinn. Mal schauen. Notfalls bauen wir alles am Ende um. So. Gut. Ja, das macht mehr Sinn. Äh, was macht mehr Sinn, Wolf? Sorry, tut mir leid. Weiß jetzt nicht genau, was du meinst. So. Also alles ins Eins oder alles so, wie ich das gerade mache. So. Also, from DjangoDB import Models machen wir in dem Fall. Ich probiere mir das einfach mal rein. Und dann passen wir uns das an. Also wir brauchen unsere Models.py. Die gibt es hier schon. Und jetzt kann ich hier sagen, ähm, jetzt kann ich hier verschiedene Models erstellen. Und ich brauche hier in dem Fall eine Class User. Und die ist abhängig von Models.model, weil das wohl anscheinend immer jedes Model ist, indem ich das hier definiere. Und jetzt kann ich hier meine einzelnen Felder definieren. Mehrere Module. Okay. Sehr gut. Danke, Wolfox. So. Ähm, das heißt ich, ähm, was braucht eigentlich ein User? Ein User braucht erstmal eine E-Mail-Adresse. E-Mail gleich Models dort. Was gibt es denn hier? E-Mail-Field. Nehmen wir uns doch direkt schon rein. Dann sagen wir einmal einen Vornamen. Ähm, surname ist, warte mal, surname ist der Name und surname ist der Vorname, ne? Surname ist gleich Models dort. Wahrscheinlich ein Charfield dann, oder? Das ist String, gibt es ja nicht. Charfield, denke ich mal. Ne? Und da können wir eine Max-Length eintragen und ich finde die Max-Length von 200 schon viel. Ich sag glaube ich 100, ne? Das reicht. Also, ich mach das mal ein bisschen mehr, lieber ein bisschen mehr als zu wenig, ne? Weil wenn jemand einen ganz speziellen Namen hat, dann muss man da, ja, schon eine relativ lange, äh, nicht mal so, relativ viel Platz bieten. So, okay. Jetzt haben wir das. E-Mail, surname, name. Haben wir soweit drin. So. Schauen wir mal weiter. Was können wir denn sonst noch reinnehmen? Ansonsten schaue ich mal, ich glaube ich spick mal in mein altes Event-Management-System. Ha, 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 ha. Ähm, dafür gehe ich hier mal auf server-gen.di und dann ist hier das altes UCM. Gehe ich mal drauf. Mhm. Jetzt. Hm, möchte ich nicht speichern. So, und jetzt, äh, also das ist sozusagen unser altes Event-Management-System. Das ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht. So, ich möchte jetzt mal auf die Kontakte gehen. Auf die Kontakte, auf die Kontakte, äh, Kontakte sind irgendwo hier Kontakte. So, jetzt sind hier natürlich verschiedene Namen, die möchte ich eigentlich nicht alle zeigen. Jetzt sage ich mal Kontakt erstellen und jetzt sehen wir hier. Ja, ich möchte mir das einfach nur mal so nehmen, was man da so reinnehmen kann. Telefonnummer ist wichtig, ja. Ne, über 18 Jahre alt, das habe ich selber reingefügt. Also, manche Sachen kann man auch schon selber reinfügen in dieses alte Management-System. Aber so richtig geil ist das nicht. So, ähm, von Name und Nachname haben wir Anrede. Machen wir eine Anrede rein? Ich habe eigentlich keinen Bock auf eine Anrede. Ich mache mal eine Anrede mit rein. Anrede heißt, was auf Englisch? Ich werde auch ein Lingui brauchen, Lingui.com. Anrede heißt Address. Address ist gleich Models. Eigentlich in dem Fall eine I-Namen wäre ganz gut, oder? Was steht hier in, äh, in dem drinnen? Hier steht, ähm, genau, Herr, Frau, Doktor, Professor. So, okay, hier Frau, 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 weil Mrs., Miss und wahrscheinlich doch irgendwas mit verbindet im Englischen, ne? Herr, Frau, Doktor. Ich mache hier erstmal keine Anrede rein. Die können mich mal. So. Ähm, ist ja unser eigenes Management-System im Ende. Ja, wunderbar. Surname ist Nachname. Surname ist Nachname, als ob. Ja, okay, danke. Ähm, dann wäre man das, ja, okay, ne? Ja, also, ich schreibe sie mal hin. Äh, so gehen Kommentare in Python. Ähm, Nachname. So. Gut, äh, dass das für ein und alle mal geklärt ist. Dann haben wir das soweit. Und ich möchte einmal weitergehen. Wir möchten einmal die Internetpräsenz hinzufügen. Äh, den Firmenname, wenn wir einen haben. Das heißt einmal, ähm, Website. Models.charfield.maxlength gleich. Oder kriegen wir vielleicht ein bisschen mit URL zusammen? URL-Field. Mega. Nehmen wir. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir. Dann Website haben wir. Ähm, Internetpräsenz haben wir. Ja, genau, Firmenname, ähm, Company gleich. Mache ich erstmal nur ein Charfield. Models.charfield. Und dann MaxLength. 100, glaube ich, passt auch, ne? So. Okay, haben wir das. Dann brauchen wir, nachdem wir das haben, über 18 Jahre alt ist eigentlich eine gute Sache. Über 18 Jahre alt. Over 18 nenne ich jetzt einfach mal gleich Models. Models, da sagt er mir gleich, genau, Models, Punkt. Eigentlich brauche ich nur ein Boolean. Newid-Field, Decimal-Field, Big-Integer-Field, Big-Integer-Field, Big-Integer mal auch, Value. Äh, was haben wir denn hier? Boolean. War das hier? Binary-Field? Binary-Field ist er eigentlich, ne? Ein Boolean-Field, nehmen wir das doch. Nehmen wir das doch. So, over 18 haben wir auch. So, ansonsten, den privaten Jitsi-Raum, öffentlichen Jitsi-Raum, das generiere ich mir selber. Privater Jitsi-Raum-Passwort generiere ich mir auch selber. Obwohl das Passwort ist, können wir schon abspeichern. Ähm. Ähm. Ja. Ähm. Secret. Clients. Secret. Wir brauchen auf jeden Fall auch ein Passwort, sowieso. Also einmal hier, Passwort gleich, Models, dort, gibt's ja irgendwas mit Passwort. Weil ich will ja eigentlich das Passwort-Field nicht direkt im Klartext abspeichern. Das möchte ich nicht. Date in Exist Exhibition Field. Man kann bei einem Default-Wert festlegen. Ich würde bei over 18 machen. Oh, das ist eine gute Idee. Das können wir gleich mal machen. Ähm, da hast du recht. Da hast du recht. Da muss man weniger eingeben. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Genau, wenn ihr da Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt das rein. Äh, ich such mal nach. Ähm. Django-Passwort-Field. So, ich tue auch mal ein paar Sachen schließen, weil ansonsten wird's wieder zu viel hier. So, zack. Free Music, das haben wir auch mal weg. Äh, Django-Models-Passwort-Field. Schauen wir mal. Ah. Ne. Wir wissen ja, Forms. Wir wollen ja erstmal nicht Forms. Wir brauchen, wir brauchen das im Model. Hey, wir brauchen das im Model. Da, Modelform. Model-User. Class-Meta. Was ist denn Class-Meta? Model-User. Passwort. Char-Field. Okay, 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 okay. Und den Passwort, okay, 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 okay. Was sagen die hier? Die sagen einfach Char-Field. Die hauen das Passwort einfach so rein. Hm. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. So, hat es einen bestimmten Grund, wieso es ein Python-Projekt mit Django ist und kein Java-Projekt mit Netty? Denn Java müsste, soweit ich weiß, etwas stabil sein und hat durch kompilierten Code direkt auch eine bessere Fehlererkennung, sowie es ist schneller bei vielen Anfragen, wie die sein könnte. Und es ist nicht so kritisch mit den Leerzeichen. Also, Java gibt es ja auch, Spring und so. Ich habe mich mal für Django entschieden, einfach weil ich Python sehr mag und weil mir Django in der Hinsicht genau richtig vorkommt in Bezug, was man machen muss, was man selber machen muss und was einem Django selber abnimmt. Ich habe mich entschieden zwischen Spring und Django und da habe ich jetzt einfach mal Django genommen. Aber, ne, ich sag mal, eine dreitägige Recherche darüber habe ich jetzt jeweils nicht gemacht. So. Guten Abend für Linux. Mint Laptop nutzt mein Gerät. Läuft seit Linux mit 21 nicht mehr so heiß. Außerdem läuft es noch stabil und zufällig ist. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. So. Okay. Wunderbar. Also. Wunderbar. Dann nehmen wir jetzt halt hier erstmal, hilft ja alles nichts, nehmen wir hier ein Klarfeld. Speichern wir das erstmal ein Klarfeld ab. Dann kann man ja dann nochmal verschlüsseln. Jarfield. Ich mache das mal mit MaxLength gleich 256, dass wir hier ein SHA256 rein speichern können. So. Und dann sage ich mal, ähm, Private Pin Models dot, ja, ich mache trotzdem mal Jarfield. Jarfield. Ich mache das auch mal mit MaxLength gleich 100, weil wenn das ja andere nutzen wollen, können sie es ja auch anders nutzen. Dann machen wir das mal so. Also, das war hier einfach, also wir haben eine private Jitsi-Pin, ne, bei den Leuten, die dann bei den Tox-Tagen teilnehmen, dass dann halt, wenn die dann doch mal den Link auszusehen zeigen in ihrem Vortrag selber, dass dann keine anderen Leute reinkommen und unseren Stream dann crashen, ne. Deswegen gibt es diese Private Pin auch nochmal. Also, die sind eigentlich, äh, genau, passt. So, Private Pin haben wir jetzt hier drin und jetzt haben wir hier sonst noch was für Kontakte selber. Aber, nein, ne, öffentlicher Jitsi, das, äh, mache ich selber, erweitere der Datenspeicherung, äh, ist erst mal nicht wichtig. Telefon, Büro, Nachname, passt soweit. Eigentlich okay. Super. Dann passt es soweit erstmal. Dann sagen wir hier, weg damit. Und jetzt haben wir hier unser User Model. Ist ja gar nicht so viel. Ich habe mir gedacht, dass es irgendwie gefühlt mehr für so einen User. So, vielleicht fällt mir ja noch was ein. So, äh, Choice brauchen wir jetzt hier erstmal nicht. So, und jetzt, ähm, genau. Macht, äh, Python daraus direkt eine Datenbank, also eine Datentabelle in, also eine Class User und dann kann ich damit ganz viele Users abspeichern. So, passt. Super, super, duper. Lasst uns hier mal, kann ich hier irgendwie neu starten? Ne, ich kann nicht neu starten, ne? Ich mache trotzdem mal STRG-C und Run-Server. Und dann kann ich jetzt hier beispielsweise, wenn ich jetzt hier mal in Admin gehe, also Users, Admin, natürlich nicht so. Vorteilhaft haben wir hier nicht. Ne, okay, wir haben den Admin nur so. Admin, und dann brauche ich hier ein Passwort, das müsste mir hier drin sein, das müsste hier drin sein irgendwo. So, meistens ist es so ein Passwort, was er mir hier irgendwo mal rausschmeißt. Macht das in dem Fall nicht. Not found uses admin ist ja okay, genau, 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 genau. Ich habe keine Ahnung, was er mir hier als Passwort rausschmeißt. Vielleicht hat er es mal ganz am Anfang gemacht. Schauen wir mal ein bisschen weiter nach oben. Aber ansonsten ist es nicht so wichtig. Ja, dann schauen wir erstmal nicht in den Admin rein, ins Admin-Feld rein. Weil da können wir jetzt ja halt direkt die User-Tabelle dann halt erstellen. So, ähm, das reicht jetzt erstmal mit Models. Ich bin soweit drin, was Models sind, Activating Models. Installed Apps kann ich hier in Settings.py von der MySite machen. Settings.py. Installed Apps. Ah, okay, jetzt kann ich hier meine App hinzufügen, ne. Installed Apps. Ah, jetzt kann ich hier sagen, make Migrations-Pole. Das machen wir doch mal. Ähm, das heißt, dann installieren wir die, glaube ich, diese Users. Ne, also ich gehe hier mal rein und tue diese, diese User-App hier mal in unsere Haupt-App, glaube ich, jetzt mal reinfügen. So, manage.py in line 17, invalid Syntax. Äh, achso, ich brauche Python 3 natürlich. No installed App with Label User ist natürlich jetzt nicht so geil. Ähm, mhm, 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 mhm. So, jetzt mal Python Manage.py Migrate. Ich mach das mal. Und dann macht er ja schon ein bisschen was. So, Python 3 Manage.py. Habe ich nicht eingegeben. Ich hab das eingegeben. Ich wollte was anderes eingeben. Ich wollte eingeben. Wo steht's? Da. Migrate. Migrate. Zack. Und jetzt nochmal. Run Server. Ansonsten gehe ich mal davon aus, dass es vielleicht schon drin ist. Via Run Server. Jetzt sagt er in dem Fall nicht mehr, dass wir unser Migrate durchführen müssen. Activating Models. Hast du nicht Python? Ist Python 3 installiert mit APT? Nein, habe ich nicht. Das ist eine sehr gute Idee. Das kann ich mal machen. So, Dali. Das ist eine gute Idee. Danke, Markus Tiger. Danke dir. Ja, kann ich mal machen. APT install. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. APT install Python. Ist Python 3. Python ist Python 3 oder Python 2. So, ich mach das mal hier rein. Das setzt wahrscheinlich nur einen Summ-Link um. Geh ich mal von aus. Folgende Pakete werden entfernt. Python 2 Glade. Nee, das möchte ich eigentlich nicht. Nein, das möchte ich nicht. Nee, ich möchte diese Pakete nicht entfernt haben. Nee, dann. Nee, 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 nee. Das mach ich nicht. Weil manche Sachen sind dann noch, basieren auch auf Python 2. Von daher lass ich das mal lieber. So. Also Databases. Hier können wir uns reingeben. Hier ist unsere DBSQL. Language Code ist erstmal egal. Von mir aus kann es auch immer in Englisch bleiben. Ich bin da nicht so. So, aber ich möchte jetzt hier einmal meine andere App installieren. Jetzt hat er es hier nicht gemacht. Schauen wir mal warum. Ich lese mir das nochmal ein bisschen genau durch. Creating Models. Migrate. Ach, Migrate haben wir schon gemacht. Genau, Database Setup haben wir gemacht mit Migrate. Und dann Creating Models haben wir gemacht. Activating Models. Das wäre jetzt auch die Sache. Manage.py makeMigrations. Und dann muss ich hier mal Users eingeben. Ne? No installed app with label users. Ja. Aber da ist doch eine drin. So, hier steht ja schon was mit Migrations. Das ist jetzt alles eigentlich auch nicht so wild. Aber warum sage ich in dem Fall. Ich frage mal, ich frage mal, ich frage mal, Tante Google. Beziehungsweise Tante Ecosia. Django migrate. Ne, makeMigrations. MakeMigrations. No app with label. Hier müssen wir erst in die AppConfig eintragen oder installed app, then in your settings.py. Dann kann ich das mal in die settings.py reinhauen. Vielleicht muss ich auch einfach nur genauer lesen. Das mag natürlich auch sein, dass die hier zuvor geschrieben haben, dass ich das reinschreibe. So, warte mal. Also, activating that small bit of model code gives, genau, a lot of information. Genau, wir machen create table und so weiter. Apps are pluggable. You can use an App in multiple projects. And you can distribute Apps, genau. So, to include the App in our project, we need to add a reference to its configuration class in the installed app setting. The PulseConfig class Pulse.apps.py file. So, the dotted path is Pulse.app.pulseConfig. Ah, und das muss ich da reinfügen, ne? Hm, ja. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Und hier in dem Fall habe ich Users. .apps. UsersConfig. Aha, ja, schon viel besser. Schon viel besser. Wunderbar. Also, jetzt ist unsere Migrations drin und unser User-Model ist jetzt auch in diese SQLite-Datei drin. Das ist sehr schön. Haben wir aktiviert. Genau, und jetzt sagt er hier, activating Models. Wir haben jetzt das gemacht. You should see something like that. Haben wir gemacht. Python Managed Py. So, okay, by running make-migration, you're telling Django that you have made some changes to your models. Okay, also you müssen das immer ausführen, wenn wir unser Model geändert haben. Migrations are how Django stores changes to your models. Ist klar, genau. There is a command that will run the migrations for you and manage your database schema automatically. That is called migrate and we'll come into a moment. But first, let's see what SQL that migration would run. Ja, ach so, ja, da kann man sich das anschauen, was sie da machen. Das ist vielleicht später cool, wenn man größere SQL-Daten hat und auch wichtige SQL-Daten, dass man schaut, hey, was macht er eigentlich? Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Genau, und dann können wir sagen, manage, py, migrate und dann macht er das, glaube ich, auch schon automatisch. Okay, playing with the API können wir hier mit der API auch direkt selber spielen. Wir können also direkt sagen, Q.save, eine neue Question quasi hier in unserem Model und so. Das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Brauche ich jetzt aber erstmal nicht. Class Question, Class Model Choice. Da gehen wir dann später drauf ein. What was published recently? Also hier können wir auch direkt Devs dann reinhauen. Beispielsweise würde ich jetzt hier, können wir direkt schon mal sagen, ähm, init, nee, unsere Models.py kann ich hier direkt reinschreiben. Also ja, unsere Models.py, ne, wenn ich das so richtig sehe. Das ist unsere Models. Genau, Models.py. Und jetzt kann ich sagen, hier, Dev, get private Jitsi URL. So, achso, nein, das ist ja, kommt ja dann Mist, was ich hier mache. Get private Jitsi URL. So, das wäre einmal das hier. Und dann kann ich sagen, return. Und jetzt brauche ich eigentlich nochmal eine Konstante, eine große Konstante, die irgendwo drin steht, die ich nicht drin haben möchte. Kann ich hier Konstanten definieren im Settings.py. Wobei, das wird, glaube ich, schwierig, das durchzuleiten zu Users. Ich möchte halt natürlich nur an einer Stelle meine URL definieren, meine Jitsi URL und möchte die nicht tausendmal definieren. Ich mache es erstmal so. Das können wir uns als To-Do aufschreiben. Also in dem Fall beispielsweise jitsi.tux-tage.de und dann möchten wir hier einen String haben und diesen String möchten wir befüllen mit dem, kann ich direkt hier Name sagen? Name, doch, müsste so weit klappen. Name. Ich möchte ja einen String daraus haben, ne? Ich möchte ja einen String daraus haben. Ich möchte ja einen String daraus haben. Kann ich das machen? Punkt Choice Text. Also Self. Okay. Ich schaue, dass ich hier irgendwie Text rausbekomme. Gibt es irgendwas mit Text? Kann ich hier irgendwas mal eingeben? Nee. Schauen wir mal rein, ob wir hier was finden. Name will ich nicht. New will ich auch nicht. Size of will ich auch nicht. String. Ja. Sieht doch gar nicht ganz gut aus. String. Name.String. Genau. Das reicht eigentlich schon. Also Surname brauche ich aber in dem Fall. Surname. String. Ja hier, ist doch gut. Hier, Surname.String. Warum sagt er jetzt hier? Ist noch die Feind? Du blöde Sound. Ist doch die Feind hier. Na, ist doch die Feind. Surname ist die Feind. Mach hier mal keinen Stress. Das heißt, ah okay, das heißt Name ist irgendwas ganz anderes gewesen. Website ist nämlich auch nicht die Feind, ne? Hm, so ein Mist. Ja, warum ist es hier nicht die Feind? Warum, warum ist es hier nicht die Feind? Ach, Self. 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 Surname. Self ist nicht die Feind. Oder was sagt er? Ist not die Feind. Da kann er mich ja mal kreuzweise, ne? So, ähm. Also, warte mal. Hier ist Self.Choice.Tags. So, hier, warte mal. Okay, ach, das ist dann String. Dann kann man hier sein, ach, das sind dann die String-Funktionen, wo man sagt, okay, gut. So kann man Sachen direkt als String ausgeben. Das ist eine nette Sache. Aber ich will jetzt hier sowas. Ah, und ich brauche hier ein Self drinnen. Aha, aha, aha. Es wird langsam, Leute, sorry, sorry, jetzt aber. Surname. Und ich hoffe einfach mal, dass ich hier direkt ein String draußen habe. Ich hoffe es einfach mal. Charfield. Ähm, Surname. Ich, ich, ich lasse es erstmal so. Ich lasse es erstmal so. Das kann ja auch im Großbuchstaben drinstehen. Das ist gar kein Stress. So. Okay. Ähm, return Self.Surname. Passt. Mehr brauchen wir nicht. Und das ist jetzt die Private Jitsi. Ach, Private Jitsi-URL ist bei uns immer hier ganz easy P-Unterstrich. So. Und dann sage ich Get Public Jitsi-URL. Aha. Dev Get Public Jitsi-URL. Und das ist dann bei uns. Und das P-Unterstrich. Reicht. Reicht. Mehr braucht man nicht. So. Natürlich werden es gleich beide Müller heißen. Das habe ich bis jetzt. Das ist eine Sache für den Zukunfts-Genre. Ne. Wenn beide Müller heißen. Wie machen wir das? Ähm. Jetzt könnte man hier eigentlich noch tatsächlich irgendwas Automatisches generieren. Wäre vielleicht auch eine Idee. Aber eigentlich für die Leute dann schöner einzugeben. Ist es dann eigentlich schon das. Von daher würde ich da schon schauen, dass das irgendwie passt. Ansonsten werden wir da auch nochmal uns drum kümmern, wenn es dann soweit ist. Und dafür müssen ja zwei Müllers dann im selben Raum sein und so. Also das wird schwierig. Und das wird zur gleichen Zeit dann. Also von daher lasse ich das jetzt erstmal so. Ähm. So. Also. Wir können jetzt hier ein bisschen mit der API rumspielen. Das möchte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht. Bin ich ehrlich. Ich möchte eigentlich nur weitergehen. Introducing Django Admin. Genau. Mensch.py. Hier können wir User. Ach. Okay. Wir können hier ähm. Enter your design. Ach. Wir können Create Super User machen. Okay. Okay. Das muss ich erstmal einstellen. Das mit. Damit wir hier in unsere ähm. In unseren Admin. In unser Admin Panel kommen. So. Ja gut. Ähm. Unapplied Migrations mache ich gleich. Äh. Username. LeaveBlank. To use Sean. Sean hört sich sehr gut an. E-Mail Adresse möchte ich jetzt. Ich gebe einfach mal. Administration. Add Linux Guides DE ein. Eingabe Taste. Passwort. Nimm ich mal hier. Ein ganz einfaches. Passwort ist too common. Bypass Passibilitation. Create User Anyway. In dem Fall ist es okay für mich. So. Okay. Jetzt kann ich mich als Admin anmelden. Dafür muss ich erstmal hier sagen. Migrate. Migrate. Check. Und jetzt können wir sagen. Run Server. Check. Jetzt läuft das aber wieder. Und jetzt bin ich hier wieder in meinem Users. Und jetzt wenn ich hier mal auf Admin gehe. Dann kann ich mich hier mal anmelden. Und da sind wir. Und dann haben wir jetzt einmal Groups und Users. Ich glaube Groups ist da noch drin. Weil Groups ist anscheinend immer drin. Weil hier ist nämlich keine Groups mehr. Keine Ahnung. Ist aber egal. Wieso nutzt du keine F-Strings? Was sind denn bitteschön F-Strings? F-Strings sind dann nochmal was ganz anderes. Jedes Model enthält automatisch eine ID-Feld als Unique. Oh. Vielen, vielen Dank. Das ist auch sehr gut zu wissen. Ja. Das ist sehr gut. So. In dem Fall nehme ich halt eher die E-Mail als Unique-Field auch nochmal zusätzlich. Also wenn ich sage. Okay. Get User. Dann nehme ich das anhand der E-Mail-Adresse dann. Jetzt könnte ich sagen. Okay. Gut. Die können wir auch direkt mal als Unique. Weißt du was? Die tun wir gleich mal als Unique reinmachen. Und jetzt könnte ich hier einen neuen Nutzer erstellen mit User Password. Password Confirmation. Ne. Weil das ist nur hier Authentifizierung und so. Das ist nicht unser Modul. Das ist nicht unser Modul, oder? Groups. Das sieht nicht nach unserem Modul aus. Das sieht auch noch nicht nach unserem Modul aus. Users und so weiter. Ich glaube das ist sowas von Django auch nochmal drin. Irgendwie so ein. Ich weiß es nicht. Also Users und Groups. Wir haben ja keine Groups und so. Keine Ahnung. So. Was sind denn F-Strings? Einfach mal ganz kurz. Also ich kann auch mal ganz kurz schauen, was F-Strings sind. Aber schauen wir mal rein. F-Strings. Real Python. String Formatting Syntax. Improved. Meine Güte. Ja, das kenne ich. Genau. Genau, 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 genau. Und was sind jetzt F-Strings? String Format. Und was sind jetzt F-Strings? New and Improved Way. Ah, so. Ah, ist auch cool. Achso, F und dann. Ne, ist es auch eine nette Sache. Ich glaube, das ist sogar schöner. Hast du recht? Das nehme ich. Das wusste ich gar nicht, dass das Python kann. Man lernt immer dazu. Vielen, vielen Dank. So, ähm, dann können wir einfach mal just-top-fan reinschreiben. Also das heißt, es geht dann hier so mit einem F und dann sage ich hier self.surname und dann hauen wir das hier rein. Ja, mega. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich aber sowas von. Mh, hauen wir hier rein. Und dann tue ich das P-Unterstrich heraus. So, okay. Und tatsächlich, ne, wenn ich hier irgendwas abspeichere, dann sagt er hier direkt, also Relator hier. Aber in deren Sicht, Make Migrations müssen wir, glaube ich, immer selber ausführen. Ne, so, ich weiß nicht, ob, eigentlich müsste man das nicht ändern, glaube ich, wenn man nur eine Funktion ändert. Aber, naja, sicher ist sicher, ne. So, also jetzt haben wir das soweit. Jetzt haben wir erstmal unser Datenbankmodell erstellt. So. Passt. Ah, okay, jetzt muss ich hier sagen, erstmal in dem Make the Poll App Modifiable in Admin müssen wir erstmal hier Admin.siteRegisterQuestion machen. Und das müssen wir in dem P-Polls-Admin.py machen. Also in dem Fall in Users-Admin.py. Und dann sage ich hier Admin Register und dann Users. User. Ist das im Event Management? Eigentlich ist es nicht unser User im Event Management. User.model. Wir haben ja eigentlich unser, ach doch, Models. Ach doch, das müsste schon sein. Müsste es schon sein. Das müsste es schon sein, meine Freunde. Schau mal. Und dann sage ich hier in dem Fall nochmal nur Module Named. Egal, das kriegen wir schon hin, oder? Nur Module Named. Also irgendwie diese automatische, ich muss hier mal irgendwas für Django installieren. Vielleicht muss ich hier irgendwas Spezielles für Django installieren. In meinem Visual Studio. Ja, das sieht auch besser aus. Install. So, ich hoffe mal, dass sich das nicht beißt mit anderen Python-Modulen, die ich hier drauf habe. Vielleicht macht er mir jetzt hier mal gescheitere Vorschläge, was ich hier importieren will. Das ist ja wirklich Mist, was er mir hervorgeschlagen hat. User. Macht er immer noch. Ich glaube, ich muss das mal kurz neu laden. Ich lade es gleich mal neu. Dafür schließe ich immer Visual Studio und wir öffnen es nochmal und dann macht er das vielleicht. So, User. Genau. Und dann sage ich hier User. Und was schlägt er mir hier vor? User Warning. Ist natürlich jetzt auch nicht so, deswegen. Er schlägt mir nicht vor, was ich hier richtig importieren möchte. Meine Güte. From.models.import. Einfach nur. From.models.import.user. So. Warum müssen wir das selber schreiben? Meine Güte. So. Ja, es ist ja mal auf hohem Niveau. So. Okay. Jetzt müssten wir, wenn wir auf unseren Admin gehen. Zack. Jetzt finden wir hier unsere wirklichen Users. Und können wir sagen Add. Äh, nein. Ich muss hier auf das Ad klicken natürlich. Und jetzt haben wir hier unsere E-Mail. Over 18 und so. Jetzt können wir im Over 18 noch ein Default reinfügen. Und dann können wir hier Passwort, Private Pin. Theoretisch schon so eingeben. Wir möchten das natürlich dann später in einem E-Mail-API selber machen. Aber man kann das hier jetzt erstmal schon schön machen. So. Check. Dann sage ich in dem Fall, passt es für uns. Dann sind wir jetzt hier auch schon drin. Explore the Free Admin Functionality. Das ist mir egal. Das habe ich mir schon mal gemacht. Wir wollen ja hier nur mal ganz kurz durchdiven, dass wir wieder auf dem Stand sind, wovon wir dann weitermachen können. So. Und was möchten die jetzt hier haben? Was möchten die hier haben? Die möchten hier your voting question is. Ich möchte eigentlich jetzt mit Django eine REST API schreiben. Eigentlich REST API und der Rest reicht mir schon. Ich muss das erstmal nicht mehr machen. Ich möchte erstmal keine Views damit schreiben. Natürlich, wenn man Views schreibt, dann sparen wir uns das Angular Zeugs. Ist eigentlich ja schon eine Idee. dass wir uns das ganze Angular Zeug sparen und hier in nur HTML. Also Angular ist am Ende auch nur HTML. Ist zwar ein bisschen schicker vielleicht, aber mir ist das so egal. Mir ist das so egal. Mir ist das richtig egal. So. Render Request Detail.bmode und so. Da tun sie ja ihre Pulse machen. Ich glaube, ich habe die Pulse App schon mal fertig geschrieben irgendwo. Die habe ich schon mal fertig geschrieben. Was machen sie hier? Automated Tests. Why you need to create tests. Basic Testing. Pi Shell. Create tests to expose the bug. Oh. Tests. Ja, das Kapitel habe ich noch nicht geschrieben. Ich bin mal so gemein und überspringe das auch mal. Das ist erstmal okay. Und dann brauchen wir Apps Look and Feel. Jetzt können wir hier CSS dann reinhauen. Okay. Dann können wir hier CSS reinhauen. Okay. Dann geht es weiter mit Customize the Admin Form. Okay. Kann man auch machen. Admin Form. Kann man auch machen. Das ist eine coole Sache. Wir können natürlich eigentlich... Ja, nee. Ich möchte nicht alles im Admin machen. Ich möchte nicht alles im Admin Form machen. Customize the Admin Changelist. Kann man machen. Wenn man da noch eigene Felder rein... Look and Feel. Kann man ändern. Das ist mir eigentlich egal. Admin Index Page könnte man auch ändern. How to write reusable Apps und so weiter. Das ist dann erstmal nicht wichtig. Okay. Also generell, ich muss jetzt mal schauen, wie wir unter Django eine REST API schreiben. Dafür gehe ich mal auf Django Documentation. Ich gebe einfach mal REST ein. Django Write REST API. Schauen wir mal, was das hier so sagt. Also eine REST API ist am Ende quasi ein Service, wo ich quasi eine URL angeben kann. Und je nachdem, was ich eine URL angebe und was ich für eine HTTP-Anfrage stelle, tut er mir dann die Dinge rausschmeißen, also löschen oder er tut mir alles zurückgeben. Ich kann was ändern. Ich kann was erstellen. Das sind diese vier Sachen quasi. Ich weiß nicht, was REST ausgesprochen heißt, wenn ich zu sagen habe. Aber sowas in der Richtung müsste es heißen. So. Also. What is Django REST Framework? Setting up Django in our Application. Django REST Framework. Also wir brauchen hier Django REST Framework. Ich möchte es aber eigentlich ein offizielles Django Tutorial haben, nicht so ein anderes Ding. Django.org gibt es immer noch nicht, was es für eine Seite hat. Ah, Django Project.com haben die. So, wenn ich jetzt auf Documentation gehe. Tutorials, Models, Topic Guides. Topic Guides ist doch gut. Models and Databases. Am Ende ist es ja Handling HTTP Requests. Am Ende ist es ja genau das. Wir brauchen keine Migrations. Wir brauchen keine Managing Files erstmal. Wir brauchen keine User Authentication. Das kommt auch noch. User Authentication. Django's Cache Framework. Conditional View Processing, Cryptographic Signing und so weiter. Das wird da richtig. Sending E-Mail. Da kommen wir auch noch später dazu. Also, das speichere ich mir mal ab. Hier direkt in die Lesezeichenleiste. Documentation Django. Ne, ich das mal. Das ist wichtig. Security in Django. Cross-Site Scripting. Ja, genau das wollen wir. Genau sowas wollen wir. Performance and Optimization ist erstmal egal. Signals, Django Settings, External Packages, Asynchronous Support. Wir können das Ganze auch parallelisieren, wenn wir irgendwann mal wollen. Was spricht deiner Meinung nach gegen React? Ich selber habe mit Angular einfache Erfahrungen schon. Aber React ist sicher auch toll. So. Also, wenn wir dann Angular verwenden. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, ob wir Angular verwenden. Oder uns dann das Leben einfacher machen und dann direkt in Django diese HTML-Sachen raushauen. Aber, ja, ich glaube, ich würde das trennen. Ich möchte das trennen. Weil wir brauchen eh REST-Sachen und dann kann man das eigentlich, ja, ich finde so ein REST-API immer schöner. Kann man modularisieren. So. Genau. Apache und Mod-VSGI. Damit lassen wir das dann später laufen. Aber ich möchte jetzt hier erstmal... Also, hier gibt es einiges. Also, hier gibt es wirklich einiges. Also, Handling HTTP-Request. Hier gehe ich mal drauf. Das ist ja unsere Sache. File Uploads. URL-Dispatcher. Writing Views. Brauchen wir nicht. View Decorators. How to use Sessions. Sessions wird auch später wichtig. So. Also, Process a Request. Ich kann es in dem Fall... Ich mache einfach mal was. Ich mache einfach mal was. So. Also, wir haben hier URL-Patterns. Wir brauchen einen URL-Pattern und hier kommen direkt die Sachen schon rein in die Patterns. Das wird natürlich viel. Path Converters. Registering Custom Path Converters. Eigentlich möchte ich vielleicht ein... Möchte ich das alles in get-variable... Also, in HTTP-Variablen reinhauen. Oder möchte ich das in JSON-Format hin und her schicken? Eigentlich möchte ich das im JSON-Format hin und her schicken. Im JSON-Format hin und her schicken ist doch schön. Django. Get JSON from Request. Your dictionary data in Sender-IDs but view.py you are trying to access a label in URL. Okay. Also, irgendwie wird das da schon drin sein, tatsächlich. Also, ich kann mir ja schon mal ein bisschen was abgucken. Also, die haben hier einmal in der Sender.py. Ich weiß nicht, was die Sender.py ist. View.py. Das sagt mir mehr. So, wir haben hier einmal eine Value Request. Also, Slash-Value wird es wahrscheinlich drin sein. Genau. Und dann sagt er, try data. JSON... Achso, okay. Er will das so. JSON.load. Und was sagt er hier? Also, hier ist es nicht so viel. Okay. Also, ich schaue einfach mal, dass ich jetzt mal was kreiere. Über die REST-API. So, das heißt, wir müssen in URLs gehen. Und dann, nee, in URLs nicht. Wahrscheinlich ist das schon noch das Views-Dokument. Müsste noch das Views-Dokument sein. Dev create request. Okay. Und in unserer request bekommen wir dann die Variable, oder? Print request. Kriegt man doch was. Ne? Values. Ich mache das mal. Ich mache das einfach mal. Dafür gehe ich mal in den neuen Terminal und versuche das Ding mal anzupingen. Das heißt, ich mache erstmal ein cURL minus x get. Also, ich möchte die get-Anfrage stellen. Und dann möchte ich hier meinen localhost, also meinen Server hier. Localhost mit dem Port 8000 erreichen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Das sieht nach irgendwas von Django aus. Ja, das ist Django. So, okay. Und jetzt möchte ich hier aber einmal in den Users gehen. Und möchte es einfach mal so haben. Und dann kommt hier nichts zurück. Not found, sagt er in dem Fall. Aber dann sagt er hier get 404 und get users. Sagt er 301. Aber 301 ist eigentlich keine gute Frage. Ja, okay. Was ist denn? HTTP Error Code 301. Was ist das? Move permanently. Redirect sagt er in dem Fall. Er möchte mich hier redirecten. Aber cURL macht das natürlich nicht. Gehe ich hier hin? Ah, okay. Ich muss Schrägstrich danach eingeben. Okay. Er redirectet mich dann auf das mit dem Schrägstrich. So. Hello World, you are at the user index. Das ist genau das, was wir hier geschrieben haben. So. Und jetzt, wenn ich eine Sache schreibe. Ich gehe meine URLs und füge das mal hinzu. Ich sage mal path create. Ich glaube, ich muss das wahrscheinlich wieder so machen. Und dann sage ich, Komma, views.create. Name gleich create. Ich mache mal create hier nochmal rein. So. Und ich brauche einen richtigen Path. Das sieht besser aus. Und jetzt müsste das ja eigentlich schon klappen. Und jetzt, wenn ich hier einfach mal eingebe. Create. Kommt hier eine 400, wobei 500. Hier kommt eine 500. Object has no attribute values. Also das heißt, wir sind hier reingekommen. Aber wir sind hier. Ich mache das mal in den Vordergrund. Wir sind allerdings noch nicht erfolgreich. Man kann mit dem kompletten String konstruieren und dann einfach zurückgeben. Schreibt es ihm die Amiga. Achso, das ist wahrscheinlich dann nochmal zum String gewesen. Gehe ich mal von aus. So. Wir schauen mal rein. Also das heißt, wir haben einmal unser Request. Was steht in unserem Request sonst noch drinnen? Arcs. Dispatch. Oder ist das root? Ich mache mal Arcs. Ich probiere das mal. 500. Ich printe mal nur die Request. Didn't return a HTTP response. Müssen wir machen. Okay. Wir machen mal eine Response hier. Und sagen mal ein OK. Oder Success. Success. So. Nochmal. Ah, okay. Also wir kommen zu Success zurück. Und was printet der? Der printet eine WSGI Request. Get. User. Create. Das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn ich jetzt hier noch eine Variable hinhaue. Das müsste glaube ich so gehen mit F. Schlag mich bitte nicht, wenn das falsch ist. Name gleich. Ulrich. Punkt. Ich schaue mal schnell, was ist das denn eigentlich für ein Ding? Das ist ein Any. Das hilft mir natürlich wenig. Was ist denn in diesem Request drin? Wie signe ich? Wie bekomme ich denn jetzt hier Request? Request.body. Okay. Request.header. Und Request.body bekomme ich wahrscheinlich. So, lass das nochmal machen. Und dann so. Ah, okay. Wir haben hier Formdata. Name gleich Name. Also jetzt sehen wir hier schon. Name gleich Name. Und da ist Ulrich schon drin. Das heißt, wir bekommen das irgendwie da rein in diesem Body. Aber das kann mir ja richtig, bestimmt schöner zugreifen. Dafür gehe ich nochmal auf die Django Dokumentation. Die ist einmal irgendwo. Irgendwo wird diese schon drin sein. Da habe ich dann noch die Dokumentation. Ansonsten öffne ich sie nochmal. Ich glaube, ich mache sie nochmal neu auf. Oder da oben ist sie, ne? Django Dokumentation. Ne, ist was anderes. So, da war sie. Django Dokumentation. So, Writing Views. Ich schaue auf Writing Views. Vielleicht sehen wir hier was. Date, Time, Body. Return HTML, Current Date Request. Mapping URLs to Views. Ja, ist okay. Aber ich möchte ja mit der Request was anstellen. HTTP 4. Das ist auch mal ganz nett. Hier, Request, Poll ID. Kann ich das einfach reinschreiben. Wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte jetzt hier einmal ein Name. Und dann printe ich den Namen raus. Kann der das? Nope. Ich hätte mich auch gewundert, im Echt zu sein. Hätte mich auch irgendwie gewundert. So, Poll ID ist, glaube ich, mal was anderes. Ach, warte mal. Also, dieser Name, den kann man dann da reinfügen. Ich glaube, wenn ich jetzt hier in URLs gehe. Create. Und jetzt hier einmal. Ich glaube, das habe ich ja irgendwo anders gesehen. Das war mit Name, oder? War das so? Ich weiß es nicht. Lass es mal nochmal schauen. Not found, user create. Also, in dem Fall hat er es jetzt nicht gefunden. Und wenn wir jetzt sagen, hier mal Ulrich. Dann printet er mir Ulrich raus. Okay. Also, wir können natürlich jetzt über die Adresszelle was eingeben. Aber das möchte ich nicht. Das ist dann für die ID sehr, sehr gut. Also, wenn wir jetzt beispielsweise sagen, get. Und dann die E-Mail-Adresse nehmen. Dann wollen wir genau das so. Aber, äh, das wollen wir jetzt hier in dem Fall noch nicht. Wir wollen hier einmal. Wir wollen hier einmal, einmal, einmal. URL-Patterns. Request. Also, wir machen mal hier Django. Get HTTP Variable of Request. Ah. So einfach doch. So einfach doch. Oder? Ist es das? Drop the Printman Indexes. Okay. Das wird es anscheinend schon sein. Also, ähm, wir machen das mal so. So, wir sagen hier in dem Fall, also, das create passt in unserem Fall. Und jetzt möchte ich hier einmal unser request.get. Und dann hier name. Lass mal schauen. Ob das denn so der Fall ist. Query dict not callable. So, da müssen wir nochmal reinschauen. So, da müssen wir nochmal reinschauen. Also, ich gehe hier nochmal rein und probiere es mit einem anderen String. Aber ich denke, das wird es nicht sein. Hm, ich will ja auch nur aus dieser Request irgendwas bekommen. Meine Güte. Aber genau, so ist es halt mit einem neuen Framework. Framework-Request.get.getList. Check this out. Wir schauen hier mal weiter. Wohin geht der? Working with Forms. Building Form ist okay. Django Forms. Class. Ich brauche hier unsere View. GetName. Das ist unsere View. But PyRequest. IfRequest.method. Okay. Hier können wir die Methode schon mal prüfen. Das ist schon mal gut. Und dann können wir hier sagen, Form Name Form Request.Post. Form.isValid. Ah, okay. Oh, 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 oh. Jetzt weiß ich, was du hier meinst. Also, es heißt, wir haben ja unser Get. Das ist unser Get. So, wenn ich jetzt sage hier einmal. If Request.method. Oh nein, das ist mir zu viel. Gleich. In dem Fall möchte ich jetzt. Also, eigentlich in dem Fall ist es wirklich ein Post, was ich dann am Ende einfügen will. Und dann kann ich sagen, Data gleich Name Form. Was ist denn Name Form? Ach, Name Form ist denn Import. Okay, okay. Ah, okay. Dann kann man das direkt dann importieren von den Forms. Das will ich gar nicht. Ich will einfach nur die Request.Post drin haben. Print Data. So. Jetzt möchte ich eine Post Request setzen. Das heißt, ich gebe das hier mal auf Post. Eine 403. Forbidden. Aha. Der CSRF Cookie Not Set. Aha. Okay. Also, jetzt ist es forbidden, weil wir jetzt einen Post aufrufen. Und Post blockiert Django wohl regelmäßig. Oder generell erstmal. Das ist erstmal sehr, sehr spannend. Darum kümmern wir uns gleich. Ich mache das nochmal mit Get. Aber für ein Get-Befehl braucht man ein Ding. So. Ich mache jetzt hier erstmal ein Get. If ist gleich Get. Möchte ich das einfach nur hinzufügen. Beziehungsweise, weißt du was? Ja, ne. Das passt so weit. Wir machen erstmal Request Get. Unser Get will ich einfach mal printen. Und dann mache ich einen Success raus. Dafür muss ich noch eine URL hinzufügen. Das mache ich hier einmal mit einem Komma nochmal. Und hier auch ein bisschen nochmal ein Komma. Und dann sage ich hier jetzt in dem Fall Get. Und dafür gehe ich hier auf Get. Ganz easy peasy. Es macht keinen Sinn. Eigentlich. Eigentlich macht es null Sinn. Aber ich kann hier das besser ausprobieren. Also Post Request kann er erstmal nicht. Das ist erstmal nicht schlecht. So. Query Dict sagt er in dem Fall null. Also er kriegt hier keine Data rein. Er kriegt hier erstmal keine Data rein. Request.get funktioniert irgendwie nicht. Ich will ja eigentlich nur simple HTTP Variablen hier drin haben. Das kann doch nicht sein, dass das so schwierig ist. Template. So. Request.post. Das wird so nicht sein. Irgendwie. Also mal hier. Ich will aus einer Request ein ganz normales Ding rausbringen. Das kann doch nicht so schwer sein, Freunde. Genau. Das ist das, was er gepostet hat. So. Django. Get Data. Get Variable. Of HTTP Request. Okay. Okay. So. Hier haben wir irgendwas. Url Patterns. Get. Result. Er sagt schon das, ne? Result. Und das müssen wir dann in unsere Dinge reinhauen. Aber das hat ja nicht funktioniert vorhin. Punkt. Get. Also das Ding ist ja leer. Das Dictionary. Das Dict ist ja leer. Wir kriegen diesen Namen nicht durch. In diesem Body war das drin, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal den Body sage. Und das dann reinfüge. Dann sollten wir es im besten Fall bekommen. Aber dann ist die Method gar nicht get. Oder ach doch, hier. Ne? Haben wir es ja gesehen. Hier, Ulrich. Das ist schon drin. Das ist schon drin. Das ist in der Form. Ne. Form Data. Content Disposition Form Data. Der kriegt ja das in Form Data rein. Punkt Form. Request. Request Form Data. Lass mal reinschauen. Sending Form Data. Ich will keine Same. Achso, ich brauche erstmal Django nochmal. Django. Get Form Data of Request. Da waren wir ja schon, ne? Der bekommt das hier einfach raus. Der bekommt das hier einfach raus. Ich mach mal dieses Minus X Get weg. Eigentlich müsste das nichts machen, aber vielleicht macht es doch einen Unterschied. Es macht einen Unterschied auf jeden Fall. Und wir kriegen hier ein Verbitten rein. Na, brauche ich hier kein Minus dazwischen. Zack, okay. Also, jetzt gibt es hier mal nochmal ein Verbitten. Das ist jetzt ja... So haben wir jetzt nicht gewettet, Freundchen. So haben wir nicht gewettet. Eine 403. Jetzt will er hier wieder so ein CSRF Cookie. Cross Site oder irgendwas. Weiß ich nicht. Okay, okay, okay. Warum will er das jetzt wieder? Das hat ja vorhin funktioniert, ne? Genau mit dem gleichen Befehl. Ja gut, okay. Aber gut. Also, wir bekommen hier immer noch nichts durch. Warum? Ich gehe nochmal ganz kurz auf das Tutorial, was wir vorhin hatten. Forms. Da müssen wir das ja wieder zurückbekommen. So, vote. Die kriegen das hier aber... Ja, die kriegen das hier in die Int-Question-ID rein. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das ja... Na, Post-Request. Request-Post ist ein Dictionary-like-Objekt, wo wir die Sachen rausbekommen. Ne? Hier, Punkt-Post-Choice. So, Question.Choice Set. Get. Primary-Key ist gleich Request. Request.Post-Choice. Also, das müsste hier ja schon reinkommen. Aber warum kriegen wir das hier nicht durch? Also, Request.Post müsste ja sowas stimmen. Auch Request.Get. Hmm. Also, unsere Request-Method brauchen wir als Get. Und dann sagen wir in dem Fall... Print... Request... ...Punkt... ...Get... ...Brackets war es, ne? Und dann hier... ...Name. So. Eigentlich brauchen wir das im Post, ne? Also, sagen wir ganz einfach... ...Print-Request.Post... ...Name. Und dann hier einmal... ...Name. So. Ich gehe jetzt doch nochmal hier auf die... ...Create. Warum kriegen wir jetzt den 403? Ich möchte keine 403. Okay. Verbinden. Kopieren. Schauen wir mal, dass wir das hier mal kurz ausschalten. Das ist für später super, aber für jetzt blöd. Okay, wir können in unseren Settings... ...In unseren Settings können wir das schauen. Which is why you said receive. Also, wir schauen in unseren Settings Punkt Pi nach. Ob wir das deaktivieren können. Secret Key. Haben wir hier auch nochmal einen? Das ist ja cool. Ähm, Debug True. URL Conf ist auch super. Application ist super. Databases ist auch okay. Auth Password. Also, hier kann man verschiedene... ...Password Validators nehmen. Okay, das ist erstmal... ...kein Stress. Language Code ist... ...okay. Time Zone ist falsch. Ist aber erstmal auch egal für uns. Default Auto Field haben wir auch. Static URL haben wir auch. Hm. Wo kann man denn das hier sonst einstellen? Secret Key. Debug ist ja oft True, ne? Don't run with debug turned on in production. Ja. Das ist nie gut. Das ist nie gut. So, hier sehe ich nichts, wo ich hier die Insecure anstellen kann, oder? If you have set CSF to be true in your Settings, then the cookie will be marked as secure. And therefore will need an HTTPS Connection. Ich setze es einfach mal auf true. Mehr als falsch gehen kann ja eigentlich nichts, ne? So, ich gehe hier mal rein und setze es hier mal auf true. So, ich glaube, ich tue das mal nochmal neu starten. Zack, und wir kriegen das jetzt hin. Jetzt will das nicht, jetzt will das nicht mehr. Aber weil wir hier wahrscheinlich nur noch, hier sind wir noch drinnen, oder? Aha, hier sind wir jetzt noch drinnen. Wenn ich jetzt hier reingehe, weil hier müsste ich ja eigentlich angemeldet sein und ich gebe mein Get ein. URLs, ich schaue das mal ganz kurz auf die zweite Seite, dass ich das Beste besser abtippen kann. Wir sind hier in unserem Create, wollen wir, ne? Wir sind hier im Create und wollen ein Request Method. Ja, warte, wir wollen erstmal eine Get machen. So, das heißt, wir brauchen hier unser users.get. Und dann gehen wir hier einmal rein in Name. Nein, nein, ich muss hier noch ein Name reinfügen, ne? Das geht dann hier so. Name gleich Ulrich. Hier kommt ein Sechses raus. Und wir bekommen das Ulrich raus. Das gibt es ja nicht. Also jetzt funktioniert es. Jetzt funktioniert es. So funktioniert es. Das ist sehr, sehr gut. So, ich will nämlich jetzt mal ein Create machen. Dafür brauche ich eine Post Request. Und das kann man im Browser leider gar nicht so einfach machen. Ja, hier ist unser ZRFS Cookie Set. Wenn ich jetzt hier mal auf F12 gehe und mal auf Memory gehe. Irgendwo. Sources, Storage. Storage ist es, glaube ich, besser. Irgendwo. Irgendwo ist Storage. Console, Sources, Network, Performance. Security. Ja, hier, genau. Application. Und dann können wir hier in die Cookies gehen. Cookies. Und dann haben wir hier unsere Session-ID. Genau. Und wenn wir diesen Cookie mitgeben, dann, genau, ist das gar kein Problem. Ansonsten gehe ich mal mit Postman rein. Mit Postman müsste man das, glaube ich, auch ganz gut machen. Ich habe sogar Postman noch drauf. Postman ist quasi so ein CURL, ein bisschen erweiterter. Und dann muss man das nicht immer eintippen. Und das kann besser mit Cookies handhaben und so weiter. Schaue ich mal, ob ich da weiterkomme. Das ist zum API-Testen super. So. Es startet immer noch. Dauert ein bisschen. Aber so funktioniert es. Das ist sehr gut. Das heißt, wenn wir dann da Post-Variablen reinhauen, dann kriegen wir das auch hin. So, lass mal schauen. Genau. Und jetzt kann ich hier sagen, ja, das sind hier ganz verschiedene andere Sachen noch. Ich mache hier mal ein neues. Ich glaube, das kann ich auch jetzt auch alles löschen. Don't save. Don't save. Und das möchte ich auch nicht safen. Und das möchte ich auch nicht safen. Also jetzt möchte ich hier einmal localhost 8000 users create. Na, das möchte ich. Das ist ein Post. Post. Und jetzt kann ich hier Parameter eintragen. So. Ähm, Parameter. Ich brauche einmal einen Parameter name. Und den setze ich jetzt mal auf Joe. Und jetzt schaue ich mal, was er macht. Send request. Okay, jetzt in dem Fall kriegt er hier auch diese 403 raus, ne? Eine 500. Er kriegt eine 500 raus. Hier ist Status 500. Ich schaue mal, was hier passiert ist. Genau. Er sagt, you called this URL via your post, but the URL doesn't end in a slash. Oh, warte mal. Oh, 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 oh. Ja, users. Ach, okay. Ich brauche hier noch ein create in einem slash. Und wir kriegen den 403. Jetzt wenigstens keine 500 mehr. Also 500 ist internal server error. Und 403 ist, ähm, ist es nicht erlaubt. Ist es für uns nicht erlaubt. Wir dürfen das nicht machen. Jetzt brauchen wir hier irgendeine Autorisation. Cookies. Mhm. Local host. Add domain. Okay, add cookie. Ich kann hier Cookies hinzufügen. Lass mich mal, lass mich mal schauen, ob ich den Cookie von, ähm, dem hier kopieren kann. Wenn ich den hier kopieren könnte. Edit name. Edit name. Header options. Refresh. Delete. Show requests with this cookie. Können wir auch machen. Ich möchte das Ding kopieren. Session ID gleich das. Ich mach mal. Sonst, es ist ja eigentlich genau das, was wir brauchen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, ne? Also, ich geh hier mal auf Postman und sag, Cookie 1 gleich Value. Path gleich was. Ich will ja eigentlich hier, ich will ja mal was anderes hinzufügen. Na ne. Okay, also irgendwie, irgendwie, irgendwie muss ich jetzt hier, sag mal, ZRSF Cookie mit Postman. Das kriegen wir mal nachgeschaut. Einen ZRSF Cookie Postman. Oh, die Seite sieht schön aus. Localhost ZRSF Token. Können wir hier machen. Ach, also, ganz ehrlich, wer hat sich denn das gedacht bei der Webseite und meint, das sieht richtig schön aus. Da kriegt man auch Augenkrebs. Da kriegt man auch richtig Augenkrebs. So, Django has inbuilt ZSRF Protection for requests via unsafe methods. Genau. Cross-site request for forgeries. So, die header should be sent in the request. Ja. Postman is one of the widely used tool for testing APIs. Genau. So, also. Django sets ZSF Cookie on login. After login in, we can see the ZRS token from cookies in the Postman. Das heißt, vielleicht kriege ich hier ein Login einfach hin. Authorization. Ich sage einfach mal Basic Auth. Und sage hier Username, Jean. Und als Passwort das sichere. Und jetzt kann ich hier nur sagen Send. Und wir kriegen immer noch ein Send. Also, wir kriegen immer noch ein Dings. Schade. Also, manchmal funktioniert das. Wenn wir hier eine Basic Authorization reinbekommen und ich mich anmelde, eben als Super-User, dann kriegt man das häufig hin. Aber in dem Fall möchte das nicht haben. Params. Ich möchte Cookies. Ja, okay. Wir müssen das irgendwie hinbekommen. Dafür muss ich da hin. Also, we can grab this token and set it in the header manually. Headers. But this token has to be manually changed when it expires. The process becomes tedious when to do an expires. Ich möchte das irgendwie automatisch machen. Kann ich das machen? Host. ZS token. Headers. In the token, we just need to log in again and ZS token get automatically updated. Ich möchte mich erst mal log einloggen. Warte mal, ich kann ja mal Postman und Django einfach mal eingeben. Vielleicht haben hier Leute noch mal Postman Django. Nee, ich will kein Django Postman. Ich will, wie man das nutzt. Wie man das nutzt. How to use to authenticate in the Django-Rest-Filmberg. Das ist doch schon mal gut. So. In most Django-Test-Frameworks ist es auth slash login. This page has familiar login from when viewed from a browser. Haben wir dieses slash auth login? Haben wir doch noch nicht, weil wir noch nicht unser REST-API aktiviert haben, oder? Wenn es hier irgendwas mit auth login gibt, dann ist er witzig. Nee, not found. Also hier. Hier das bekommen wir rein. So. Und jetzt hier die Session-Value. Cookies. Das ist hier die Session-ID. Das ist aber kein ZRSFS. Ich kann ja mal einen Cookie mitgeben. Vielleicht kriege ich das hin. Cookie. Add Domain. Nee, warte mal. Das haben wir ja eben schon probiert. Das hat ja irgendwie nicht so richtig funktioniert. Weil wir brauchen Name und Value. Vielleicht kriegen wir es ja trotzdem hin. So. Ich mache mal Cookies. Add Domain. Local Host. Und in diesem Cookie möchte ich einmal Value. Gleich das rein machen. Und Name. Gleich. Session-ID. Vielleicht funktioniert es ja. Save. So. Das heißt jetzt Name. Ist ja egal. Oder wir machen Session-ID. Ah. Wir machen mal Session-ID. Session-ID. Gleich. Das sieht schon besser aus. Session-ID gleich. Das da. Save. Session-ID. Schreibt man Session-ID so? Ja. Okay. Vielleicht funktioniert es ja. Send. Verbitten. Hm. Hm. Jetzt haben wir den Cookie doch hier extra drinnen. Authorization. Basic Auth. Headers. Body. Headers. Kann ich hier nochmal reinschreiben. Session-ID. Und hier nochmal. Ähm. Unsere richtige Session-ID. Vielleicht hilft das ja. Send. Immer noch verbitten. Meine Güte. Wie kann so ein Mist so schwierig sein? Die Seite tut vielleicht weh. Ich kann kaum hinschauen. Ja. Ja. Absolut. Ja. Das. Dieses Grün war wirklich perfekt. Ne. Das war echt perfekt. So. Alter. Das kannst du ja nicht machen. Also wirklich. Wer. Wer hat sich das gedacht? Und. Ja. Die haben hier. Und hier sind Leute, die hier wirklich kommentiert haben. Ne. Das sind nur irgendwelche andere Artikel. Okay. Alter. Also wer hat sich das gedacht und gemeint? Ja. Mega. Die Seite. Die möchte ich nutzen. Ne. Die möchte ich bauen. Das hat jemand gebaut, Leute. Irgendjemand muss das gebaut haben. So. Okay. Was sagt er hier? Ähm. Body. Ist mir egal. Genau. E-Mails. Set as of exempt. Genau. Print Request. Initial Data. Ja. Das ist was anderes. Instead of raw data, choose from data in a postman body. Form data. Okay. Ja. Da kann man das dann reinhauen im Post Request. Okay. Das ist gut zu wissen. Das kann ich mir schon mal nochmal abspeichern. Ja. Mirjabar noch kein ZWR-Song. Also warum kriegen wir hier eine forbidden rein? Ich habe dem nie gesagt, dass hier irgendwas forbidden sein soll. Verbitten. Kopieren. Mit dem Browser funktioniert es ja. Postman. Ist ja ein Postman Problem, ne? Mhm. Das ist ein, das ist die, das andere Problem. Der wollte, dass das nicht funktioniert. Form Method gleich. Post. Etc. Ist es ist Token, schrägstrich. Wohin haue ich denn das rein? Wohin haue ich denn das rein? Hier in den Buddy? Nee, oder? Nicht in den Buddy. Werden in den Header. Oder? Form Method gleich Post. Wir sind ja im Form Method Post. Oder kann man das irgendwie kreieren? Form Method. Da musst du mir mal helfen, lieber Webmaster. Danke dir. Ja, aber hey, Geschmäcker sind ganz verschieden. Ja. Absolut. Ja, Geschmäcker sind verschieden und so. Das stimmt schon. Pre-Request-Test. Test-Settings. Script. Ich kann das natürlich da reinhauen. Cancel. Ich mach mal Send. Ja, also das Script wäre es nicht. Da kann ich es nicht reinhauen. Ich muss sagen, ich bin leider ein Leihem mit Postman. Das ist sehr, sehr schade. Das muss ich echt mal machen. Muss ich hier was umstellen. Form Method Post. Also wir haben ja unsere Form Method haben ja schon Post drinnen. Das passt schon, unsere Methode. Headers. Body. Könnt hier Form Data rein schreiben. Aber das ist eigentlich nicht das. Also das können wir dann später machen. Aber da brauche ich jetzt dann erst mal. Enable SSL Verification. Follow Redirects. HD Follow Original. Das können wir auch mal reinmachen. Authorization Header. Remove Referral Header on Redirect. Enable URL. Disable Cookie Chart. Let's use Servers. Gut. Irgendwas protected. Maximum Number of Vitae. Soll ich Send nochmal? Verbinden. Gehen wir noch eine Verbinden raus. Also das ist ja so... nicht cool. Ansonsten schau ich mir mal schnell ein YouTube Video an. Ich schau mir jetzt schnell ein YouTube Video an, wie das funktioniert. Schauen wir mal gemeinsam an. Dafür brauche ich aber YouTube. 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 .com. Kann man suchen. Suchen muss ich einmal. Postman Z. CSRF Token. So, schauen wir mal, was es hier so gibt. CSRF Token gibt es. Haken Kyle Endpoint. Das ist ja... Warum sind die alle so lang? Es muss ja nicht so lang sein, oder? Token Authentication Postman. Token Web API. Further APIs. Oh, Postman Beginner Tutorial. Also ich check das nicht, dass man hier... Ich probiere es nochmal in einem anderen Browser. Also ich kann mir nicht vorstellen, warum wir hier, dass ein Browser funktioniert. Und wenn ich das jetzt hier in einem... Ich mache nochmal ein Gastfenster auf. Gastfetz Fenster hinzufügen. Ah, nein, ich will nicht hinzufügen, ich will das Gastfenster haben. Gastfenster ist hier. Zack, wo ist ein Gastfenster? Ich entscheide, da habe ich schon ein Gastfenster offen. Es ist immer schön, dass es hinter dem richtigen Namen erscheint. Hier funktioniert das. In einem komplett neuen Fenster funktioniert das. Mir ist ja egal. Aber jedenfalls hier, dass Ulrich Success kommt. Und hier haben wir auch unser Success. Und wir bekommen hier Not Found Fabicon. Und er printet auch nichts mehr raus. Doch, eigentlich müsste ich das rausprinten. Ich glaube, das ist hier, ne? Ulrich hier. Ich glaube, das ist es schon. Das hat er rausgeprintet. So, das funktioniert. In einem komplett neuen Browser funktioniert der Mist. Der ZSRF-Token soll erstmal von Django erstellt werden. Ja, die Frage ist doch, warum funktioniert das im Browser und im Postman nicht? Das checke ich nicht. Und du kannst den von da kopieren. Ich setze erstmal ein ZSRF-S-Cookie in Django. Django, 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 Django. Da kriegen wir das hin. So, jetzt haben wir ja viel zu viel. Ich muss mal wieder alles schließen hier. Ich schließe einfach mal alles wieder. Wir holen uns die Sache schon wieder her. So, also, Django, ZZ, ZZ, CSRF-Cookie. Spannend, schreibt jemand. Ja, 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 ja. Spannend, wie spannend, ne? Ist das, wäre schön, wenn, mit dem Cookie, CSRF-Cookie. Als CSRF, wenn wir damit einfach kein Problem haben, ne? CSRF-Cookie ist das, ne? Cookie. Stagoflo, hier haben wir das neues, HTML. Und dann sagen die hier. This can also occur if CSRF is secure to set and then, okay. So, was macht dieses CSRF exempt? Was heißt exempt? Ich muss sagen, ich bin überfordert, was exempt heißt. Exempt. Befreit, ausgenommen. Okay. Also, dann haue ich das einfach mal da rein. Es ist jetzt erstmal nur eine Übergangslösung. Und später werden wir eh mit den Cookies nochmal schauen müssen, mit der Sicherheit. Kann ich hier irgendwas importieren währenddessen dafür? Ist not defined. Ja, komm. Ach so, okay. Wir müssen das hier einmal importieren. Diesen Decorator. Zack. Und dann einmal den hier reinhauen. Hilft ja alles nichts, aber dann. So. Können wir wenigstens hier jetzt posten. Ne? Das ist jetzt erstmal, ja, ne? Create. Ah. Okay. Ich muss das hier einmal drüberhauen. Dann sollte es auch funktionieren. Zack. Wunderwärtschen. Und dann einmal send. Internal Error. Besser als zuvor. Also, besser als zuvor. Ist übertrieben. So. Name. Okay. Wir kriegen hier kein Name rein. Das ist aber okay. Das ist das. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. So. Das war eben Body Form Data. Haben die gemeint, ne? Muss man das hier reintragen, ne? Name. Ulrich. Oder Joe. Machen wir mal Joe rein. Set. Success. Mega. Mega. Jetzt funktioniert es. Vielen, vielen Dank. Ja. Also, irgendwie. Ich habe jetzt mal hier dieses ZSRF Exempt reinmachen. Reingemacht. To do. Ich mache das auch mal in den anderen Reihen. Remove ZSRF Exempt. So. Okay. Also, jetzt kriegen wir wenigstens hier unseren Ulrich. Und jetzt können wir richtig loslegen. Also, wir können jetzt hier. Wir haben jetzt unseren Namen. Wunderbar. Wir kriegen hier unseren Namen raus. Perfekt. Und jetzt können wir doch einfach sagen. User. Gleich User. Import. Ne. Models. Import. User. So. Ist gleich User. Und jetzt können wir hier. Das so eintragen, oder? Und jetzt kann ich sagen User.name. Ja, gleich. Request.post.name. Und dann kann ich das doch hinzufügen. User.save. Müsste doch so funktionieren. Und das mache ich natürlich nur, wenn das so eine Request-Method-Post ist. Ich glaube, man kann da oben auch sicher irgendwie eintragen, dass man da nur eine Post-Request haben möchte. Aber wir machen das jetzt nochmal. Wir kriegen ein 500. Aber ist erstmal nicht so wichtig. So. Not null. Wir haben ein paar Sachen mit not null. Over 18 muss not null sein. Das heißt, ich sage in dem Fall User.over18 gleich Request-Post. Wir machen einfach over18. Und dann mache ich hier einen ganz miesen Trick. Ist gleich true. Also wenn das true ist, dann funktioniert das. Ansonsten ist das falsch. Wir brauchen ja ein Boolean da drin. So. Das heißt, ich mache hier mal over. Ich probiere es mal so, was er dann sagt. Ob er sagt, nö, darfst du nicht. Okay. In dem Fall sagt er jetzt hier Key Error over 18. Okay. Also jetzt kommt hier einfach so ein Fehler, ein 500er. Und wenn ich jetzt hier over 18 sage und das hier mal true reinsetze. Dann kommt ein Success rein. Mega. Ja. Und jetzt haben wir hier einen Joe gesaved. Und wenn wir jetzt nämlich. Jetzt kommen wir langsam in Fahrt, Freunde. Jetzt kommen wir langsam in Fahrt. Das kann ich schließen. Und jetzt. Wenn ich jetzt hier mal in mein Local Host gehe. Und dann hier mein Admin. Ne, 8000. Und dann hier auf Admin gehe. Dann mich hier anmelde. Dann müssen wir jetzt den User eingetragen sehen. Ein User. User Object. Und hier haben wir unseren Joe. Sehr nice. Den ich eben eingetragen habe. Und er ist over 18. So. Und der Rest ist jetzt hier natürlich nochmal empty. Da müssen wir jetzt natürlich das alles eintragen. Das heißt, wir brauchen eine E-Mail. Surname. Name. Website. Und so weiter. Das mache ich jetzt nochmal schnell. Und dann haben wir quasi unsere Create User schon fertig. Und ich hoffe, die nächsten Sachen werden schneller. Und wenn wir einmal das geschafft haben, dann können wir ganz viele Models erstellen. Also von daher. Am Anfang ist es ein bisschen zäh. Also wir kommen noch in andere Probleme rein. So ist es nicht. Aber am Anfang sieht das immer sehr zäh aus. Aber wir werden gleich schnell weiterkommen. Wir werden gleich schnell weiterkommen. So. Also Models haue ich jetzt mal auf die rechte Seite. Und jetzt können wir nämlich hier ganz easy peasy abschauen. Also wir fangen mal oben an. Also einmal E-Mail gleich E-Mail. So. Dann Surname. User.surname gleich Request. Request. Post. Surname. Passt. Name haben wir. Dann brauchen wir noch was mit Website. Website. Ups. Website schreibt man mit B. Und das hauen wir hier auch rein. Dann haben wir Company. Company. Äh genau. Ich dupliziere das nochmal. Und dann sage ich hier Company. Pinny. Ist gleich das. Und dann brauchen wir over 18. Haben wir jetzt schon. Dann brauchen wir Password. Ich bin hier noch nicht so einverstanden. Das war das hier in Klartext sichern. Und auch in Klartext übertragen. Von daher weiß ich da noch nicht. Bin ich ehrlich. Und dann Private Pin. Kann man auch mal machen. Oh. Ähm. Ich sag mal Pin. Das passt so für mich. Machen wir hier mal. Oh. Wobei. Weißt du was. Wir belassen das alles auf dem Standard. Weil wenn man hier eine Sache umändert. Dann wirst du richtig Spaß haben später. So. Okay. Das heißt. Jetzt haben wir hier unseren User erstellt. Und jetzt wenn ich nochmal sowas erstelle. Und jetzt hier reintrage. In meinen Postman. Hier haben wir ihn. Und dann mache ich das doch mal. Ah. Also wir haben einmal unser Send Name. So. Okay. Wir brauchen noch einmal unser E-Mail. Gleich. Test. At. De. Ist die beste E-Mail Adresse. Aller Zeiten. Dann brauchen wir. Surname. Ähm. Joto. Okay. Nee. Passt. Und dann brauchen wir. Einmal. Surname Website brauchen wir. HTTPS. Linux Guides. De. Ist die einzige wahre Webseite. Dann haben wir Company. Linux Guides. Da müssen wir nochmal runter. Nein. Da müssen wir nochmal hin. Company. So. Und jetzt haben wir das. Dann brauchen wir unser Over 18. Und das nicht. Over 18 haben wir schon. Over 18 haben wir schon. Passwort. Geheim. Und dann einmal Pin. 1, 2, 3, 4. So. Und jetzt createn wir nochmal ein. 500er. Es macht aber nichts. Sagen wir sicher noch irgendwas falsch. Also was sagt er hier? Key Error. Passwort. Ach. Ja. Zack. Und ein C zum D ausgetauscht. Und wir kriegen auch ein internal Error. Es kriegen wir alles hin Leute. Es kriegen wir alles hin. Private Pin. Ja. Private Pin. Super. Success. Jetzt müssen wir einen zweiten Joe haben. Wenn ich auf Users gehe. Haben wir zwei User Objects. Vielleicht mache ich hier dann doch nochmal String hin. Weil dann glaube ich, tut er uns das besser ausgeben. Also haben wir nur ein User Object. Aber jetzt haben wir hier einmal das. Ich glaube, ich mache mal nochmal eine String Methode hier. Dev. String. Daraus generiert dann Python uns ein String. So. Und jetzt sage ich hier in dem Fall. Return. Ich habe ja heute dazu gelernt. Genau. Einmal unsere E-Mail. Self. E-Mail. Und dann noch einmal unseren Nachnamen. Das ist einmal Surname. Self. Surname. Und dann einmal nochmal unseren, unsere Company vielleicht, oder? Company. Self. Company. Super. Reicht. Perfekt. Und jetzt, wenn ich das nochmal neu lade. Und auf Users gehe. Ja, schaut mal. Sieht besser aus, ne? Hier Test.de. Do. Und Linux Guides. Und hier, ja, haben wir mir nur den Joe eingetragen. Den kann ich auch mal deleten. Und sage, yes, I'm sure. Nun ist er deleted. Und jetzt haben wir hier unseren ersten User eingetragen, ne? Über diese API. Seit zwei Stunden am Live programmieren. Respekt. Ja, da, das werden, das werden noch ein paar Stunden. Das werden noch ein paar Stunden. So, oder die. Okay, 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 okay. Aber perfekt. Also, wir haben jetzt unser Create. Das heißt, wenn wir mal unsere Plant Features sehen, haben wir jetzt das. Okay, aber es wird noch, es wird noch. So, und jetzt möchte ich einmal unsere Deletion hinbekommen. Dafür möchte ich die E-Mail, ich muss die E-Mail-Adresse als Unique eintragen. In den Models hier. Kann ich hier irgendwie sagen, Unique. E-Mail-Field. Auto-Creation-Counter. Kann man auch machen. Column, Concrete, DB-Check, DB-Type. Default, Description, Editable, Form-Fee. Unique, okay. Also, da kann man ein paar Sachen machen. Äh, lass mal schauen. Django. Wir brauchen, ähm, also Unique. Unique-Field. Unique gleich True. Kann ich das da reinhauen? Einfach in die, in den Konstruktor von dem E-Mail-Field. Ja, das hängt ja wahrscheinlich von irgendwas ab, ne? Das geht dann wahrscheinlich ganz gut. Schauen wir mal, ob das hier rein geht. Ja, sieht gut aus. Ich gehe hier mal mit C raus. Und dann sage ich mal Migrate. So, won't be applied. Run manage.py makeMigrations. Okay, makeMigrations. Haben wir gemacht. Und jetzt mit Migrate. Jetzt. Okay. Und jetzt können wir wieder starten. Ne? Weil wir haben da was geändert. Und jetzt müsste das Unique True drin. Das heißt, wenn ich jetzt die gleiche Anfrage nochmal stelle, wird er uns einen Error schmeißen, schätze ich mal. Ja, genau. 500, weil ja halt eben schon Unique. Hier steht schon Unique. So, wenn ich jetzt meine E-Mail-Adresse ändere. Das ist dann die gute alte Test2. Und jetzt sende. Dann hat es funktioniert. Und jetzt, wenn ich mir das Ganze nochmal anschaue. Admin-Interface. Zack. Sehen wir hier unsere Test2. Super. Okay. Wir können ja sogar auf den Link gehen. Mega, oder? Okay. Also. Gehen wir mal wieder zurück. Super. Okay, dann haben wir das. Jetzt brauchen wir unser Delete. Weil jetzt haben wir unseren Unique Key, würde ich mal sagen. Unseren Unique Identifier. Ja, womit wir quasi jetzt auch immer unseren Benutzer, ich sag mal, ja, verifizieren können. Und jetzt kann ich, oder quasi identifizieren können. Und jetzt kann ich sagen, in die Views brauchen wir einen Delete Request. In dem Fall, sage ich hier mal User. Ich möchte eigentlich nur alles auf User Create haben. Wobei, ich glaube, ich lasse es sogar. User Create, User Delete. Das ist zwar vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt. Auch mit den, mit den, mit den URLs. Aber ich finde, das ist schon okay. So. Ich glaube, wir können das ja eigentlich überall mal reinschreiben hier. Und eigentlich schreibt man ToDo ganz groß. Also, also, ToDo schreibt man so. Weil dann erkennt nämlich der, ähm, erkennt das nämlich auch Programme und sehen hier, hey, da gibt es noch was zu tun. So, okay. Ähm, also, wir machen jetzt hier keinen Create. Wir machen hier einen Delete rein. Und dafür brauchen wir Method, Play, Post. Wir brauchen hier auch kein Print mehr. Das brauchen wir im anderen auch nicht mehr, weil das funktioniert ja jetzt. Und dann sagen wir in dem Fall, dann müssen wir eh schauen, wie wir die User.get. User.objects. Ah. Get. Aha. Okay. Ich muss mal gleich schauen, wie wir unsere Sachen durchbekommen. Also, jetzt möchte ich hier eine Delete-Methode. Request Delete. Und das müssen wir noch einmal ganz kurz in den URLs festreißen. Dafür mache ich ein Delete hin und wir tun das Delete nennen und der Name wird auch Delete. So. Unsere URLs ist gespeichert. Hier haben wir jetzt unsere Sache drin. Jetzt müssen wir das hier noch ändern. Also, Request Method gleich Delete. Das passt soweit. Jetzt müssen wir schauen, wie wir so eine Sache bekommen. Wie wir so ein, wie wir unser Objekt bekommen aus dem Ding wieder raus. Das ist auch im Django, äh, ersten Tutorial drin. Ähm, Django Project. First Steps ist einmal hier Forms and Generate Models and the Admin Site. Ich glaube, da haben wir es auch ganz gut gesehen. Am Ende, da tun die ja ein bisschen rum, Change, da, ne? Und da kriegt man hier, genau, Objects.get. Ah, okay, so kriegen wir es. Das heißt, wir sagen hier, ähm, User.Objects.get. In dem Fall brauchen wir die E-Mail gleich. Und dann brauchen wir hier unser Request.Delete. Und aus diesem Delete möchte ich einmal die E-Mail bekommen. So, und jetzt kann ich sagen, also, wir haben User gleich, oder kann ich einfach direkt sagen, Delete. Ich probiere es mal. Keine Ahnung. Ähm, lasst es einfach mal schauen. So, jetzt möchte ich den wieder entfernen. So, ähm, user.objects.get.name gleich weiter. Ja, danke schön. Oh, super, danke Webmaster, dass du mir geholfen hast. Ich habe es jetzt leider erst gesehen. Ähm, lass mal schauen, ob wir hier direkt deleten können. Lass mal schauen. Lass mal schauen. Dafür gehe ich in Postman. Wir machen einen, kann ich das duplizieren? Ja, danke. So, wir machen einen Delete raus. Und ich mache ein... Users Delete. Diese Headers brauche ich, äh, Headers, keine Ahnung. Also, das macht da, glaube ich, nichts. Ähm, aber jetzt diese Sachen, die kann ich eigentlich alle wegschmeißen. Die brauche ich jetzt erstmal nicht. Weil eigentlich brauche ich nur noch meine E-Mail. Und die E-Mail ist hier drinnen. In, bei Params muss ich die E-Mail, glaube ich, reinpacken. E-Mail, ähm, und dann einmal test2-at-test.de war das, glaube ich. So, ich probiere es einfach mal. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Natürlich nicht. Das ist aber erstmal okay. Das hätte mich auch gewundert. If exists, delete. Okay, ja, das macht Sinn. Damit läufst du nicht in Fehlern, falls das, äh, schief geht. Danke dir, Webmaster. Das mache ich tatsächlich mal. Das, äh, kopiere ich mir auch einfach mal ganz, ganz schnöde aus den Kommentaren raus. So, dalle, lass mal schauen. Also, wir haben jetzt hier unser If User Objects Filter. Name gleich Walter. Hallo, Walter. So, wir brauchen hier unser E-Mail gleich das hier. Dann User Objects Filter Walter. Hallo, Walter. So, E-Mail, delete, E-Mail, Punkt, delete. Das passt. Und das hier muss einmal hier rein. Ich könnte natürlich das verbinden, das If, aber ganz ehrlich, so ist es wenigstens ein bisschen lesbarer. Was steht hier jetzt eigentlich? Object has no attribute delete. Delete E-Mail, ne? Ja, wahrscheinlich ist es wieder in diesem, in diesem Body drinnen. Ich könnte mir darauf vorstellen, dass das hier wieder in diesem Body drin ist. Param ist das. So, Body. Ja, ist es Form Data? In den Filter rein kopieren, nicht exist. Nicht in exist, in den Filter rein kopieren. Oh, danke, 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 danke. Das stimmt auch, das stimmt auch. Das war ein Fehler von mir. Vielen, vielen Dank. So, machen wir nochmal. Macht immer noch hier, also ich muss euch das zeigen. Ich habe hier E-Mail gesetzt im Body, aber das mag er nicht. Params, setze ich mal hier ein E-Mail rein. Zack. Ne. Das Delete will auch nicht. Ansonsten machen wir halt hier eine Get-Anfrage rein und dann hat sich das auch oder eine Post-Anfrage, aber eigentlich müsste das in der HTML Delete sein. So, also if user WSGI Request Object has no attribute delete. Also Request hat kein Objekt delete. Request hat kein Objekt delete. Okay, das ist ja blöd. Ja, da gehe ich mal in die Suche rein. Method gleich delete. Request delete. Gibt es aber Request Method ist gleich delete. Da geht er ja rein, ne? Aber er kriegt kein Delete. Okay. Wo haue ich denn meine Delete Variables rein? Genau. Ich brauche eigentlich das hier. Das muss mit drin sein. Das muss mit drin sein. Delete. Has no attribute files. Also wir bekommen jetzt hier nicht rein. Du musst noch in den Request was reinschreiben, sonst gibt dir nichts zurück. Ich habe ja auch schon mal so ein Request reingeschrieben, oder? Ich habe hier hier delete. Ja, das hat er glaube ich selber hier eben gemacht. Durch das hier, ne? Genau. Und ansonsten habe ich hier meinen Success wieder. Und in meinem Request sage ich hier delete. Und if das so, dann delete das. Oh ja, gut, okay. In dem Fall müsste ich dann eigentlich hier ein Success reinschreiben und nochmal irgendwas anderes. Aber Hauptsache es läuft erstmal, ne? Die Antworten können wir später machen. Was kann denn das sein? Was kann denn das sein? Warum macht ihr das nicht? DevTest Request. Ja, das ist ja nicht das Problem, oder? Also er findet ja, Object has no attribute delete. Also hier sehe ich, also gehe ich mal von außen, allein 31, genau. Hier geht er raus, weil er dieses Request.delete nicht findet. Ich finde dieses Request-Ding sowieso richtig komisch, irgendwie von Django. So, Django Request. So, das ist richtig komisch. HTTP Request, was gibt es hier? Scheme, Body, Path, Method, Encoding, .post, .get, .cookies, .files, .meta, .headers, .resolvermatch. Das war es, mehr gibt es wohl nichts. Das heißt, url.conf, exception, set by middleware session, site user, get host, get port, get full path, get path, get path, get path, das ist eigentlich egal, get sein cookie, is secure, accepts, read, read line, read lines, iterate. So, das ist es. Also das heißt, wir haben kein Delete da drin. Das heißt, das ist mega, dass das anscheinend einfach hier nicht unterstützt wird. Also jedenfalls nicht so in der Hinsicht, dass ich da Variablen rauslesen kann. Dann kann ich ja, ich mache mal das in der Post hier bei Postman und haue das hier in Party Form rein. Ist zwar jetzt nicht so super, mega, eigentlich müssen wir dafür Delete verwenden, aber besser als nichts. So, User Delete, Form Data Delete, da muss ich das hier in Post umschreiben und hier schreiben wir auch Post rein. So. Passt. Success. Jetzt hat das deleted und jetzt haben wir auch kein Ding mehr, glaube ich. Schauen wir mal, 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 schauen wir mal. Users. Habe ich den Spaß nicht eben gelöscht? Ach so, weil wir Test2.de hatten. Ich muss jetzt noch mal schauen in meinem Postman, dass ich, also hier in dem Fall müsste eigentlich ein NotFound drin stehen, weil wahrscheinlich hat der hier exists, wahrscheinlich hat der hier, also wir müssen hier ein else reinschreiben. Also, schreiben wir hier ein Return rein, HTTP-Response, E-Mail NotFound. Also in dem Fall würde ich immer noch ein, also jetzt kann man die Frage stellen, ob wir jetzt hier einen HTTP-Status 404 reinsetzen, aber für mich passt das erstmal und dann sagen wir am Ende, wenn das passiert ist, das muss ich ein bisschen nach oben schieben und dann hauen wir hier mal ein, ähm, User.Objects, ne, ähm, ich will hier nur returnen und sag Success, das möchte ich returnen. Zack, und dann am Ende, wenn das nicht der Fall ist. Ja, eigentlich gibt es ja da nichts weiteres, ne. Ich mache erstmal nur das hier. Ich mache erstmal leer, leer ist wahrscheinlich nie gut. Method. Wrong HTTP-Method müsste es dann in dem Fall sein, ne. Ich mache mal einen Punkt danach, keine Ahnung, weil ich mag Punkte. So, okay, check, ähm, jetzt ist die beste, ist die beste Begründung, oder? So, und jetzt sagt er hier E-Mail NotFound, perfekt. Und wenn ich die richtige E-Mail eintrage, dann müsste er das auch machen. Test. Und er sagt Success. Und wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue und das neu lade, dann haben wir hier auch null Users. Und jetzt kann ich aber nochmal eine createn. Das macht so viel Spaß mit test. At test.de senden. Und jetzt haben wir eine created. Und das sehen wir jetzt hier. Mega. Und ich kann sie wieder deleten. So, wir können es create und delete. Mega. Es wird, es wird, es wird, es wird. So, okay. Jetzt geht es weiter. Create. Delete. Brauchen wir get. Alles mit get. Da möchte ich alle returnen. Ähm, ja, ich möchte einfach alle returnen. Natürlich kann ich nochmal extra irgendwie andere Sachen machen, aber ich möchte einfach alles returnen in der JSON-Datei und das ist okay erstmal. So. Request.method gleich get. Print.request.get. Genau, also ja, get und so weiter. Ich glaube, wir haben hier sogar get reingeschrieben als URL, ne? Ah, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Aber gut. Ähm, und jetzt sagen wir in dem Fall, wir brauchen, wir wollen hier gar kein Name drin haben. Wir wollen einfach nur alles zurückbekommen. Das heißt, return user.object, kann ich das machen? Also, ich probiere es einfach mal. So, fertig. Und dann kann ich hier auch wieder sagen, wrong http method. Das heißt, ich weiß es nicht, ob das stimmen kann, ob das Sinn macht. Das machen wir gleich. So, jetzt bin ich hier unter users noch natürlich. Jetzt möchte ich mir alle users zurückgeben lassen. Das heißt, ich gehe hier einfach mal rein, mache ein neues Dings. Local host. Users get. Und ich glaube, das müsste es schon sein. Internal server error. Was sagt er hier? System check identified issues. Also, das ist so. Weiter ist man noch das. Hat das gemacht. Und jetzt sagt er hier, too many values unpack. Ich glaube, ich muss hier noch irgendwas zum, ich muss hier irgendwas machen. Ah, okay. Ja, Punkt. Count. Ihr könnt die Count natürlich reinmachen. Explain from request. From query set. In bulk. Punkt latest. Punkt last. Also, latest und last ist eigentlich auch geil. Reverse raw. Select union. Update or create. Das ist schon nice. Das ist schon echt nice. Using values. Value list. Dict. Ich will es ja eigentlich im Dict raushauen, wahrscheinlich, oder? EQ. Reduce represent sight of the string. Das müssen wir in der HTTP response. Ach, wir müssen das sowieso in der HTTP response packen, ne? Vielleicht macht er das. Ich probiere es erstmal in der HTTP response reinzupacken. Objects. Middleware import zsrf. Schreibt da. Und if test request context get token return hdb. Danke dir, Webmaster. Ich mache das gleich. Vielen, vielen Dank, dass du mir da geholfen hast mit dem zsrf. Lass nochmal hier reinschauen. Mit get. Nicht genau das, was ich drin haben wollte. Nicht genau das, was ich drin haben wollte. Hm, ich probiere es mal mit all. Ja, es ist nicht das, was ich wollte. Okay. Also, äh, wir wollen alle Dinger, das ist ja eigentlich auch ein Fall bei Django. Das müsste ja Django, ähm, get all objects attp request. Get all data from post request. Das ist, glaube ich, was anderes, ne? Ja, da kommt es was anderes. Ich möchte get all, ne, Django return, return all objects of model http. Oder json vielleicht sogar noch. Haha, ja, genau, das brauchen wir, genau, das brauchen wir. Okay, 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 aha. Serializer.serialize. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay, also, wir müssen hier unsere Serializer Django.core hier reinhauen. Und dann müssen wir ganz easy peasy Some model json. Ah, wir müssen das auch noch mal in der json. Ah, ich weiß, was ich, ich hau mir das. Ach, json response. Aha. Aha, sehr nice. So, das hauen wir mal rein in unsere get. Wollen wir das, ne? So, zack. Also, eigentlich können wir auch request method zu alles machen in dem Fall. Wobei, ich will es in Ordnung, ich halte, es soll eine great request sein. So, um, some model json ist gleich Serializer. User. User json. Users, ja, user json. Jason response müssen wir uns auch noch reinhauen. Jason response. Serializing django objects. Serializer. Ich könnte natürlich eine HTTP response draus machen. Hätte ich sowieso gemacht. Lass, lass uns das mal schauen, ob das funktioniert. So, müsste ja eigentlich schon letzte drin sein, ne? Nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Ach so, okay. Ne, das ist nicht alles raw. Das ist zu wenig, was wir hier uns rausgibt. Ich hau nur, ich hau mal diese some model json raus. Hm, besser, schaut mal. So, wollen wir das. Ja, so wollen wir das. Ach, okay, dann will ich eigentlich nur diese fields draußen haben, ne? Das kann ich ja machen. Punkt. Also, ich habe eigentlich hier ein fields. Wahrscheinlich, ne? Stent. I, nein. Fast, okay. Fields funktioniert nicht so. Ich probiere es mal so mit fields. Nee, auch nicht. Also, das ist ja ein json-model, ja? Json objects.all. Das können wir ja rausschmeißen. Das braucht man nicht. Das muss ich mir nur dieses, also, ja. Oder einfach data. Ich nenne es data. So, data. Punkt. Hm. Also, Punkt. Also, wenn ich das so rausleite, ne? Dann sagt er hier, gibt er uns das raus, aber ich will jetzt nur dieses fields haben. Das heißt, ich muss, warte mal, ist das ein Array? Ach, warte mal, ist das ein Array? Und in diesem Array vom Null brauchen wir dann Fields. Also, data, ja, also, wir können hier einfach sagen, vom Null. Und jetzt hier ein data.fields. Nee, mag er nicht. Dann probiere ich nochmal das hier, Fields. Auch nicht. Also, hier das mit dem Null passt. Ich haue hier nur mal die Data raus. Wir machen mal alles nach und nach, ob das oben klappt. Sind. Hm, 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 hm. Hm, ah, okay, das ist ein String schon. Ach, wir müssen das hier schon machen, ne? Null. Und dann Punkt Fields. Lass mal schauen, ob das funktioniert. Auch nicht. Ich mache nur mal dieses Punkt Fields. Es mag nicht. Ich kriege nur diese blöde Data raus. Okay, egal. Ähm, dann ist das jetzt erstmal so. Das können wir ja auch nochmal später ändern, wenn wir wollen. Genau. User, Primary Key 4, All. Ist ja alles nicht schlecht. Ist ja alles nicht schlecht. Ist ja alles nicht schlecht. Dass er das sonst so raushaut. Punkt Serialize hier, ne? Genau. Naja, es gibt Schöneres. Gut, okay. Jetzt machen wir jetzt mal das mit dem ZSRF. Okay. Also, es heißt, ähm, Teft, Test, Request, Komma, PK, AllUser, Punkt, All. Kontext gleich. GetToken, Request, Return. Kontext ist gleich. Okay, du hast hier einen Kontext. Gleich ZSRF-Token. Also, ich, äh, ich, äh, ich schicke euch mal die Nachricht hier rein, was er geschrieben hat. Oh nein, das ist nicht gut. Ich mache das hier in dem hier. Zack. So. Das hat er mir geschrieben. Also, DevTest, PK, AllUser, Objects, All, Kontext. Ich weiß nicht, warum das da steht. Ich wahrscheinlich so. Return HTTP response, AllUsers. Ja, das ist ja klar, aber, ja, okay, okay, okay. GetTokenRequest. Aber den Kontext haue ich ja nicht zurück. Webmaster, was schreibst du mir da? Also, ich verstehe nicht, was wir mit dem Kontext hier machen. Kannst du mir das sagen? Warum wir da einen Kontext drin haben? Aber ansonsten, ne? Wüsste ich da jetzt nicht weiter. Mit dem PK. Und PK machen wir auch nichts damit. Weiß ich auch nicht, was du mit dem PK willst. Also, ist das der Primary Key vielleicht? Weiß ich nicht. Da kannst du mich nochmal aufklären, Webmaster. Aber vielen, vielen Dank. Dann kümmere ich mich erstmal nochmal hier in der gescheite JSON rauszubekommen. Das ist ja bis jetzt noch nicht das, was wir wollen. Ich gehe hier erstmal UserObjects.all. List gleich All. Und dann printe ich diese List mal. Und ich haue diese List nochmal rein. Aber dann können wir uns mal währenddessen das anschauen, was er hier hat. So, er hat hier ein Query Set. Ein Query Set ist das? Ein Query Set. Punkt All haben wir schon. Punkt Count, Punkt Create, Punkt Dates, Delete. Ne, das ist ja das, also das ist das Query Set. Okay, und aus diesem List Query Set möchte ich ja Get Feels. Oder möchte ich nur alle Items drin haben. Also es ist nicht schlecht, was hier drin ist. Aber es ist nicht genau das, was ich will. Ich schaue nochmal hier rein. Vielleicht haben wir hier am Nass mit JSON. So. Genau. Und wenn ich das jetzt nur in Things habe. Hier, the JSON is a bit simpler than with XML. With three properties, PK, Model and Fields. Fields is again an object containing each, ja genau. Das möchte ich ja drin haben, ne. Und das kommt, wenn wir das reinkommen. Aber, ja, okay. Serialized JSON. Lazy Encoder. Unmodified JSON. For example, if you have some custom type and object in series, you'll have to write a custom JSON encoder. Wir möchten, also, mit custom JSON encoder haben wir jetzt erstmal nicht. JSON encoder tut das erstmal auch schön hier raus. Aber er hat immer dieses Fields. Ich kann ihm nicht sagen, dass er mir das Fields nicht generieren soll. Also das macht er aus dem Serialize hier, ne. Oder wir können unseren Lazy Encoder nehmen. Und dann kann man das so machen. Ah, das möchte ich nicht. Damit gibst du alle User raus. PK wird von Django automatisch vergeben. Ah, okay, 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 okay. Ist auszusehen drinne. Okay, ja. Ähm, genau. Okay, DevTestRequest. All User. Okay, ich, äh, wir haben ja auch mal ein bisschen geschrieben. Also dieses Fields kriegen wir anscheinend nicht raus. Ist aber egal. Das können wir dann in unserem Angular dann auch rausbekommen. Und es stört jetzt erstmal nicht. Es stört jetzt erstmal nicht. So, du schreibst All User. So. Bin ich mal sehr gespannt. Was du mir da vorgeschlagen hast. Dann hau das mal raus. Und wenn das natürlich kürzer geht, bin ich bei dir. Bin ich der Letzte, der sagt, Nö, wir machen das komplizierter. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Probieren wir mal. Da gibt er mir aber nur die Strings aus. Das möchte ich ja nicht. Na, das möchte ich ja nicht. Da gibt mir nur die Strings aus. Also dann könnte ich das hier im Punkt vielleicht, ja, wahrscheinlich, also dann müsste ich hier wahrscheinlich das in der JSON-Datei machen. Aber er gibt da nur die Strings aus. Das ist auch eine schöne Sache, aber das wollte ich nicht. Also ich will da lieber alles. Aber danke, danke. Das ist gut zu wissen, dass das auch so geht. So, also dann müsste ich den String hier halt anders schreiben. Also hier String bei dem User. Müsste ich dann anders schreiben. Aber dann wäre es immer noch keine JSON-Datei. Kein JSON-Format. Dann wären die nur so pro Zeile. Das ist auch nicht schlecht, aber ich möchte das komplett im JSON-Format haben, dass man das schön importieren kann. Gut, okay. Ich denke, das passt es erst mal. Also wir haben jetzt Get, Delete und Create. Jetzt brauchen wir nur noch Update. Und Update ist eigentlich fast genau das gleiche wie Create. Nur unter Update. Das heißt, ich sage in dem Fall. Es gibt ja auch sowas wie mit Create oder Update. Wir können das auch einfach machen. Ne, ich mache es nochmal. Ich mache es nochmal. Doppelt und dann machen wir hier ein Update. Und das ist nochmal ein Post. Und jetzt brauchen wir erstmal natürlich den User, den wir bekommen wollen. Das ist dann in dem Fall User gleich User.objects.get RequestPostEmail. Die kann man nicht ändern. Hätte ich gesagt. Soll man die E-Mail ändern können? Nein. Nein, 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 nein. 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 Oder? Doch, man muss eigentlich schon mal die E-Mail ändern können. Das heißt, ich muss hier in dem Fall nochmal NewEmail reinschreiben. Das heißt, E-Mail ist gleich NewEmail. Wenn es das gibt. Das heißt, ifRequest.Post. Weil die wollen wir auch nicht jedes Mal ändern. ifRequest.Post. Ich schaue mal schnell. Wir haben ja dieses, das Ding hier offen. Unsere Python-Dokumentation. Wo ist sie denn? Da ist sie. Hier haben wir unser Post. Das heißt, ich schaue mal schnell. A dictionary-like object containing all given posts and providing that, okay, a dictionary-like. Aber ich möchte ja checken, ob's, also, diese Dokumentation ist auch nicht so richtig hilfreich. Bin ich ehrlich. C-HRTTP-Request-Method. Das was anderes. Um, the, with an empty Post Dictionary, um, it say, a form requested via Post-HRTTP-Method, but doesn't include form data. Therefore, you shouldn't use ifRequestPost, sondern ifRequestMethod, gleich, gleich Post. Ja. QueryDict. QueryDictCopy kriegen wir. Django-HTTP-QueryDict. QueryDictInit. QueryDictGetItem. Contains, das brauchen wir. Punkt. Ich mache es mal so. Contains. Und wenn das nicht funktioniert, New Email. Erstmal braucht man ein richtiges New Email. Okay, und jetzt sage ich mal unseren Postman. Das ist ja eigentlich so ein bisschen wie unser Create. Das heißt, ich duplikate das und nenne das mal Update. Aber wir müssen das sowieso gleich mal hier in die URLs nochmal eintragen. Update, Views, Update und NameUpdate. Und dann in den Views können wir ganz easy peasy Update eintragen. Was passt eigentlich alles? Also ich kann jetzt hier nicht irgendwas anderes noch eintragen. Also wir haben ja jetzt einmal den Test at Test.de. Das können wir uns mal ausgeben lassen mit dem Get. Und unser Get sagt jetzt in dem Fall erstmal nichts. Das ist jetzt hier wieder falsch. Achso, weil ich hier irgendwie was währenddessen noch gemacht habe. Ähm, lass mal. Ah, ja. Das ist irgendwie noch nicht so richtig. Achso, JSON. Doch, JSON passt in dem Fall. Und jetzt müssen wir hier unsere List noch eintragen, ne? So. Ja, ähm, wir tun das einfach mal da reinhauen. Ah, passt. Und jetzt aber. Ja. So, jetzt, wir haben einmal hier unsere Private Pin. Das ist 1, 2, 3, 4. Jetzt möchte ich die Private Pin ändern. Sagen wir mal so, ich möchte die Private Pin auf 1, 4, 1, 2, 3, 6 ändern. Dann sende ich das mal. Ist okay. Update. Too many values to unpack. E-Mail. Was ist hier los mit E-Mail? Delete. Ja, brauchen wir unseren Delete, ne? Request Post. Äh, ne. Unser Update brauchen wir. Update ist hier. Unsere E-Mail ist doch drin. Haben wir unsere E-Mail drinnen? Wenn wir unser Get schauen, das ist ja unsere E-Mail hier, ne? Genau, wir müssen sowieso schauen, if, wenn das, ach so, warte mal, User. Wir müssen erst mal schauen, if das contains, natürlich. If Object Filter, nehmen wir einfach hier rein. If Object Filter E-Mail gleich Request.PostE-Mail.exists. If not, besser gesagt. Return HTTP Response. Help, wollte ich reinschreiben, nein. Ähm, User Not Found. So. Ansonsten sagen wir hier Objects.GetPostE-Mail. Sollte doch passen. Ich mach das nochmal und dann schauen wir mal, welche Zeile das jetzt genau ist. Das ist Zeile. Users Update. Views. Hier. Line 35. Ach, E-Mail. Ja, klar. E-Mail gleich. Sorry. Meine Güte, das kann doch nicht so schwer sein. So. Anderer Fehler. Ist okay. Anderer Fehler ist immer besser. So. Loli. Okay. 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 Und dann haben wir einmal. Contains New E-Mail. Ach, okay. If Request. Ah, okay. Da, da will er nicht. Object has no Attribute. Contains. Okay. Also es gibt kein Contains. Das ist das, was ich versuchen wollte. Dann lass mal schauen, ob wir das haben. Dieses Contains. Also das stand jetzt da drinnen. Aha. Das zeigt auch direkt was an. Mhm. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay. Und jetzt haben wir, wenn ich jetzt hier nochmal. Also jetzt, wir haben hier, ne? PIN 1, 2, 3, 4 gehabt. Und jetzt haben wir hier die 1, 2, 3. Ja, perfekt. Das funktioniert. Und jetzt möchte ich noch die E-Mail-Adresse ändern. Und da habe ich keine Ahnung, ob es überhaupt funktioniert. New E-Mail. Und das möchte ich in test36.test.de ändern. So. Also das heißt, ich möchte die E-Mail ändern. Das kann ich natürlich nur genauer einmal machen, weil dann ist die E-Mail-Adresse. So. Das ist auch Success. Und jetzt. Perfekt. Hat funktioniert. Und jetzt kann ich, wenn ich das nochmal sende, dann kommt E-Mail not found. User not found. Perfekt. Okay. Und wenn ich jetzt hier wieder test36 eingebe. Und dann werde ich die E-Mail wieder ändern können. Auf irgendwas anderes. Beispielsweise nur noch auf Test. Und dann ist es auf Success. Und jetzt haben wir die Test36 noch drin. Wenn ich jetzt hier nochmal öffne, dann haben wir die Test. Perfekt. Super. Das funktioniert. Das heißt, dann hätten wir den ersten Punkt fertig. Perfekt. 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 Ich mache das immer mit solchen Dingern hier. In Markdown. Zack. Haben wir fertig. User role. Okay. 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 Guten Tag. Schreibt Sand of Sinner. Einen wunderschönen guten Tag. Sand of Sinner. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir haben hier den ersten Punkt fertig vom User Management. Von den Plant Features vom Tux-Tage-Management-System. Dafür haben wir jetzt exakt 2 Stunden 48 gebraucht. Gut, die Sache ist natürlich, das Erste ist das Schwierigste natürlich, weil man sich dann wieder erstmal reinfinden muss. Und wenn wir quasi, ich sag mal, das heute fertig bekommen, dann bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden für heute. So, ich trinke nochmal schnell was. Ah, herrlich. Herrlich, 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 herrlich. Ja, super. Super, super, super. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal eine Enumeration User Role. Ich weiß nicht, wo man Enums speichert in Django. Where to save Enums. Django, where to save Enums. Schauen wir mal. Build in support for Enums. Mhm. Oh. Sieht sehr nice aus. Sieht sehr nice aus, was da steht. Hier schauen wir uns das nochmal an. Ich räume hier währenddessen mal ein bisschen auf. Zack. So. Also, wir sind in unserem Models.py. Das heißt, wir können das da drin einfach definieren. Ja. Ah. Mega. Models.charfield. Das ist sehr nice. Okay, also wir brauchen einmal, was für User Rollen brauchen. Was habe ich mir gedacht? Kunde, also Customer, ähm, Betreuer, Betreuer Supporter vielleicht, Organizator und Admin. Ja, okay. Also wir machen erstmal, das brauchen wir erstmal nicht. Und dann brauchen wir einmal Admin. Ich brauche aber eigentlich nur sowas hier. Ich brauche eigentlich gar nichts. Admin. Dann brauchen wir Organizator. 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 Und dann machen wir mal hier sowas. Und sagen Organizator. Dann brauchen wir Betreuer. Was heißt Betreuer? Auf Englisch Betreuer. Supervisor. Caregiver. Attendance. Guardian. Consular oder sowas. Caregiver. Attendant. Attendant. Ich arbeite als Betreuer für eine Dame. Für eine alte Dame. Ich möchte zwar unsere Vortragende nicht degradieren, aber ich glaube, das passt als Bestes. Als Bestes für uns heute. Attendant. So. Da haben wir hier ein Attendant rein. Und dann brauchen wir als nächstes noch den normalen Kunden. Also den User, den normalen. Ja, ich sage mal Customer. Teilnehmer. User. Ich sage einfach mal normaler User. Ich sage User. Ich sage User. weil User kann halt ganz einfach, oder Contact. Vielleicht Contact. Contact wäre gut. Ich mache mal Contact. Contact. Und dann müssen wir das auch umbenennen. Das ist jetzt nicht hier in School. Das ist User Role. Choices ist einmal User Role Choices. Wir müssen hier auch mal User Role reinschreiben. Models.jar Field ist okay. Max Length gleich. Okay. Ihr habt mich überzeugt. Bin also, mich hat keiner überzeugt. Aber ich lasse mich überzeugen von diesem Stack Overflow Dings hier. Die haben hier das so nochmal in zwei Dinger gemacht. Das ist mir jetzt erstmal egal. Mir ist das... Bin da zu faul, da rumzuschauen, ob man das kürzer machen könnte. Ich mache es einfach so. So. Zack. CO ist hier. Dann haben wir einmal AT. Organisator. Also OG. Oder OR besser gesagt. Und dann noch einmal am Ende ein AD. So. Perfekt. Und hier fehlt noch ein Dings hier. So. Okay. Jetzt haben wir hier Default ist erstmal Contact. Ja. Richtig gut gemacht schon. Weiter so. User Role Punkt Contact. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus, Freunde. Damit kann man arbeiten. Schauen wir mal. Das wäre jetzt die User Role. Genau. Ja. Passt soweit. Ich schaue mal, ob wir... Jetzt müssen wir hier sowieso nochmal migraten und so. Migrate. Perfekt. Und jetzt run bei unserem Server nochmal. Perfekt. Jetzt ist es auch nochmal drin. Und wenn ich jetzt in unsere Admin Konsole gehe. Haben wir jetzt gerade überhaupt noch... Doch. Wir haben ja diesen einen User. Ich könnte nicht mal zwei Users bestellen oder testen. So. Hier. Zack. Genau. Jetzt haben wir hier User Role. Genau. Können wir Organisator... Hey. Schau mal. Organisator. Admin. Attendant. In dem Fall wäre es beispielsweise jetzt der Admin. Der Dojo. Ja. Perfekt. Super. Passt. Dann haben wir das. Weitere Sachen. Dann haben wir die User Role hier erstmal fertig. Ah. User Role müssen wir jetzt... Müssen wir jetzt überall noch... Müssen wir jetzt in unseren... In unserer API nochmal fixen. Dann müssen wir unsere API nochmal ein bisschen umbauen. So. Das Past Views. Also das Get ist durch. Das Delete ist auch durch. Nur das Create. Das Create ist erstmal nicht so wichtig. Okay. Es hilft ja nichts. Ja. Wir müssen ja... Es hilft ja nichts. User. Also. Wir müssen hier nochmal ein Switch Case machen. Switch. Gibt es hier überhaupt noch? Switch Case. Wie heißt das auf... Heißt das unter... Python so. Switch. Oder Case. Ich bin manchmal zu blöd für die einfachsten Sachen. Also weißt du es nicht mehr. Lass mal schauen. Switch Case. Python. So. Das geht ganz easy peasy. Ja, ja, ja. Ist okay. Hier. Switch. Nein. Ist es das? Nee, 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 nee. Gibt es hier Switch Case überhaupt? Gibt es hier Switch Case? Nee. Gibt es hier nur If Alive? Nee, ich habe doch keinen. Hä? Ach, hier ist Switch gleich. Nee, als ob es kein richtiges Switch Case gibt. Ist ja witzig. Ist ja witzig. Gibt es anscheinend nicht. Ich lese mir das mal kurz durch. Ich lese mir das mal kurz durch. Elif-Leader. Okay. Ja, also man muss Elif-Leader nehmen. Na gut. Also. If. Sagen wir uns erst mal. Warte mal. Ähm. User. Role. String. Gleich. Request. Punkt. Post. Re... Ne. Äh. Was brauchen wir? User. Role. So. Und jetzt. If. User. Role. String. Gleich. Und jetzt haben wir ja hier unsere schönen Sachen. Da haue ich nochmal unser Model auf die linke Seite. Weil ich habe das Gehirn einer Maus. Wenn es ums Kurzzeit geht. Nichts geht. So. Views. Wo sind wir stehen geblieben? Wir sind. Ja, schaut mal. Ja, genau. If. Role. String. Ist gleich. Co. Dann möchten wir user. Punkt user role gleich user user role user role user role hier Punkt ähm co ist contact. Das sieht doch gut aus. Und dann kopieren wir das ein bisschen. Hauen da ein L öfters vor. Und schmeißen es weiter. Wir haben wir einmal ein AT. Dann haben wir ein OR. Und dann haben wir ein AD. Ich glaube das haue ich sogar in eine eigene Funktion. Ich glaube das haue ich sogar hier in eine eigene Funktion. Ähm ja. Das haue ich da in eine eigene Funktion. Und dann sagen wir in dem Fall. Attendant. Organisator. Und. Admin. Perfekt. So. Und jetzt sage ich am Ende. Def. Get. User role of string. Äh. Hier sagen wir einfach nur return. Äh return. Zack. Einmal da rein. Ich weiß kann man sicher schöner lösen. Aber bis ich das gefunden habe bin ich so auch fertig. So. Return user. User role admin und so weiter. Und ansonsten. Else. Return. Und dann sagen wir. Und hier ist ein n zu viel. Jetzt ist hier nochmal schlimmer. Und dann sagen wir hier print. Können wir error sagen. Error. Punkt. Können wir also so error sagen. Ne. Punkt. Dann ist es so. Error. Get user role of string. No defined user role. Und dann hauen wir hier nochmal ein f davor. Und schmalt vor. Und dann sagen wir einmal hier. User role string. Wenn das nicht cool ist. Weiß ich auch nicht. Check. Ähm. Done. Also. Es gibt sicher hier irgendeine error Funktion. Aber bis ich die finde. Ist das erstmal okay. So. Jetzt haben wir hier user. Genau. User role string. Ist gleich das. Das heißt. Wir brauchen am Ende nur noch. User. Punkt. User role. Gleich. Wir können das eigentlich schon so matchen. Weil. Das sind ja eh nur zwei Zeichen. Aber ich möchte es immer durchlaufen lassen. So. Das heißt. User. Punkt. Get user role. Of string. Und dann nehmen wir das hier. Super. Weil das brauchen wir nämlich jetzt auch nochmal in unserer Update Methode. Deswegen habe ich das schon mal in eine andere Funktion ausgeladen. Und wir werden es später sicher nochmal brauchen. Und wir machen das so. Perfekt. Und da muss man natürlich schauen, dass das nur vom Admin gemacht werden kann. Weil der User soll ja auch selber seine Sachen changen können. Aber der User soll nicht selber seine Role changen können. Dann müssen wir noch mal schauen. If request.user has role oder sowas. If request. Irgendwas dann so. Da schreibe ich mal ein to do rein. To do this should only be possible by admins. So. Okay. Dann müsste es soweit passen. Ich haue mir nochmal schnell das Ganze raus. Get. Jetzt müssen wir hier unsere User role ad sehen. Das ist unser Admin. Und jetzt ändere ich das Ganze nochmal. Dafür brauche ich hier meinen Key User role. Und ich möchte das in AT nennen. Helfer quasi. Und dann sage ich senden. User not found. Wir haben auch unsere andere E-Mail Adresse. Send. Success. Yes. Perfekt. Und wir haben uns AT. Super. Passt. Okay. Das heißt, das funktioniert. Und unsere User role ist jetzt auch drinnen. Jetzt brauchen wir noch ein Passwort Reset. Wir brauchen sowieso einen Passwort Generator wahrscheinlich dann nochmal. Ja. Dann machen wir jetzt nochmal ein User Passwort Reset. Passst du soweit. Ich trinke nochmal währenddessen ein Schlückchen. Dann kommt da Passwort Reset. Das ist nicht viel Arbeit. Und dann brauchen wir unsere User Authentication. Also User Passwort Reset können wir noch nicht ganz durchsetzen. Weil dann müssen wir ja nochmal eine E-Mail raussenden. Das haben wir noch nicht. E-Mail raussenden ist dann erst dort. Aber es ist erstmal okay. Das heißt, wir machen jetzt erstmal unser Passwort Reset. Dafür brauchen wir eine neue View. Das sagen wir jetzt einfach nochmal in Dev Get. Also hier. Forgot Passwort. Also Reset Passwort. Reset Passwort. Und dann brauchen wir nochmal ein Request natürlich. Und dann sagen wir so. If Request Method gleich Post. Machen wir wieder. Und dann macht er hier dann Spaß. Ansonsten returnen wir hier. Wrong HTTP Method. Ja, da fehlt noch was. Ist klar. So. Reset Passwort. Die URLs brauchen wir nochmal was. Mit Reset Passwort. Würde ich so reinhauen. Und das ist Reset Passwort. Und Reset Passwort. Als Name. Passt. So. In unsere Views müssen wir schauen. Okay gut. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal die E-Mail Adresse. Zusätzlich. Das heißt, wir müssen wieder unsere E-Mail bekommen. Hier. Das da. Können wir direkt kopieren. Check. So. Das heißt, wenn wir unsere E-Mail Adresse bekommen. Hier fehlt noch was. So. Check. Check. Dann können wir einmal unser Passwort neu generieren. Und da brauche ich einen ganz easy Passwort Generator. Gibt es sicher ganz, ganz schöne Bibliotheken bei Python. Ich schaue mal, was es da gibt. Python. Generate. Random. Ganz easy irgendwas. Nicht groß. Nicht groß. Nicht viel zu importieren. Nicht viel zu installieren. Random. Shuffle. Das sieht doch gut aus. Ja. Wisst ihr was? Ganz ehrlich. Zack. Generate. Random. Passwort. Ja. Ich schaue mir die Funktion mal an. Und dann schauen wir, ob wir die übernehmen. So. Generate. Random. Passwort. Würde ich hier machen. Würde ich hier machen. Okay. Das ist ja cool. Ah, okay. Und dann mit self. Cool mal dem sagen. Hey, wir wollen das Ding so raus. Length ist gleich pass. Also Length machen wir einfach mal 20. Random. Shuffle. Characters. Ah, hier sind die. Ah, das sind die Characters. Machen wir mal hier rein. Characters sind die hier. Hey, Jean. Wird der Stream in Machenland Online? Ja, klar. Der geht. Der bleibt online. Der bleibt online. String. Eskeletters. Also auf YouTube natürlich. Auf Twitch wird er dann nach zwei Wochen gelöscht. So. List. String. Ah, wir brauchen nochmal ein Import String. Import String. Import Random. Es sind ja nicht viele Imports. Das ist ja eigentlich ganz nett. So. Wir machen hier ein Import String. Import Random. Eskeletters. Digits. Und hier nochmal ein bisschen was. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Das sollte kein Problem sein. Dann. Random Shuffle. Ähm. Past Characters. For E in. Ah, okay. Random. Shuffle Characters. Ach so. Okay. Der tut nur diese Punkte. Random Shufflen. Ah, okay. Und Password for E in Range Length. Ach so. Okay. Aha. Aha. Also. Random. Choice Characters. Ah, okay. Warum man hier nochmal random verwendet. Ist eigentlich egal. Du brauchst hier glaube ich kein random. Hier brauchst du kein random. Ich lasse das mal. Das brauchen wir eigentlich nicht. So. Und dann sagen wir hier. Password ist gleich das. Und dann. Nehmen wir. Also. Das ist ja doppelt mal random. Das brauchen wir nicht. So. Also. Wir haben ja unser random. Wo er dann random aus diesen Characters was pickt. Und dann sagen wir mal. For E in Range Length. Das ist okay. Ich mach einfach mal 20. Ich mach das mal ein bisschen kürzer. Zack. Und dann sagen wir hier. Picking. Password ist gleich das hier. Und dann sagen wir. Random Shuffle Password. Converting the list to string. Ah ok. Ja. Kann man machen. Und dann sagen wir. Return. Und dann sagen wir. Und dann sagen wir. Und dann sagen wir. Das da. Also. Wir wollen kein Return. Wir wollen. Self. Punkt. Ähm. Password. Gleich. Das hier. Und dann wollen wir es erst mal nur ausprinten. New. Password. Gleich. Einmal das hier. Dann muss ich ein F davor schreiben. Also es gibt coole Methoden. Womit man hier die ganzen Strings bilden kann. Äh. Ist gleich. Ähm. Ja. Password. Oder self. Punkt. Password. Passt ja nicht auch. So. Passt. Und dann haben wir hier ein neues Passwort. Glaub ich. So. Reset Password. Machen wir das. Und sagen einfach mal. User. Punkt. Reset. Password. Ja. Generate. Ja. Warum machen wir hier. Reset Password raus. Dann halten wir das so ein bisschen ähnlich. Check. Und dann müssen wir das verpassen. Warum meckert er jetzt hier? Ach weil wir das hier erstmal speichern müssen und so. Ich schau mal ob das jetzt funktioniert. Dann sagen wir einfach nochmal hier einen neuen Dings. Das können wir unseren Delete updaten. So. Oder duplicaten. Und jetzt machen wir hier mal nicht Delete. Sondern sagen Reset Password. Und dann brauchen wir als Body hier unsere E-Mail. Und hier sagt er einmal. Eine 403. Ah. Okay. Ja. Weil wir hier unseren CSRF Exempt noch nicht drin haben. Das wird eine schöne Sache. Darum kümmern wir uns dann später. Wrong HTTP Method sagt er. Post. Das ist aber Post. Das ist Post mein Lieber. return HTTP Response. HTTP Response. Success brauchen wir auch noch. Success. So. Weil nämlich das ist schon passiert hier. Hier sehen wir uns einmal. Hier ist das New Password schon drin. Also wir haben das Passwort schon generiert. Und zu Fortmeyer Passwort glaube ich. Passwort hieß das. Wir können uns das nochmal anschauen. Hier Get. Passwort war geheim. Und jetzt ist das Passwort immer noch geheim. Au. Wir müssen hier ein self.safe machen oder sowas. Gibt es das? Ja. Self.safe. Und dann wird das rübernommen. Reset Passwort. Success. Und jetzt haben wir hier geheim. Und. Okay. Wunderbar. Jetzt passt das. Super. Jetzt können wir unser Passwort auch schon resetten. Später wird dann da halt eine E-Mail rausgeschickt. Genau. Meine Güte. Meine Güte. Meine Güte. Ups. Nicht mein Greenscreen berühren. Das ist nicht gut. So. Wunderbärchen. Also das heißt. Wir haben jetzt zusammengefasst. Ein User Management auf der Backend Seite. Wir haben eine User Role. Wir haben Edit, Creation, Deletion, Get. Wir können sein Passwort zurücksetzen. Wir können alle User ausgeben lassen. Ich erstelle einfach nochmal einen User. Einfach mal just for fun. Nehme ich mal direkt den Micha beispielsweise. Sag ich jetzt einfach mal Create. Ich muss mir das irgendwie abspeichern, mal dieses Environment. So. Und dann sage ich Name gleich Micha. So. Over 18. Micha müsste über 18 sein. Dann sage ich hier mal Micha. Test.de. Und dann sage ich hier Your Name. Haben wir einmal. Ich nimm mal hier. Keine Ahnung. Ich nimm einfach mal. Ich nimm einfach mal Müller hier. So. Oder wir können auch ein Ü eintragen. Das sollten wir vielleicht auch mal checken. Ähm. HTTPS. Ja. Es ist hier eher die Saints of Sinner. Die Saints of Sinners oder sowas. Neh. Ich weiß nicht. Ich kriege es nie hin. Ich kriege die Adresse nie hin. Saints of Sinners glaube ich. So. Company. Ähm. Ja. Saints of Sinner. Ja. Passwort ist ganz geheim. Hm. Hier einmal das hier. Und die private PIN ist 4321. Crazy Daisy. So. Okay. Jetzt brauchen wir hier noch einen Key. Einen weiteren Key. Die User Role. Die haben wir halt vorhin nicht gehabt. User Role. Und da wird er. AT. Also Attendant. Success. Oh. Jetzt müssen wir hier einen zweiten User drin haben. Ja. Genau. Passt. Ah. Okay. Schaut mal. Das ist Pro Model. Das ist Pro Model. Das ist ja sowieso blöd. Dann können wir ja eh nichts machen. Also Pro Eintrag haben wir hier unseren Primary Key. Model Users. User. Und dann Fields. Okay. Naja. Dann ist es so. Okay. Aber jedenfalls hier haben wir den Micha. ATTEST mit Surnay Müller und so weiter. Ja. Passt. Okay. Dann haben wir das soweit kreiert. Und können damit ganz viel Spaß haben. Ne. Ganz viel Spaß haben können wir da. So. Nochmal hier F5. Ja. Müller. Ne. Genau. Super. Dann haben wir das. Und jetzt geht es eigentlich weiter mit dem nächsten User Authentication. Das heißt wir müssen uns jetzt bei jeder neuen Anfrage müssen wir uns ausweisen können. Verifizieren können. Wer wir sind. Was wir sind. Und was wir machen. Und das ist ganz spaßig nicht. Davor graut es mir. Bin ich ehrlich. Also das heißt ich gehe hier mal auf die Dokumentation und wir müssen mal schauen wo das mit Securing dasteht. Wir müssen das securen. Migrations. Managing. Testing. Django. User Authentication. Django's Cache Framework. Additional View Processing. Sending E-Mail. Logging. Pagination. Security in Django. Richtig Bock. Richtig Bock. Performance Optimization. Django Settings. Signals. Na. Da habe ich richtig Bock Freunde. Da habe ich richtig Bock. Wir können hier schon relativ viel vornherein einstellen. Aber wir müssen eben halt nur sagen. Jetzt verifiziere den Nutzer genau mit diesen Daten. Das ist dann oben User. User Authentication. Na. Installation. Django Contrib Auth. Contrib Content Types. Session Middleware. Usage. Using. Django's Default Implementation. Working with User Objects. Managing Users in the Admin. Aber in der Hinsicht möchte ich eigentlich unseren eigenen User verwenden. Das ist jetzt hier eine eigene User Implementierung, die die hier haben. Aber ich will unsere User Implementierung. Das heißt, dann müssen wir sowieso schauen, wie wir das dann machen können. Müsste auf jeden Fall funktionieren. Django. Ähm. Separate. Nicht separate, sondern. Ja. Ja. Können wir das separate sagen. Separate. Äne. Use. Own User Model to Authenticate. Genau. Custom. Das Wort ist mir nicht eingefallen. Wir brauchen einen Django Custom User. Und you can't use any of Django Authenticate in your Model. Take and look at this article about how you should implement a Custom User Model. Proxy Model. Ich glaube, damit werden wir uns beschäftigen müssen. Das heißt, wir müssen den ersten, also ich würde den User Model, den wir jetzt so haben, den würde ich erstmal lassen. Und dann werde ich später schauen, dass wir unseren, ne, und das dann so anpassen können. Aber bis dahin würde ich tatsächlich mal eine kurze Pause machen von 15 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Ich schreibe das schnell auf. Gleich geht es weiter. Genau. Einen Moment. Um 14 Uhr geht es weiter. Schreibe ich mir auf. Und dann sehen wir uns um 14 Uhr wieder. Dann bin ich auch wieder etwas leistungsfähiger, hoffe ich. Und dann werden wir uns um das nächste Thema kümmern. Authentifizierung in Django. Was sicher auch eine ganz, ganz tolle Sache wird. Und ich, mich, mich graut so ein bisschen davor, weil solche Sachen sind, sehen erstmal ganz gut aus, bis du das aber auch wirklich hast. Das wird noch ein bisschen dauern. Aber das kriegen wir hin. Da bin, freue ich mich auf jeden Fall. Also wir haben hier, okay, Class User, muss Abstract Base User rausgehen. Permissions, Mix in. Ah, es wird alles. Ich freue mich drauf. Und ich würde sagen, wir sehen uns um 14 Uhr wieder. Und bis dahin, ja, geht mal schön aus dem Klo oder so weit, je nachdem. Bis ihr da wieder, genau. Ich sag mal, durchseiten. Macht's gut. So, einen wunderschönen guten Nachmittag, kann man jetzt sagen. Wir sind morgens gestartet. Jetzt sind wir langsam im Nachmittag drinnen. Und ja, wir haben jetzt unser Passwort, beziehungsweise unsere User Verwaltung erstmal gefinisht. Jetzt geht's aber zur Authentifizierung dran. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir das in Django richtig einbauen. Und in der Hinsicht ist es auch mal ganz interessant zu sehen. Also, how to extend Django User Model. Wir werden uns dem User Model von Django selber, ja, annehmen müssen. Und von daher schauen wir einfach mal, was die hier so machen. Ich würde das von oben mal durchlesen, tatsächlich. Ich habe noch nichts angeschaut. Nebenbei, die Änderungen von eben habe ich jetzt mal auf GitHub gepusht. Genau, hat jemand gefragt. Klar, machen wir. Und ich würde sagen, weiter geht es. Und wir müssen in der Hinsicht, ich lese tatsächlich mal alles durch, weil ich glaube, es ist wichtig. So, ich glaube, wir sparen uns dadurch viel Zeit. And the Django's built-in authentication system is great. For the most part, we can use it out-of-the-box, saving a lot of development and testing effort. It fits most of the use cases and is very safe. But sometimes we need to do some fine adjustments to fit our web application. Commonly, we want to store a few more data related to our user. If your web application has a social appeal, you might want to store a short bio, the location, and so weiter. On this tutorial, I will present the strategies you can use. Okay, other ways. Using a proxy model, können wir machen. Using a one-to-one link with a user model. Creating a custom user model, extending abstract base user. Creating a custom user model, extending abstract user. Extending user model via proxy. Ah, and now we have the things. Okay, so we'll read the things first, the options, and then we'll see. Okay, so what is a proxy model? It is a model inheritance without creating a new table in the database. It is used to change the behavior of a... No, we don't want to have a new database. So, we call it proxy model, it flies out. One-to-one link with a user model. Das könnte ne ID sein. It is a regular jungle model that is gonna have its own database table and will hold a one-to-one relationship with the existing user model through a one-to-one field. Das hört sich sehr gut an. Das machen wir. When you should... Ne, when should I use a one-to-one link? You should use a one-to-one link when you need to store extra information about existing user model that's not related to the authentication process. We usually call it a user profile. That's what I need. Take me to the instructions. Ja, also ich würde sagen, das wird's auf jeden Fall sein. Wir lesen uns nochmal die anderen durch, was es sonst noch gibt. Weil, ich glaube, dann müssen wir uns hier... Ich lese es mal durch. Ich habe ja gesagt, wir lesen uns die Sache wenigstens halbwegs durch. So, what is a custom user model extending abstracted base user? It is an entirely new user model that inherited from abstract base user. It requires a special care and to update some references through the settings.py. Ideally, it should be done in the beginning of the project since it will dramatically impact the database schema extract care while implementing it. When should I use a custom model? You should use a... When your application has specific requirements in relation to the authentication process. Also, das haben wir eigentlich nicht. For example, in some cases, it makes more sense to use an email address as you are in Richtung of the user name. Aber ich denke, das kriegt man schon hin, oder? Creating a user... Ja, also ansonsten tun wir halt den username, auch die email address eintragen und fertig. Also, ich denke, das sollte kein Problem sein. Creating a custom user model extending abstract user. Ähm, it is a new user model that inherited from abstract user that requires a special care and to update some references through the settings. Hey, you should use it when you are perfectly happy with Django, handle the authentication process, and you wouldn't change anything on it. Wollen wir eigentlich nicht. Yet, uh, you want to add some more directly to the user model without having to make an extra class. Nein, also, option 2 ist, glaube ich, gut. One-to-one link with a user model. Das machen wir, Leute. Das machen wir. Wunderbar. Erstmal was trinken. Okay, also das Class Profile haben die hier, ne? Und ich glaube, was wir brauchen, ist user models.1to1field user on delete models.descate. Also, so tun wir jetzt die ersten mal hinzufügen. Okay, now it is where the magic happens. We will define signals, so our profile model will be automatically created, updated, when we create update user instances. Piece of cake, check this example in Django. So, template, view method, forms.py, views.py, profile.html. Okay. Es sieht relativ easy aus. Wenn es wirklich so easy ist, dann ist es okay. Nehme ich gerne mit. Nehme ich. So, okay, also wir schauen erst mal das erste an. Extending user model using a one-to-one link. From Django, DB import models. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich hau mir das mal auf die rechte Seite hier und wir gehen hier mal auf die linke Seite. Das ziehen wir mal klein, das brauchen wir jetzt nicht. Und wir sind schon in unserem models.py drinnen, die ich hier mal, ich schließe einfach mal alles, zack. Models.py. Also. Perfekt. User. Schauen wir mal. Ah, wir haben unsere class person, ist in unserem Fall wieder der user. Ich denke, das sollte jetzt erst mal kein Problem sein. Und die, die hängt von user up. Ne, achso, das ist extending. Ne, wir wollen ja das one-to-one link. Ah, ich dachte schon. So, da hat das ja blöd gewesen. Also, user models.model. Das sieht besser aus. User ist gleich. Ich tu mal hier meine Kopfhörer so ein bisschen weg, die nerven mich gerade ein bisschen. So, also, user gleich models dot one-to-one field. Also, wir brauchen ein one-to-one field, also eine one-to-one connection zwischen dem user model von dem internen Django und von unserem user model. Und wenn wir das haben, sagen wir einfach user. Ist trotzdem blöd, ne? Ja, das sind jetzt zwei users. Ich glaube, das ändern wir ja in Profile um. Hilft ja alles nichts. Ja, und dann wird hier vieles nicht mehr funktionieren. Aber hilft ja nichts, hilft ja nichts. Hier brauchen ja unser User von den auth-BD-Models. Das ist ja okay. Ich glaube, da kommen wir rum. So, ist hier eigentlich schon alles von Profile. Also, hier ist schon alles gechained von Profile, aber von den anderen Dateien wahrscheinlich noch nicht. Da müssen wir noch mal schauen. Also, from Django, Contrib und so weiter. Das heißt, passt. Jetzt haben wir hier unseren User. Und dann sagen wir on delete models dot cascade. Also, das heißt, dass das auch gelöscht werden soll, wenn das andere deleted wird. So, Bio, das sind jetzt die Sachen, die wir hier selber haben. Null dürfen auch manche Sachen sein. Da, das ist aber mir egal. Machen wir weiter. Das heißt, eigentlich, das ist auch okay, wenn das mal Null sein kann. Genau, also blank gleich. Ich lasse es mal. Ich lasse es erstmal. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Spaß. Das können wir auch mal alles machen. Now, this is where the magic happens. We will define signals. So, our profile model will be automatically created, updated, when we create, update user instances. So, check. Das heißt, wir setzen das mal hier hin. Und hauen uns das mal rein. Wir brauchen hier die DB model signals dispatch post und receiver oder sowas. Hauen wir uns rein. So, receiver, post, save, sender user, post, save, save user profile, create user profile. If created, profile.objects create user gleich instance. Wir tun hier ein neues Object reinhauen. Okay, also unser User Model von Django Authentication, der haut das dann durch. Das heißt, wir müssen einen User in der Django Authentication create. Ich fände es geiler, wenn man das eigentlich bei uns selber macht, dass wir hier createn können. Aber anscheinend müssen wir dann immer einen User dort createn, oder? Oder ist das so? Schauen wir mal. Basically, we are hooking the create user profile and save user profile methods to the things. Das passt und so weiter. Instance.profile.save. Ach, wir müssen das noch in das Profile reinhauen, ne? Weil das Profile gibt es ja noch nicht. Wir haben hier noch kein, also wie instance.profile gibt es ja noch nicht. Wo haben wir denn das rein? Haben wir das schon rein? User. Profile. Vielleicht kommt das dann mit der Zeit. Vielleicht tut das Django dann selber machen. Das könnte ich mir vorstellen. Now we will define, ne, we will now define signals so our profile model will be automatically created, updated. Haben wir gemacht. Also diese Signals haben wir drinnen. Das andere ist ja das gleiche geblieben. Da ist ja tatsächlich nichts verändert. Und hier Profile und Instance. Also das ist die Instance, das ist die User Instance. Und da gibt es natürlich dieses Profile-Dings noch nicht. Da bin ich mal sehr gespannt. Also lass mal hier Instance reinschauen. User. Komm mal hier rein. Abstract User. Ja. Dann haben wir jetzt hier verschiedene Sachen. Die haben E-Mail-Field, User-Name-Field. Und noch irgendwas anderes. Wo ist die Datei eigentlich? Wo findet man die? Die finden wir unter... Okay. Unter dem Django. Auth-Models.py. Okay. 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 Basically we are hooking the create-user-profile-and-use-save-user-profile-methods to the User-Model. Genau. Whenever a safe event occurs, this kind of signal is called post-safe. Aber das heißt doch eigentlich... User ist gleich Instance. Und den Rest, den können wir so lassen. Ich weiß es noch nicht, was wir hier machen müssen. Können wir hier sagen... Ja, ich will hier den Profile-Objects.last oder so was. Oder Latest. Wahrscheinlich Last. Und den möchte ich... Punkt... In-User-Name. Den möchte ich ja quasi... Also ich möchte jetzt den letzten... Beim letzten User, den wir jetzt hier created haben, möchte ich das Passwort, die E-Mail und das User-Dingsbums aktualisieren. Wisst ihr, was ich meine? So. Create-User, safe-User. Okay. Create-User, safe-User und delete ist sowieso schon gedingst. Okay. Profile-Objects.last. Und jetzt möchte ich hier beispielsweise auf den... Also nicht name, das ist was anderes dann nochmal. Okay, wir müssen hier irgendwie, ne? Punkt... Last. Also wir müssen das und dann hier. Hm. Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt beispielsweise den E-Mail... Die E-Mail möchte ich jetzt beispielsweise auf die Instance.E-Mail-Field. Ne. Das wollen wir nicht. E-Mail. Na. Also unsere Instance ist ja unser User... Ne, Sender ist unser... Sender ist das Ganze. Sender.E-Mail. Sender.E-Mail. Ja, genau. Sender.E-Mail. So. Und dann möchte ich das Ganze jetzt auch noch mit dem... Password am besten. Wobei, wenn das Password dort gespeichert wird, dann brauchen wir auch kein Password. Das ist voll okay. Und E-Mail brauchen wir... Von mir aus brauchen wir auch keine E-Mail dann mehr. Also es ist für mich voll okay, wenn wir sagen, nee, wir machen kein Password mehr rein. Aber lasst noch erstmal das Password drinnen, weil es erstens viel zu verwirrend dann ist und weil unsere API noch nicht dementsprechend angepasst ist. Von daher ist es voll okay, wenn wir das Password da rausschmeißen. Dann ist es sicher auch besser gesaved als bei uns im Klartext. Das wollen wir eigentlich nicht. So. Diese Magie ist gehappent. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob hier dieses Profile existiert. Ah, da warten wir einfach mal ab. Auch weil die wahrscheinlich hier bei Create sagen, ne? Wenn ich mir noch nicht ganz, bin ich mal sehr gespannt, was hier noch mit Profile kommt. Now how I can use it. Dev update profile. User. Ah. Okay. Wir gehen immer über den User. Also wir creating immer den User und über User.profile gehen wir dann die Sachen raus. Did you know that you can possess more than one Form at once? Check out the snippet. User.form.profile.form. Also bei Forms hat man nur mal richtig Spaß. Knowing before and you will need to access the related data, you can prefetch it in a single database query. Das ist aussehse gut. Das schnappen wir uns schon mal raus. Okay. Also dann müssen wir hier unsere Dings einfach komplett überarbeiten. Das machen wir jetzt mal schnell. Wobei ich schaue erstmal, ob das so funktioniert. Bevor wir hier noch Ramazama machen und so, Steuerung 10, schaue ich jetzt erstmal, ob hier überhaupt noch irgendwas funktioniert. Ich habe jetzt eine fertige Version auf Git gepusht. Das heißt, wenn wir da komplett den Geist aufgeben, dann ist das erstmal nicht ganz so schlimm. Admin. Ach, das heißt jetzt E-Profiles. Okay. Okay, das geht so richtig in die Hose. So, wir haben hier User-Genre. Und dieser Genre-User, der hat hier einmal das, das, das. User-Permissions. Mhm. Date-Joint. Groups. Steph-Status. Super-User-Status. Also wir können eigentlich das Ganze in Groups reinhauen. First-Name, Last-Name, Personal-Info, User-Name. User-Name wird für uns dann immer die E-Mail-Adresse sein. Ich will keinen, nochmal einen neuen User-Name. Wozu braucht man den? Man braucht eigentlich keinen neuen User-Name, wenn man die E-Mail hat. Ähm, Groups, User-Permissions. Kann ich dann sagen. Okay, dann kann ich hier sagen, okay, was kann der wirklich? Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, das macht man dann mit den Groups. Das heißt, dann implementieren wir direkt Groups hinterher. Das heißt, unsere User-Role wird dann zu einer Group. Das machen wir. Das heißt, wir brauchen eine Group. Einmal, ähm, die heißt Attendant. So, oh, da kann man dann ganz viele Permissions eintragen. Attendant kann erstmal View-User. Oh. Ah. Attendant soll nicht mehr können. Sessions. Also, Attendant ist unser Helfer. Sessions, das ist mir komplett egal. Den Rest brauchen wir alles nicht. Ähm. Ja, kann, ah, okay. Can delete, can change. Ich glaube, das ist tatsächlich genau jetzt unsere User-Sache. Glaube ich. Oder ist das deren User-Sache. Es kann auch sein, dass es deren User-Sache sind. So, und dann sagen wir, save and add another. So, dann haben wir hier einmal Contact. Ich bin also, ja, ich mach mal Contact rein. In die Ad-Group. Contact. Und der kann erstmal nichts. Und dann brauchen wir noch einmal einen Organisator. Der kann Users adden, changen, deleten und viewen. Ah, und hier haben wir Auth-User. Ah, okay, 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 okay. Delete und view. Auth-Permission. Wollen wir nicht changen. Sagen wir mal save. Und dann haben wir noch den Administrator. Äh, nee, Ad-Group muss ich sagen. Administrator. Und dort sage ich mal User. Ad und Permissions. Ja, super. Okay. Und Group ist eigentlich also der spannende Teil. Ach, die können alles. Save and add another. Perfekt. Also, Administrator kann alles. Attendant, Contact, genau, Attendant kann dann noch view user. Ähm, von diesem Auth-User. View user. Solltet ihr auch noch können, der... Nee. Der hat gar nichts, Attendant. Wir wollen noch einmal can view user machen. Und wir wollen... User, hier, can view user machen, ne? Genau. So. Und dann sagen wir save. Ach. Ich hätte save gemacht müssen. Hä? Warum hat das nicht gespeichert? Jetzt hat das gespeichert. Keine Ahnung. Okay. Wir gehen hier Administrator, Attendant. Der kann... Das hat er. Das haben wir ja eben gemacht. Contact kann nichts. Ist okay. Okay. Und Organisator kann ein bisschen was, ne? So. Zack. Und... Ah, okay. Das ist falsch. Organisator kann einmal die ganzen Sachen... Ah, okay. Ich kann die beiden... Die markieren und hier rüber schieben. So. Und dann die hier. Und dann save. Jetzt ist es gesaved. Gut, okay. Dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Moin, das ist aus dem Rügeland. Leider bin ich heute erst später. Ja, es ist okay. Wir sind gerade dabei, so ein Management-System aufzubauen. Auf Django basierend. Mal sehr gespannt, was das noch wird. Sehr gespannt. So, richtig einen Plan habe ich. Also, ich habe schon einen Plan, ne? Aber gerade jetzt mit der Authentifizierung, das wird spannend. Okay. Users. Unsere User sind die hier. Profiles sind... Genau, ne? Da sagt er jetzt hier, ja, das funktioniert alles nicht mehr. Das ist aber, glaube ich, erst mal okay. Weil nämlich kein Profile entsteht. Das heißt, wir können eigentlich diese Users alles löschen. Ja. User Profile. Genau. Ach, wir müssen sowieso erst mal migraten, ne? Wir müssen erst mal migraten. Make Migrations. Und migrate. Besser. Jetzt müssen wir da wenigstens wieder ein bisschen reinkommen. Ah, dafür muss ich den Server wieder starten. Und den starten wir hier. Und jetzt lasse ich mich da wieder rein. Ja. Besser. Ah, jetzt hatte ich ja alle alten auch gelöscht. Das ist aber okay. Das sind ja sowieso nur Beispiele gewesen. So, okay. Also, Groups User Profiles. So, wenn ich jetzt einen User erstelle. Test at test.de. Passwort. Die wollen hier ein richtiges Passwort. Wollen die mich mal... Ja, ich will hier testen, man. So, ich hoffe, die können hier sagen, hier ist safe. Passwort ist too common. So, ähm, dann muss ich mir irgendwas an... Must contain eight letters. So, das sind jetzt acht Letters. So. Muss man sich hier immer extra ein eigenes Passwort überlegen, ne? Okay, und was kommt jetzt hier? Jetzt kommt hier... Ich glaube, es liegt an unserem Over 18, weil das muss ja gesetzt werden. Jetzt seht ihr das Passwort. Meine Güte. Okay, ähm, dann... Sagen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter. Ähm, okay. Okay, okay, okay. Also, ich glaube, das liegt daran, dass wir hier bei dem... Bei den Models, bei der Magie noch ein bisschen was machen müssen. Sender ist unser User. Profile.objects.create.user ist die Instance. Also, es ist schon die Instance. Okay, und Sender ist einfach nur das Objekt selber wahrscheinlich. Und created ist... Ja, if created, dann... Okay. Müssen wir jetzt im Profile.objects.create... Ich mach mal was anderes. So, 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 Profile... Also, Profile gleich Profile... User gleich Instance. Kann ich dann sagen, kann ich am Ende sagen, Profile.objects... Nee, äh, nee, kann ich am Ende sagen, einfach nur Profile.save. So, und jetzt kann ich doch hier meinen ganzen anderen Spaß hinzufügen. Beispielsweise over 18 mache ich jetzt erst mal Profile.over18 gleich... In dem Fall sag ich einfach mal true. Weil das ging ja auseinander. So, das heißt, wir können dann eigentlich erst mal unsere User-Role auch vergessen. Website Name, E-Mail. E-Mail brauchen wir ja eigentlich. Ist die E-Mail in einem anderen Ding drinnen? Lass mal schauen. Ähm, Django Administration, Users, was ist da drin? Da ist First Name und E-Mail-Adresse ist es drin. Super. Das heißt, dann haben wir hier E-Mail-Adresse. Ist auch schon drin. Das heißt, wir brauchen eigentlich auch keine E-Mail-Adresse mehr. Unsere Identifizierung geht jetzt über den User selber. Surname Name Passed. First Name, Nast Name haben wir eigentlich auch schon drin. Das heißt, das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Website Passed, Company Passed, Over18 Passed, Password Passed, nicht. Brauchen wir auch nicht mehr. Und Private Pin ist okay. Das heißt, nur die Sachen brauchen wir noch für unser neues Profil. So, okay. Das heißt, Over18 ist gleich... Mach ich einfach mal true. Website ist komplett egal. Company ist komplett egal. Und das war es ja schon. Private Pin ist auch egal. So. Ich bin ja aber sehr gespannt. Okay, also das, glaube ich, war wichtig, dass wir es hinzugefügt haben. Ansonsten, der andere Spaß ist komplett egal. Den brauchen wir nicht mehr. Get Private J-COL, das passt. Oh, jetzt finden wir auch kein Self-Surname mehr. Aber ich glaube, das schmiert uns jetzt hier erstmal nicht ab. Außer wir müssen das nochmal ändern. So, das heißt, wir müssen hier einmal unseren Server nochmal... Ne, erstmal Migrations machen. Erstmal Make Migrations und Migrate machen. Weil wir hier ganz viel wieder geändert haben. Ich glaube, ich zerschieße das Ding heute so. Ich sag's euch. Also, ich möchte einen neuen User hinzufügen. Das ist ja so die Sache, die wir hinzufügen wollen. Test. Hier haben wir doch schon was gehabt. Passwort. Das sicherste Passwort im Leben. Hey. Kein Fehler mehr. Ich glaube, es lag wirklich an diesem Over-18. So, und jetzt Profiles. Profile-Object has no Attribute-Email. Lecken Sie mich doch. Nein, Spaß. So, ähm, also. Ähm, 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 ähm. Ja, heißt ne Attribute-Email, weil wir keine E-Mail mehr haben. Models.piLine45. Forty-Five. Aha. Ja, das ist natürlich blöd. Self.user. E-Mail-Field. Ich will ja mein Mail-Field haben. Das hatte ich doch da irgendwo, oder? Hatte ich das irgendwo schon? Ich wäre ja jetzt von dem User, also von dem User möchte ich die E-Mail. Das kann doch nicht so schwer sein. Class-User. Abstract-User hat Username, First Name, E-Mail. So, und jetzt gib mir diese blöde E-Mail nochmal zurück. Und jetzt hier einfach E-Mail. Und wenn du jetzt hier Zicken machst, dann kannst du nämlich mal... Er macht immer noch Zicken. Lass mich mal schauen. Ich tue das Ganze nochmal neu starten. Keine Ahnung. Users. Dieser Test at testos.de. Steph-Status ist anscheinend nicht drin. Weil Steph-Status ist wahrscheinlich... Er ist ja in dieser... Ach, okay. Er ist noch nicht in keiner Gruppe. Ah, okay. Profil. Ist egal. Also, was steht da? 45. Ah. Ja, den gibt es auch nicht mehr. Es könnte so einfach sein, Freunde. So, okay. Abstract-User ist einmal der Last Name. Den brauchen wir auch noch. Den Last Name. Check. Äh, self.user.last name. So machen wir das. Wow. Cool. Cool, cool, cool. Dann ist das jetzt so geschehen. Jetzt müssen wir noch unsere API-Calls anpassen. Und dann müssten wir schon in diesem Authentifizierungssystem sein. Was wir von Django immer wollten. Dann können wir uns zwar wieder mit Postman rumschlagen und so. Aber das ist ja okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin. Das heißt, ich muss jetzt die REST API anpassen. Und dann ist unser User schon in dem User-Dings-Wumms-Verzeichnis da. Das heißt, das wird jetzt nochmal spannend. Ah, wir gehen mal auf die Views. Und gehen einfach mal von oben durch. Create. Brauchen wir jetzt weniger. User.email. Das ist einmal, ich brauche sowieso gleich nochmal. Genau. Also User. Also wir brauchen erstmal hier Profile. Das hat er hier richtig geändert. Das heißt, ich ändere das aber auch alles auf Profile. F2. Profile. Ich glaube, wenn wir jetzt hier alles zu Profile geändert haben. Ah, da hat auch nur das als Profile geändert, was es sein muss. So Profile.user.email ist gleich das. User.lastname ist gleich das. Profile.user.users. User.users. Firstname ist gleich das. Profile.users. Profile.users. Past company. Past over 18. Past. Password.users. User.users. Profile.users. Ah, wir müssen das sowieso anders aufbauen dann tatsächlich. Wir brauchen erstmal einen User.user und dann schauen wir das Profile rein. Und dann müssen wir das Profile zu dem User finden. Okay, wir müssen das ein bisschen anders aufbauen. Aber das kriegen wir hin. Profile.user.password. Ist einmal da. Das schaue ich mal oben zu den User Sachen. Weil nämlich die müssen den User zuerst kreieren. Und wenn wir den User kreiert haben, dann wurde das Profil schon automatisch mitgeneriert. Und dann müssen wir in das Profil rein und genau Spaß haben. Und dann da die Sachen ändern. Das heißt, wir müssen erstmal einen User kreieren. User gleich User. Und dafür müssen wir das Richtige importieren. Kriegen wir einen User. User, 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 User. Nope. Lass mich mal schauen pro Models hier. Diesen User brauchen wir. Genau. Zack. Einmal hier rein. Das ist hier oben nicht sortiert. Das kann ich mal irgendwann sortieren, wenn ich Lust habe. So. Aber jetzt noch nicht. Genau. User. Okay. User ist gleich User. Easy peasy. Dann. User. Und jetzt kommen hier diese Dinger hier. Die kommen hoch. Und die kommen direkt in dieses User. Und wenn wir das haben, sagen wir User.save. Und jetzt können wir in das User.profile gleich Profile gleich Profile. Also andersrum. Profile gleich User.profile. Und jetzt haben wir hier unseren Profile. Und dann müssen wir am Ende unser Profile nur noch safen. So stelle ich mir das vor. Die User.rore ist nochmal eine andere Geschichte. So stelle ich mir das vor. Ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich habe keine Ahnung, ob das Sinn macht. Schauen wir mal. Also ich gehe mal auf unseren Postman. Wir createn einen User. Da müsste sich eigentlich nichts geändert haben. Und wir schauen mal. Ach, wir brauchen noch Username hier. User.username ist gleich auch das E-Mail-Zeugs. So, schauen wir mal. Es steht ein Success da. Ich kann es nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. So, lass mal suchen. Users. Ich habe jetzt hier den Micha eingetragen. Da ist der Micha. Invalid Password or Unknown Hashing Algorithm. Okay, das Passwort stimmt noch nicht. Da müssen wir noch was testen. Ansonsten Micha Müller ist hier drin. E-Mail-Adresse ist auch drin. Und jetzt ist natürlich das Wichtige, ob das Profil zu Micha auch da ist. Okay. Ja, ist da. Perfekt. Und Micha ist auch over 18. Das ist cool. Also das funktioniert. Das funktioniert genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist schön. Was wir jetzt noch brauchen, ist die User Role. Und das Passwort müssen wir noch ändern. Schango. Warte mal. Vielleicht gibt es hier eine User Dings. Einfach so eine User. Ne? Abstract User ist das. DevClean. GetFullName. GetEmailUser. Also wir können hier mit Get und so weiter machen. Ich brauche ja nur das Passwort. Das will ich setzen. Lass mal schauen, was wir hier mit Passwort finden. Finden auch nur zwölf Sachen. Set Passwort. Mhm. Ich probiere es mal. Ich probiere es einfach mal. Not implemented. Das ist natürlich erst mal noch nicht gut. Set Passwort. Gibt es noch andere Set Passwort? Make Passwort. Passwort. Wir können auch Create User sagen. Das ist super. Vielleicht machen wir die Create User Funktion. Aber User Manager, das ist ja, die ist privat. Da. DevCreateUser. Wir probieren mal das hier. CreateUser. Geht das? User. Wahrscheinlich nicht, ne? Warte mal. Lass mal so. Wo ist jetzt diese Create User drinnen? Die ist in User Manager. User Manager. Und dann können wir hier sagen, gibt die was zurück? Ja. Ja. Müsste sie zurückgeben. User ist gleich User Manager. Punkt. CreateUser. Und jetzt haben wir hier ja, Self. Das ist klar. Oder muss ich was eintragen? In Self nie, ne? Nee, muss ich nichts eintragen, oder? Nee. Oder müssen wir das schon? Müssen wir von Django den User Manager importen? Aber das kriege ich ja nicht hin. Ich würde ja eigentlich nur, ich würde ja eigentlich nur das Passwort ändern. Das kriegen wir ja hin. So, Passwort ist gleich, wie macht er das Passwort? Wie macht er das Passwort? CreateUser ist gleich E-Mail, User, Punkt Passwort. MakePassword. Ah, MakePassword. Das sieht doch gut aus. Dann lassen wir das mit dem User. Nee, das war falsch. Ich möchte hier Steuerung Z ein bisschen ausführen. So, User. Okay, nee, das wollen wir drin lassen. Okay. Egal, also, wir wollen jetzt hier unseren User, das PassedUserName ist das nochmal. Und hier brauchen wir unser, wo ist unser MakePassword eigentlich drin? Wo ist unser MakePassword drinnen? Da, Def MakePassword. Das heißt, ich muss hier MakePassword implementieren. MakePassword. Ich probiere es mal, ob das funktioniert. Dann sage ich in dem Fall, MakePassword. Das ist ja unser Problem. Oder wir machen das notfalls so. Ne, wir machen das nicht so notfalls. Das ist blöd. So, wir, ich probiere es mal. Ich probiere es mal. So, und jetzt kreieren wir nochmal so ein Micha 2 eben und schauen einfach mal, was passiert. Bei uns, es ging ja erstmal um das Passwort. Das heißt, jetzt gehe ich hier in mein Postman wieder rein und ich change mal die E-Mail zu Micha 2 und der heißt auch Micha 2 und wir senden das mal. Ist es immer noch ein Success? Das ist sehr, sehr gut. Das ist ein Success. Okay, dann muss jetzt aber das Passwort richtig sein. Das Passwort sieht gut aus. Okay, also MakePassword hat hier in der in der Sicht funktioniert. jetzt müssen wir noch die Joops hinzufügen. Oh, meine Güte. Okay. Hilft da nichts. Wir müssen unseren Spaß hinzufügen, die Gruppe. Das heißt, wir müssen uns mit Gruppen von dem Dings beschäftigen. Aber das ist eigentlich cool, dass es funktioniert. So, das heißt, am Ende müssen wir nochmal sagen, User. Add to Class. Wir brauchen ja Add to Group. Schauen wir nochmal rein, was man hier mit Groups machen kann. Group. Mhm. Groups ist einmal das hier. Permission. Group Manager. Group. Wir haben ja relativ viele Sachen. Group Manager. Groups. Permission Mix in. Wir brauchen Name Group, Help Text Group, Set Get Group Permissions. And no means user. Da waren wir sind mal gestartet. So, User. Okay, da müssen wir nochmal schauen. Django. Add User to Group. Da brauchen wir unsere Group. Okay, das ist ja easy. Das ist ja easy peasy. Dann sagen wir nochmal, wir sind in unserem Models.py. Ne, in unserem Views.py in dem Fall. Und dann brauchen wir hier in dem Fall die Group. Und jetzt, wenn wir die Group haben, haben wir ganz viel Spaß mit hier. Also, if request.post User Role User Role Ach, ich brauche ja eigentlich gar keine Klammern bei dem. Das ist immer so, wenn man so ultra, ultra viele unterschiedliche Programmiersprachen verwendet, ist das immer schwierig. if request.post User Role Jetzt müssen wir mal checken, ob die User Role einmal gleich Contact ist, also CO. Sagen wir, group.objects group.objects .get or create Ich würde get or create machen, weil wir haben das jetzt bei uns lokal hinzugefügt, aber dadurch, dass wir hier ja die Gruppen in diesem Django Admin, die sind wahrscheinlich nicht immer verfügbar. Von daher muss ich Administrator, also muss ich die selber machen. Das heißt, in dem Fall brauchen wir Contact. Contact. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Stack Overflow hier, ne? Hier waren wir stehen geblieben. Genau. Und dann sagen wir, Punkt User Set, also my group. Okay. ähm, group gleich das hier. Get or create. Das ist jetzt durch, ne? Genau. Und jetzt müssen wir dem User Set das hinzufügen. Group. Punkt User Set Punkt Add User. In unserem Fall. Keine Ahnung, das funktioniert. So, das kann weg. Und dann können wir hier einmal, warum sind wir eigentlich im Update gerade drin? Ich will das nicht im Update machen. Ähm, das ist sowieso noch nicht angepasst. Wir wollen euch hier rein. Genau. So, das heißt, wir machen hier unser, genau, ist gleich CO, machen wir das. Und dann tun wir das nochmal anders machen. Elef. Dann ist das einmal nicht Contact, sondern, also erstmal Attendant. A-T. Attendant. und dann haben wir einmal Organisator, also O-R und Organisator und dann am Ende haben wir einmal User Role AD für Admin. Administrator haben wir ihn genannt, ne? Administrator. Ich glaube, da haben wir Administrator genannt. Administrator. So, okay, das sollte es eigentlich gewesen sein. Inval-Syntax. Wo ist der Inval-Syntax? Der Inval-Syntax ist bei Line 25 in Views. Ah, okay. Ich glaube, das brauchen wir nicht mehr. Zack, wohnert Bärchen. Dann wäre es das dafür zu gewesen. Wir haben unseren User. Also, Group, müssen wir Group. Save machen. Ich glaube, wir müssen Group. Ich glaube, nicht. Ich glaube, wir müssen Group. Save machen. Ich glaube nicht. So, lasst uns mal schauen. Er hat auch kein Group. safe gemacht. Also, von daher kann ich ja nicht voten. Ich bin nicht mal angemeldet. Gut, dann lasst uns das nochmal durchchecken. Und, was ist besser als ein Micha 2? Ein Micha 3. Okay. Wer hätte mich gewundert, wenn wir fünfmal in Folge nach einer Änderung nur Success hätten. So, was sagt er denn hier? Was sagt er denn hier? Ah, in Create Group. Returned more than one group. It returned four. Die ist jetzt natürlich nicht so hilfreich, nee. Muss ich name gleich attendant schreiben? Ist ja erstmal nur der name attendant. Den Rest können wir also lassen, bevor ich alles vier ändere. Ah. Unique Constraint AuthUser muss ich hier nochmal Micha 5 schreiben. Ne, Micha 4 sind wir erstmal. Ich schaue mal, ob Micha 4 funktioniert, weil anscheinend hat er, ja gut, er hat das ja gesaved und dann kam ein bisschen nach. Und jetzt kommt hier, HasNoAttributeUserSet. Ich hab mir fast gedacht. Lass mal in die Group schauen. Was hat die Group? Name permissions, Objects. Models.manager. Dann gehe ich mal auf Objects. Dann gehe ich mal auf Objects. Name permissions permissions ist gleich models.many2manypermissions zu permission. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht, Freunde. Also so wie der das auf Stack Overflow geschrieben hat, funktioniert es nicht. Und jetzt habe ich das richtig geschrieben? Genau, Name gleich. Ich hab Name. Ja genau, also tatsächlich ist hier überall Name gleich. Das können wir ja schon mal hinzufügen. Das ist richtig. Name gleich und dann hier nochmal Name gleich. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das hier hinzufügen. Also Group. Punkt ich sag mal Objects. Ich sag mal Objects. Ich habe keine Ahnung, ob das hinhauen kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht hinhaut, weil nämlich Objects permissions braucht. Genau. Tuple Object has no attribute objects. Das meinte ich eigentlich nicht. Aber gut. Group. Objects. Ich mach das mal so. Ich bin mal Group. Group. Objects. Ah. Vielleicht so. Hat er ein Group Großes? Nein. Er hat das Klein. Er hat das Klein. Er hat das Klein. My Group. Punkt. Group. Objects. Wir brauchen Group. Objects. Und Group. Objects ist schon unser Group Manager. Das ist unser Group Manager. Und unser Group Manager ist abhängig vom Models Manager. Das heißt, Tatsache, dann reicht es, glaube ich, wenn wir, da waren wir, das ist ja unser, wenn wir das Punkt add lassen. Da müsste es schon so fast reichen. Lass mich mal, lass mich mal checken. Ja, wir haben jetzt unsere Micha 6 schon. Micha 6 Cent. Schade. Tuple Object has no attribute. Warum haben wir ein Tuple? Warum ist das ein Tuple? oder gibt Get or Create irgendeinen Mist zurück? Jetzt haben wir es ja created letztendlich. Also das ist ja sowieso. Ich mach mal nur das. Vielleicht gibt Get und Create einfach irgendwas anderes zurück, wo wir uns fragen, was macht das? 6 7 Group Object has no attribute add. Aber jetzt. Wie hieß das Ding? User Set. Ich bin zweimal noch skeptisch, bin ich ehrlich. Aber lass mal schauen, vielleicht funktioniert das ja. 8 Hey, das hat funktioniert. Okay, das heißt, wir brauchen unser Get. Das heißt, wir müssen irgendwann mal anfangs unsere Dinger kreieren. Get. Get. Und get. Der Rest bleibt ja gleich. Ja. Gut, okay. Das heißt, wir können das nur mit Get machen. Und das Get or Create war eine nette Idee, ist aber blöd. Also was gibt Get or Create los? Zurück. Dann passt es ja. Ich glaube, Get or Create gibt wahrscheinlich ein Boolean zurück und dann das andere. Das kriegen wir noch hinten. Was gibt Get or Create zurück? Wir können sie einfach mal ausbinden lassen. Wir können sie einfach mal ausbinden lassen. Print. Und was ist denn das schönste? Und was ist denn das schönste? Ja, jetzt brauchen wir noch eine Klammer. Was ist denn das schönste, jetzt nochmal einen Nutzer zu erstellen? Einfach aber was können. Micha 9. Da kommt 9. Sind. Was pünktet er mir denn aus? Attendant. Das ist jetzt nicht so hilfreich. Okay. Also gut. Ach, ich muss hier Get or Create machen. So. Das heißt, wir müssen nochmal einen Micha erstellen. Es gibt heute viele Michas, sage ich euch. 10. Ah, okay. Also das ist wirklich das Erste. Das heißt, wir können, ich probiere das nochmal mit dem Get or Create. Or Create. und komme ich da so auf das Erste. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Tupeln funktioniert. Wir erstellen viele Michas. Man könnte es ja auch einfach machen, aber nope. Das hat funktioniert. Okay. Dann machen wir das doch so. Get or Create und machen da einen Null hin. Weil dann kommen wir nie in den Fall, dass diese Gruppe nicht existiert. Perfekt. So. Das heißt, wir schauen uns jetzt nochmal den Django Admin an. Den Django Admin. Zack. Ganz viele Users haben wir jetzt. Meine Güte. So. On Micha 11 hat jetzt beispielsweise noch D Group Attendant. Perfekt. Das wollten wir so. Okay. Also das funktioniert soweit. Und unsere Gruppe funktioniert. Unser Passwort funktioniert. Unser Profile funktioniert auch. das Profile können wir hier leider nicht sehen, aber jedenfalls da. Profile Michael 11. Ja. Kann man auch sehen. Perfekt. Also das sieht das ganz gut aus. Und wenn ich jetzt das hier delete, delete sich der User. Okay. Objects, Profile und okay. Und wenn ich jetzt zurück auf Users gehe, ist Michael 11 noch da. Okay. also wenn ich Michael 11 delete. Okay. Ich probiere mal Michael 10 hier zu eliten bei den Users und wird dann das Profile wegdeletet. Okay. Und dann sagt er Profiles. Ja. Okay. Dann wurde das Profile auch weggeletedetet. Okay. Das heißt, ich kann hier tatsächlich jetzt ganz easy hingehen, aber ich möchte das durch unsere API dann machen. Das heißt, das das Add hat jetzt funktioniert. Ich habe ja gar keinen Bock. Okay. Das heißt, das wird nochmal aufwendiger. Ich schmeiße mir alles, was wir hier haben, rein in Update. So, das ist ja okay, dass hier noch ein paar Sachen so sind. So, was wollen wir hier? Return, genau. User ist gleich, wir wollen das ja nicht, genau, User ist gleich, das können wir sogar schon fast kopieren. Genau, das brauchen wir. Wir müssen ja erstmal unseren User bekommen. If not, in dem Fall nicht Profile, sondern User, tatsächlich, User. Punkt Objects. Punkt Filter. Wenn wir hier nicht User name gleich Request. Punkt Post E-Mail, das passt, weil User name ist ja E-Mail, ähm, exists, user not found. Ansonsten gehen wir auf den User. Der User, den haben wir ja hier schon weg, brauchen wir nicht mehr, Ja doch, brauchen wir doch nochmal. Warum ist der hier noch nicht drin? Weil, das so, wir bis jetzt immer so gemacht haben. Achso, passt, User ist gleich, das hier. Schnappe ich mir und das ist wieder hier, User name. ist gleich das E-Mail, ist gleich das E-Mail, make password safe, ist okay. Profile, passt, Website, Website, private pin, passt, To-Do, hier in dem Fall, müssen wir alle anderen deleten, also wenn wir jetzt beispielsweise von einer User role, wir müssen schauen, dass wir hier, User, also das wäre quasi die Rolle, die wir zuvor hinzugefügt haben, dass wir die wieder entfernen, weil jetzt kann man ja mehrere Rollen haben, theoretisch, und ich möchte ja nur die eine Rolle immer haben und alle anderen, die alten will ich wieder wegwerfen, das heißt, hier wird sie immer hinzugefügt, das heißt, ich tue sie jetzt erstmal entfernen, das heißt, ich muss jetzt erstmal wissen, was bis jetzt mein, meine Group ist, also meine, meine User Groups, das heißt, ich gebe ein, wahrscheinlich User, Punkt, get Groups, gibt es sowas? Gibt es sowas wie User, get Groups? Schauen wir mal. User, Punkt, na, also, get Group, get Groups, okay, get Groups, permissions, wir probieren das mal, wir probieren das mal, mehr als schief gehen kann es ja nicht, so, permissions, gleich das da. Und das wird ein String sein, wenn ich das richtig verstanden habe, in Get Groups, permissions. Und jetzt müssen wir sagen, beziehungsweise, ich schau mal, ich schau mal, ob war hier, Django, remove, User, from Group, machen wir das doch mal so, how to remove a User from Group. User, Punkt Z, remove your User, genau. Das heißt, wir können ja ganz easy peasy, ganz billig, rein machen. Ich weiß nicht, ob der, remove, was kann man hier sonst noch machen, ob der sagt, okay, wenn das nicht exist, dann sollst du das nicht machen, das weiß ich nicht, wir können ja mal sagen, beziehungsweise, ja, lass mal schauen. Okay, ich mach das erstmal vor allem, also, wenn wir in Gruppe Kontakt einen User haben, get or create contact.user set.exists, ne, Punkt Filter, exists, passt ja wieder mit User name, das müsste genau das gleiche sein, exists, wenn das der Fall ist, will ich das removeen und da können wir, das bereicht da eigentlich, wenn wir hier, dann nur noch get sagen, wir müssen ja nur im ersten Fall get machen, den anderen Spaß, können wir ja, wirklich easy peasy get machen. get or create ist ja nochmal, so eine blöde, ist einfach länger und brauchen wir dann nicht. Es sind dann nochmal mehrere if else statements, wir müssen das jetzt nur einmal hinzufügen, das haben wir hier oben und dann passt es und jetzt füge ich das für ganz viele hinzu, also einmal das, das, das und dann sage ich einmal, ja, wir haben hier sogar schon komplett falsch, also, Kontakt passt hier und dann removeen wir Kontakt. Dann haben wir hier attendant und removeen hier attendant. Dann haben wir hier einmal Organisator und removeen hier Organisator und dann haben wir hier einmal Administrator und removeen hier Administrator. So. So sollte es in der Theorie klappen. Mal schauen, ob es in der Praxis funktioniert. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier auf genau profile.save und das darunter ist jetzt erstmal nicht schlimm, dass es jetzt noch hat drin ist, aber, ja, das sollte eigentlich, das sollte reichen. Das sollte reichen, meine Freunde. Lass mich mal schauen. Lass mich mal schauen. Delete Get Update. So. Wir haben noch einen Test-User. Das ist ja die Frage, lass uns mal, ach, Get ist, Get ist noch nicht ganz falsch hier, ne? User 3, aber wir kriegen halt noch nicht die Users hier drin. Das kriegen wir mit unserem Get all anderen Befehlen. Das haben wir ja hier irgendwo, Django, Python, how to das da. Ich glaube, das war es, ne? Genau, das will ich hier haben und das kriegen wir, indem wir hier sagen, bei dem All, Get, genau All, sagen wir in dem Fall das hier, das hier, müsste mit drin sein und jetzt, wenn ich noch mal das Get nutze, ja, dann ist hier alles drin. So, und nehme ich da auch das Passwort, hier habe ich das Passwort. Last Login, Username, genau, und ich brauche jetzt hier, eigentlich wollte ich mal schauen, ich wollte irgendeine E-Mail mir rauskramen, ich wollte irgendeine E-Mail rauskramen, lass mal runden schauen, wir haben eine E-Mail, Mecha 9, wir nehmen einfach mal die Mecha 9, so, Mecha 9, Punkttest.de und ich möchte jetzt hier einfach nur, einfach nur mal das durchmachen. Ja, also erstmal ein Fehler. Da müssen wir jetzt schauen, Cannot Resolve Keyword Username into Field. Aha! Und das ist in welcher Line in Views, ich brauche ja irgendeine Views, 65, Views 65. 56 meine ich natürlich. Profile, ach ja, ich muss ja nehmen, ich habe mal keine User, User brauchen wir hier. User brauchen wir hier. Ja, so, nochmal, 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 nochmal. Nicht schlecht, hart funktioniert. Und jetzt müsste der Mecha 9, müsste jetzt AT sein, ne? Mecha 9 müsste AT sein, war er wahrscheinlich schon davor, ne? Groups, hm, sehen wir jetzt hier nicht mehr schön. Können wir vielleicht das auch noch mit Groups hier raushauen, dass wir direkt wissen, was das für einer ist. Ähm, damit müssten wir nochmal runter zu dem All. ich weiß nicht, ich probiere es mal. Select Related Groups. Falsch als falsch, kann es ja nicht sein, ne? Aber ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ne, ich glaube nicht. Ne, ich glaube nicht, Leute. Ich glaube nicht. Ja. Ne, weil das andere ist ein Array und das ist ein verlinktes Dings. Schön, wenn ich die Groups hier rausbekommen würde. Das wäre schon Premium. Weil ich will nicht nochmal eine extra Anfrage, um nur die Gruppe von jemandem rauszufinden. Ich könnte ganz billig und ganz dreckig sein und die die Group auch nochmal im Profil mit abspeichern. Wenn man aber manuell dann rangeht, dann geht es auseinander und das möchte ich eigentlich nicht. Das möchte ich eigentlich nicht. Ne, das ist blöd. Hm. Ja, dann ist es erstmal so. Dann ist es erstmal so. Dann ist unsere Gruppe jetzt erstmal nicht mehr in diesem Get-Befehl drin, aber das ist halt deshalb so wild. Weil wir können das beispielsweise, wenn wir das jetzt nochmal durchchecken wollen, hier nochmal durchchecken bei Users, Mecha9 ist gerade unser Testobjekt. Mecha9 ist gerade Attendant. Genau. Und jetzt, wenn ich den Attendant, genau, Mecha9 ist jetzt heißt Dojo. Das haben wir eben auch kurz gesehen. Und wenn ich jetzt hier mal auf AD wechsel, finde ich witzig, wenn man das von hier aus machen könnte. Aber kann man. Dann müsste er jetzt Admin sein. Ja. Okay. Das passt soweit. Okay. Also funktionieren tut das Ganze soweit und dann ist mir das auch egal. Perfekt. So, Gruppe funktioniert. Der Rest funktioniert. Ah, Passwort wird sicher auch funktionieren. Ja, Passwort wird auch funktionieren. Aber vielleicht möchte ich das Change Passwort nochmal nochmal extra machen. Ich möchte das Change Passwort nochmal extra machen. Das heißt, ich sage Dev Change Passwort Request und jetzt kann ich hier sagen if Method Punkt if Request Method gleich Post dann also erstmal hier irgendwas mit dem Passwort bevor ich das hier verwechsel und jetzt müssen wir nur noch unseren User bekommen. Das ist das hier. Zack. Und dann kommt das hier hin und dann sagen wir am Ende User.save Passt. Ansonsten sagen wir hier am Ende das hier oder ansonsten Wrong HTTP Method bei dem anderen bei dem Update hier mega oh nein das wollte ich nicht Zack und dann gehen wir hier nochmal auf ein Wrong Method und ein Success davor. Perfekt. So, dann haben wir jetzt hier ein Success und Wrong HTTP und ein Change Passwort extra. Das muss ich nochmal in die URLs eintragen weil ich möchte das nicht bei jedem Update ändern. Weil nämlich man dann immer sein Passwort nochmal neu angeben muss und das speichert man sich nicht unter Umständen mit und von daher möchte ich das nicht immer direkt mit ändern. So, Change Password und hier kommen wir auch zu einem Change Password. Passt. Ich denke, das wird schon passen. Ich mache es aber trotzdem mal, dass wir es mal getestet haben. Dafür brauchen wir einmal ein Change Password und das Einzige, was wir hier brauchen, das ist ein Post. Das heißt, wir müssen das hier reinschreiben. User Name, nee, warte mal, E-Mail. Mecha 9 at test.de und dann müssen wir unser Passwort neu eintragen. Wird noch im Klartext versendet, aber über HTTPS sollte es nicht allzu schlimm sein dann. Und dann kriegen wir erstmal einen verbinden. Natürlich, weil wir jetzt hier erstmal natürlich uns anmelden müssten. Na komm. Na kommt da. Views. Hier. Wie es ist. Na? Das kommt jetzt aber auch gleich weg. Das müsste jetzt relativ easy funktionieren, wenn wir uns anmelden können. Das müssen wir jetzt dann gleich können. Aber jetzt kriegen wir einen 500er Error und da sagt hier Password gibt es nicht. Ja. Warum schreibe ich hier mal Password mit Dings. So. Jetzt passt es aber. Ja. Sieht gut aus. Success. Sollte geklappt haben. Okay. Das heißt, jetzt haben wir einmal auch einen Change Password Service drin. Nochmal zusätzlich. Einfach, weil wir es können. Die Authentifizierung sollte jetzt eigentlich auch richtig laufen. Jetzt theoretisch sollten wir als normaler Nutzer uns anmelden können über die Authorization. ich sag mal Basic Auth. Lass mich mal schauen auf Django. Als Jean, wir sind ja Administrator quasi. Ich glaub Administrator kann man auch nochmal verschiedene andere Sachen machen, aber so what. und wir sind hier super Stuff und so weiter. Alles mögliche. Und jetzt bin ich Jean und jetzt hab ich hier ein Passwort drinnen. Und wenn ich mich jetzt hier rüber anmelde, dann müsste es beispielsweise, ich mach jetzt mal einen Diskette Request, weil da muss man nichts angeben und das ist erstmal am einfachsten. Und jetzt muss ich eigentlich mich einloggen können und Spaß haben. Das Change Password funktioniert noch so. Hier hat das. Geht auch noch. Und es ist wirklich das Get. Hier hab ich jetzt gesaved. Kannst mir kaum glauben, dass ich es gesaved habe. Wir starten das nochmal gleich neu. Also das Get müsste jetzt klappen und sagen wir mal Send. Also das Get scheint noch zu klappen. Jetzt haben wir hier glaube ich irgendwas ausgelöst bei dem Django, dass der wartet oder so. Ich sag mal Cancel und nochmal. Ja, jetzt funktioniert es wieder. Ja, okay. Das sollte funktionieren. Ah, Groups 4. 4 bedeutet in dem Fall Administrator, glaube ich. Und 1 ist das und das und das. Ah, okay. Okay. Okay, check. Also das ist einfach die Nummer. Das ist kein Array mit einer Anzahl, sondern das ist die Nummer. Okay. Ist gut zu wissen bei den Groups hier. Aber generell scheint jetzt zu funktionieren, aber eigentlich habe ich mich ja angemeldet. Ich habe hier nichts angemeldet. Ich glaube, ich starte das Ding nochmal neu, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt schon funktioniert, bin ich ehrlich. Zack, Send. Merkwürdig. Mhm. Lass mich mal über das CURL gehen. Weil eigentlich sollte das CURL jetzt erstmal nicht funktionieren. Habe ich hier noch ein CURL? Ich habe doch sicher noch ein CURL offen. Sieht auch ganz gut aus. Users. Also users.get Also ich beschwere mich nicht, dass es funktioniert. Doch, ich beschwere mich schon, dass es funktioniert. Das sollte nicht gehen. Das sollte jetzt nicht mehr möglich sein. Weil das nur noch hinter der Authentifizierung liegen sollte. Und dafür dürfen wir jetzt nochmal ganz schön in unserer Dokumentation nachschauen. Das mache ich mal direkt. Also das war diese Seite, die war mega. Die speichere ich mal ab. Zack. Jetzt habe ich glaube ich auch das Django-Dings gelöscht. Macht ja nichts. Also geschlossen. So, jetzt lassen wir mal auf die Dokumentation gehen. Und jetzt müssen wir Authentication ist besser. Eigentlich ist Authentication besser. Haben wir irgendwas mit Authentication? User Authentication. Authentication. Authentication Web Requests. Aha. Aha. If request user dot is authenticated. Mega. So easy peasy ist es. Lass es mal checken. Äh, den mache ich erstmal nur beim get, ne? If user.issue authenticated. Dann geht da rein. Und das macht auch da rein. Und ansonsten else. Return HTTP. Wir brauchen jetzt ein Error. Und das ist jetzt die 403. Ah, okay. Verbinden. Punkt. Und dann die 403. Lass es mal schauen. Das sollte jetzt nicht mehr funktionieren. Das ist erst mal ein 500er. So, okay. Required missing drei Dings bei forbidden. 403. Return HTTP. Also, er erkennt das, aber beim HTTP Error ist das noch zu viel. Ich kann noch mal eine HTTP Response machen und kann ich da einen Code hinzufügen. am Ende. So, zack. Nee. Ich kann sofort bitten hinzufügen. Dann schickt er mir aber einen 200er raus. Und das möchte ich jetzt eigentlich. Also, so kommen wir auch nicht raus. Oh. Das ist nicht gut. Wie kommt, hä? Wie schafft er denn das? Also, erstens, warum sind wir authentifiziert? Dann print uns doch mal den User aus, Hä, und warum schickt er ein forbidden auch noch raus? Also, wir haben hier unsere return HTTP Response. Und dann kriegen wir noch ein forbidden raus? Ah, nee, hier kommt was anderes raus. Hier kommt irgendwas ganz anderes raus. irgendwas mit Apache ist ja witzig. Okay, also wir kriegen verbinden raus, das passt, aber wir kriegen hier noch ein 200er raus und das darf eigentlich nicht sein. Also, wir wollen ein 400er rausgeben. Django return HTTP 403 oder irgendwas anderes. 403 How to return data with 403 in REST Framework. Ah, permission denied. Mhm. Mhm. Wir können sagen, raise permission denied. Das ist eine nice Sache. Können wir auch irgendwas hier permission error permission error erst sich erst mal nicht schlecht an. Und was erwartet der? erwartet nichts. Lass mal schauen, das funktioniert. Nen 500er, den wollen wir nicht. Has no attribute get. Was wollen in get rein tun? Get gleich hallo. ich tue das mal ausführen, aber es wird nichts. Also permission error wird nicht so. Also raise heißt es und dann permission denied. Tun wir mal so einfügen. ja ob man sowas braucht ich denke das reicht auch erstmal aus. Das ist dann für json gar nicht so schlecht. Aber raise sagt hier in dem Fall also permission denied müssen wir erstmal hier hinzufügen. Permission denied ist vom REST Framework nein 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 wir sagen mal return wir machen nochmal doch diese HTTP Response das hilft schon nichts gehen wir schon hin so args any können wir nicht machen wir müssen schon HTTP error anscheinend ne HTTP error wollen wir zurück geben und zwar einmal die URL das ist einmal die request punkt ja hier kommt request URI wird schon geben 403 wollen wir sagen und Message ist einmal forbidden wird doch schon passen oder oder will er hier mehr ich fülle es nochmal aus er will mehr anscheinend oder hier ist nur Attribute URI nennen wir mal URL gibt irgendwas mit Request URL oder ich schau einfach nach das brauchen wir Django Request und Response Objects so was haben wir denn für Objekte nochmal schön nach oben scrollen wie haben wir sonst nichts zu tun so ich werde auch bald Schluss machen tatsächlich so lange werde ich headers und dings funktion nicht headers brauche ich hier irgendwas mit headers wir machen mal django http error example django http error example ja hier haben weiter mit den empfohlen und so weiter zack 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 http response server error das sieht doch eigentlich nie so schlecht aus warum geht das nicht so einfach weil es wieder irgendein ganz komisches ding ist oder was ist das http response also so verzweifelt war ich auch noch nie oder also anscheinend müsste es hier drin sein im http response http error wenn ich jetzt hier reingehe und das noch hinzufüge das kennt er anscheinend dann machen wir unseren http response error und dann ist gut hier dann machen wir ja feierabend http response error und dann hier einmal for bin ja jetzt kommt verbinden aber wir haben immer noch ein 500 da war auch ein 500 da internal server aber warum oder sagt er einfach nur server ah ok http es gibt noch mehrere http response oder http aha http 404 ist auch nicht schlecht verbinden das wollen wir das wollen wir nicht schicken es wird ja es wird ja muss ich hier was hinzufügen oder kann ich das auch so rausschicken ja perfekt so wollen wir das 403 und wir schicken raus und perfekt und jetzt will ich mir das nochmal anschauen was wir hier richtig raus bekommen im im web browser dazu gehe ich hier mal auf sowas aber wir brauchen ein gastfenster ein gastfenster ist wie immer dahinter geöffnet zugriff wurde verweigert 403 mega 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 jetzt müssen wir uns halt erst authentifizieren und das ist halt so die sache wir können zuvor eine authentifizierung sache machen eine authentifizierung sache je nachdem wir können uns hier authorization wenn ich hier sage basic auth und mich hier einlogge und auf das user get klicke was bekomme ich dann bekomme ich es dann das scheint zu funktionieren wenn ich sage no auth bekomme ich es auch noch das ist irgendwie noch nicht so das checke ich also entweder also anscheinend hat er sich abgespeichert dass wir halt hier angemeldet sind weil ich diese session id wahrscheinlich drin habe wenn ich diese session id mal lösche ja danach war ein 403 und jetzt sage ich ein basic auth wir kriegen immer noch einen 403 hier mit dem basic auth sollte es eigentlich schon klappen aber gut also es ging nur mit der session id die session id die hat uns in der hinsicht gerettet django django authentication haben wir schon gemacht creating super users haben wir auch schon changing passwords haben wir auch .z password geht auch easy peasy na gut wir haben das ein bisschen komplizierter gemacht macht ja nichts authentication users da user.authenticate so kann man auch easy peasy machen schauen wir mal ob das funktioniert mal sagen das und ich mache mal das if user mal weg authenticate müssen wir erstmal hinzufügen müssen wir hier raus hinzufügen aus den views ja gut können wir einfach daraus ja wobei ist noch was anderes ne so und jetzt möchte ich mich nochmal hinzufügen send in dem fall sagt er noch die 403 wie sieht es denn hier aus kommt hier eine anfrage mit authenticate nein username und password das heißt das muss man wahrscheinlich mitnehmen oder weil wir hier secret und john haben ne habe ich das im ernste eben reinkopiert das wäre selten blöd das wäre selten blöd ja ich habe es so reingenommen natürlich so kann das nicht werden natürlich kann man das ich will das automatisch haben ich will hier diese http authentication haben da wo es ein fenster gibt wo man sagen kann okay gut jetzt gibt das ein proxymodels genau so und das müssen wir jetzt mal machen und das provides a request dot user you can tell them a part with is authenticated how to lock a user in hier check okay ah so können wir dann login okay das heißt wir müssen erstmal hier ein login rein machen das kriegen wir auch noch hin okay ich muss Schluss machen ich muss eigentlich Schluss machen Freunde ich muss eigentlich Schluss machen das will ich aber nochmal hinbekommen wir importieren hier nochmal login draußen aber es ist gefühlt einfacher als in springboot ich sag's euch springboot ist da viel komplizierter also das ist natürlich auch nicht einfach aber es ist es ist viel besser dokumentiert als in springboot beispielsweise auch myview request reset password ich will hier nochmal einen devlogin haben devlogin request so user name ist gleich request post request post password passt user also ihr könnt jetzt hier sagen if method ist gleich post user authenticate ist gleich request das und dann login redirector success page das ist egal ich sag einfach return http response und sag success so und dann sage ich hier ansonsten eine 400 reier return http response verbinden so das muss ich jetzt nochmal reintragen hier in login und wir gehen hier nochmal in das login rein dafür muss ich nochmal hier rein und ich gehe jetzt hier erst mein users login wrong http method sagt er mir ach weil ich hier die view punkt login nicht gechanged habe jetzt aber login das war hier ja genau ich muss das ja erst mal hier eingeben das heißt ich glaube ich muss hier ein login schreiben ich muss los leute ich muss los localhost 8000 slash login slash users slash login und dann gebe ich hier mal als body also wir haben ja post request formdata username nehme ich mal einfach den boah jetzt muss ich die passwörter noch wissen ne genre und ich glaube password war einfach easy das hier 1234 1234 und jetzt will ich eigentlich nur einen success zurückbekommen und ich bekomme ein forbidden zurück das ist jetzt erst mal nicht gut aber es funktioniert wie funktioniert erstmal ist auch blöd gesagt authenticate requested user username vielleicht ist passwort auch falsch lass mich mal schauen ob ich das richtige password eingeben habe wenn ich jetzt nochmal in localhost admin reingehe ich bin hier noch drin logout login again related object does not exist at login aber anscheinend hat er ob achso ich lass mal hier auf geben auf admin jetzt nö ok ja ich würde sagen das machen wir anders ich push jetzt meine sachen mal so mit eigentlich müsste ich jetzt einen neuen branch aufmachen lass mal schauen ob ich das hinbekommen das kann man hier ganz easy machen genau erstellen add authorization machen wir so rein check so wir sind im add authorization branch ich sag hier mal WIP für work in progress komm bitte das ganze und publish das ganze und jetzt müsste das hoffentlich drin sein in github das check ich nochmal schnell dann verabschiede ich mich schon ganz herzlich bei euch ja add authorization jetzt haben wir hier ein add authorization mit einem genau mit dem WIP commit und wenn wir auf den main gehen haben wir jetzt unser normales super das wäre es soweit gewesen ich würde sagen ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten freitag ich werde schauen wann ich weiter streame entweder montag oder am wochenende da werde ich euch aber nochmal auf twitter bescheid sagen aber jedenfalls die streams werden alle in aufzeichnung verfügbar sein es hat mich sehr sehr gefreut dass ihr alle dabei wart wir waren auf twitch teilweise sogar schon fast mehr als auf youtube also ist echt cool ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend beziehungsweise Nachmittag vielen Dank auch nochmal für die Follows an Amigana und Faljam auf twitch vielen vielen Dank ich weiß nicht ob ihr gerade noch da seid das war schon vor ein paar Stunden da habe ich gar nicht drauf geschaut heute naja aber das nächste Mal ich wünsche euch was und wir sehen uns dann beim beim nächsten Stream oder im nächsten Video macht's gut und ciao ciao